Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor Herausgegeben von Simone Kauffeld Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Jakob Jerac Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 1 Einführung in die Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie von Simone Kauffeld Abschnitt 1.1 Gegenstandsbestimmung und Definition Definition Die Arbeits- und Organisations-Psychologie beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben und Verhalten in der Arbeit und in Organisationen. Definition Ende Die Psychologie befasst sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen. Die Arbeits- und Organisationspsychologie als Teilgebiet der Psychologie beschäftigt sich dementsprechend mit dem menschlichen Erleben und Verhalten in der Arbeit und in Organisationen. Der gängige Doppelbegriff Arbeits- und Organisationspsychologie macht deutlich, dass die Inhalte des Fachs ein breites Spektrum abbilden. Die Arbeits- und Organisationspsychologie hat zur Aufgabe, menschliche Arbeit sowie menschliches Erleben und Verhalten in Organisationen 1. zu beschreiben, 2. zu erklären, 3. vorherzusagen 4. zu beeinflussen Dabei ist das Erleben und Verhalten von Mitarbeitern, Führungskräften und Unternehmern von Interesse. Zudem wird auch Personenaufmerksamkeit geschenkt, die keine Organisationsmitglieder sind, aber mit ihr in Kontakt stehen. Dies können unter anderem Bewerber und Kunden sein, aber auch Aktionäre oder Lieferanten. Konkrete Fragen, denen in der Arbeits- und Organisationspsychologischen Forschung und Praxis nachgegangen wird, sind zum Beispiel Wie finden Organisationen die für sie richtigen Mitarbeiter? Wie kann die Bindung von Mitarbeitern an die Organisation gestärkt werden? Was zeichnet ein innovatives Organisationsklima aus? Welche Aspekte sind bei Veränderungsprojekten zu beachten, damit diese erfolgreich verlaufen? Wie kann die Zusammenarbeit im Team verbessert werden? Was kann getan werden, damit ein Training, zum Beispiel zum Thema Führung, in der Praxis wirksam wird? Wie können Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich gestaltet werden? Gegenstand und Themen der beiden Fachgebiete Arbeits- und Organisationspsychologie zeigen zwar weite Überschneidungsbereiche, sind jedoch keineswegs deckungsgleich. Zitat Wiswede 1993 Denn gearbeitet wird nicht nur in Organisationen und in Organisationen wird nicht nur gearbeitet. Zitat Ende Einerseits finden zahlreiche Arbeitsprozesse auch außerhalb von Organisationen statt, z.B. selbstständige Berufstätigkeit. Andererseits werden Organisationen auch durch eine Vielzahl sozialer Prozesse, die neben der reinen Arbeitstätigkeit ablaufen, bestimmt, z.B. Freundschaften. Während bei der Arbeit nicht nur an die bezahlte Erwerbsarbeit, sondern auch an die oft unbezahlte Haus- oder Familienarbeit gedacht werden sollte, sollte bei Organisationen nicht nur an Unternehmen, sondern auch an Behörden, Krankenhäuser, Hochschulen, Strafanstalten, Kirchen, Parteien, Wohlfahrtsverbände, Vereine oder den Kiosk von neben angedacht werden. Arbeit Definition Bei Arbeit handelt es sich um eine zielgerichtete, menschliche Tätigkeit zur Erfüllung von Aufgaben zum Zweck der Transformation und Aneignung der Umwelt. Definition Ende Definition Arbeit, die in einem gesellschaftlich bestimmten Rahmen von Austauschbeziehungen, in Geld oder Naturalien, erfolgt und die in der Regel mit charakteristischer Aufgabenteilung sowie mit charakteristischen Machtstrukturen einhergeht, wird als Erwerbsarbeit bezeichnet. Definition Ende Menschliche Arbeit führt dazu, dass Kranke gepflegt, Kinder unterrichtet, Häuser saniert und Lebensmittel erzeugt werden. Wie wir arbeiten und an was wir arbeiten, wird durch die technischen Möglichkeiten und die Arbeitsteilung in der Gesellschaft bestimmt. Siehe dazu Kapitel 3. Die Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen menschlicher Arbeit sind Gegenstand der Arbeitspsychologie. Die Tatsache, dass wir einen großen Teil unseres Lebens mit Arbeit verbringen, unterstreicht die Bedeutung der Arbeitspsychologie. Menschliche Arbeit wird neben technologischen durch gesellschaftliche Bedingungen bestimmt. Nach von Rosenstiel 2003 wurde dabei Arbeit zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Werte und Bedeutungen beigemessen. Im Altertum oblag dem freien Bürger die Aufgabe, durch Kopfarbeit dem Staat zu dienen, während die Handarbeit den Sklaven auferlegt wurde. Arbeit wurde in der Antike und im Mittelalter als Last und Mühsal negativ und abwertend definiert und den unteren sozialen Schichten zugewiesen. Eine positivere Bestimmung wurde der Arbeit in der christlichen Religion, vor allem in der protestantischen Ethik zugewiesen. Arbeit wurde als Pflicht verstanden und war Gott wohlgefällig. Arbeit als Dienst am Nächsten wurde von Herzen und mit Freude verrichtet. Mit der protestantischen Ethik wurde erfolgreiche Arbeit aufgewertet und zum erstrebenswerten Ideal erklärt. Durch harte Arbeit war finanzieller Erfolg erreichbar. Diese Haltung wird nach Weber 1972 häufig als Voraussetzung für die Industrialisierung gesehen. Mit der technologischen Entwicklung und der einhergehenden Industrialisierung wurde Arbeit immer mehr als Mittel zum Zweck, als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung gesehen. Für Jahrhunderte definierte sich ein Großteil der Bevölkerung über den Beruf. Darüber hinaus erfüllt Arbeit eine Vielzahl von Funktionen für den Einzelnen. Auch heute ist Arbeit Last und Pflicht. Sie ist in der Regel notwendig, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Arbeit ermöglicht einen bestimmten Lebensstil. Viele Menschen erleben die Verpflichtung, Tätigkeiten ausführen zu müssen. Arbeit kann aber auch als Mittel zur Erreichung der eigenen Lebensziele dienen, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit fördern oder als Mittel zur Selbstverwirklichung betrachtet werden. In der Arbeit werden Kompetenzen erworben und aufrechterhalten. Arbeit kann als Erbringung einer gesellschaftlich nützlichen Aufgabe angesehen werden, die Sinn und Befriedigung stiftet und die Erfahrung von Wertschätzung durch die Gesellschaft ermöglicht. Arbeit kann Identität und Zugehörigkeit stiften. Arbeit ist ein Ort für Kooperation und Kontakt. Durch Arbeit erleben wir Anerkennung direkt und indirekt durch andere. Arbeit gibt den Rahmen vieler sozialer Interaktionen im weiteren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kontext vor. Arbeit hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Aufrechterhaltung unseres psychischen Wohlbefindens. Nach Bluestein 2008 ist die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit ein bedeutsamer Faktor für ein langes und glückliches Leben. Viele Menschen können sich nicht vorstellen, ohne Arbeit zu leben, auch wenn ihnen dies finanziell möglich wäre. Siehe folgendes Beispiel. Dies verdeutlicht den zentralen Stellenwert der Arbeit. Auch wenn zum Ende des letzten Jahrhunderts der Begriff der Freizeitgesellschaft wiederholt aufgetaucht ist, dominiert und strukturiert Arbeit unseren Tages-, Wochen- und Jahresablauf sowie unseren Lebensrhythmus. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben in der Lotterie gewonnen und haben genug Geld, um bis an Ihr Lebensende ein komfortables Leben zu führen. Würden Sie trotzdem weiterhin arbeiten? Schätzen Sie, wie groß im Jahr 2006 der Anteil der erwachsenen amerikanischen Bürger war, der auf diese Frage mit Ja antwortete. Ein Drittel aller Befragten, die Hälfte aller Befragten, zwei Drittel aller Befragten oder drei Viertel aller Befragten. Die dritte Antwort ist richtig. Zwei Drittel aller befragten US-Bürger gaben an, dass sie weiterhin arbeiten würden, auch wenn sie in der Lotterie gewonnen hätten. Highhouse & Andere, 2010. Diese sogenannte Lotteriefrage wurde vielfach in mehreren Ländern, auch in Deutschland, in der arbeitspsychologischen Forschung untersucht. Dabei zeigt sich, dass kulturübergreifend der Arbeit eine entscheidende Rolle beigemessen wird. Menschen können sich ein Leben ohne Arbeit nur schwer vorstellen. Beispiel Ende. Organisation. Um das Wirken und Zusammenwirken von Menschen im Unternehmen zu gestalten, sind organisationspsychologische Fragestellungen relevant. Definition. Der Begriff Organisation steht für ein über einen gewissen Zeitraum fest bestehendes, arbeitsteiliges System, in dem personelle oder sachliche, das heißt menschliche oder maschinelle, Aufgabenträger zur Erfüllung der Organisationsaufgabe, z.B. Dienstleistungen oder Produktion von Sachgütern und zur Erreichung der Unternehmensziele verbunden sind. Siehe Kapitel 3. Definition Ende. In der Organisationspsychologie In der Organisationspsychologie werden vor allem der Einfluss von Organisationsstrukturen und Arbeitsgruppen sowie die Interaktion der Menschen innerhalb der Organisation erforscht. Die Analyse bezieht sich dabei sowohl auf Mitarbeiter in profitorientierten Unternehmen, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen, als auch in Non-Profit-Organisationen, Krankenhäusern, Hochschulen und so weiter. Siehe Kapitel 3. Definition Ende. Handlungsfelder Zusammenfassend können nach von Rosenstiel 2003 vier Handlungsfelder der Arbeits- und Organisationspsychologie unterschieden werden. Siehe dazu auch die Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Die Arbeit, zum Beispiel Arbeitsanalyse und Gestaltung, siehe Kapitel 11. Das Individuum, zum Beispiel in der Personalauswahl, siehe Kapitel 6 und in der Personalentwicklung, siehe Kapitel 7. Die Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren, zum Beispiel Führung, siehe Kapitel 5 oder Teams, siehe Kapitel 8. Die Organisation, zum Beispiel die Organisationsstruktur, Klima und Kultur, siehe Kapitel 3 oder Organisationsentwicklung und Beratung, siehe Kapitel 5. Diese Unterteilung nutzen Lehrende, um die Fülle an Theorien und Erkenntnissen innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie zu strukturieren. Auch für Studierende kann dies eine geeignete Struktur sein, um beim Lernen das gewonnene Wissen zu ordnen. Eine weitere hilfreiche Systematisierung entsteht durch die Zuordnung von Themen zur Arbeits- und Organisationspsychologie. Im Titel des vorliegenden Lehrbuchs wird aber nicht nur von der Arbeits- und Organisationspsychologie gesprochen, sondern es wird die Personalpsychologie in Anlehnung an Schuler 2006 als eigenständiger Bereich eingeführt. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass in der Praxis Psychologen oft primär an personalpsychologischen Themen wie der Personalauswahl oder der Personalentwicklung arbeiten. Zudem schreiben gerade andere Disziplinen wie die Betriebswirtschaftslehre Psychologen hier Expertise zu. Personal muss in Organisationen beschafft, geführt, entwickelt, beurteilt und vergütet werden. Definition Als Personal werden Mitarbeiter in Organisationen bezeichnet, die gegen Entgelt eine Arbeitsleistung erbringen. Definition Ende Die Personalpsychologie stellt letztlich eine Schnittmenge der Arbeits- und Organisationspsychologie dar, die beim Individuum und bei der Interaktion zwischen Individuen angesiedelt ist. Siehe dazu auch die Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Die Unterteilung in die Bereiche Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie wird darüber hinaus nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass die drei Schwerpunkte aus unterschiedlichen Grundlagen-Disziplinen stammen. Siehe hierzu auch die Tabelle 1.1 im gedruckten Buch. In der Arbeitspsychologie steht die Arbeitsaufgabe im Vordergrund. Es wird nach generellen Gesetzmäßigkeiten beim Wahrnehmen, Denken, Lernen und Motivieren gesucht, die für die meisten Arbeitenden gültig sind. Interindividuelle Unterschiede der Arbeitenden, der Arbeitsgruppe und der Organisation werden vernachlässigt. Die Grundlagendisziplin ist entsprechend die allgemeine Psychologie. Die Personalpsychologie zielt auf die interindividuellen Unterschiede von Verhalten, Leistungen und Eignungsmerkmalen von Arbeitenden ab. Bei der Personalauswahl und Beurteilung geht es darum, verschiedene Personen miteinander zu vergleichen. Die Grundlagendisziplin der Personalpsychologie ist entsprechend die differenzielle Psychologie und Diagnostik, die Methoden bereitstellt, um Unterschiede feststellen zu können. Zudem gibt es Merkmale von Personen, die veränderbar und damit auch trainierbar sind, was zum Beispiel Gegenstand der Personalentwicklung ist. Die Organisationspsychologie beschäftigt sich mit den Beziehungen und Interaktionen der Mitarbeiter untereinander in sozialen Einheiten, wie zum Beispiel in der Duyade von Mitarbeiterführungskraft, im Team oder in Kundenlieferantenbeziehungen. Die Grundlagendisziplin der Organisationspsychologie ist die Sozialpsychologie, die zum Beispiel Theorien und Erkenntnisse zur Analyse und Gestaltung von Kooperationsbeziehungen zwischen organisationalen Akteuren liefert. Die Trennung in die drei Bereiche Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie kann konzeptionell vollzogen werden, in der Praxis sind die drei Bereiche hingegen selten unabhängig voneinander. So ziehen oft technologische Veränderungen neue Arbeitsaufgaben nach sich, die gestaltet werden müssen, Arbeitspsychologie, und bei denen systematisch neue Fach- und überfachliche Kompetenzen bei den Mitarbeitern aufgebaut werden müssen, Personalpsychologie. Darüber hinaus müssen gegebenenfalls neue Organisationsformen, zum Beispiel Gruppenarbeit, implementiert werden, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und der Veränderungsprozess muss gestaltet werden. Organisationspsychologie, siehe Kapitel 11. Zurzeit stellt der demografische Wandel viele Organisationen vor Herausforderungen, die aus Arbeits-, Personal- und organisationspsychologischer Sicht beantwortet werden können. Wie können Aufgaben gestaltet werden, damit sie von Mitarbeitern über 60 ausgeführt werden können, Arbeitspsychologie? Wie können ältere Mitarbeiter für neue Aufgaben qualifiziert werden, Personalpsychologie? Wie kann bei zunehmend altersgemischten Belegschaften die Zusammenarbeit im Team gelingen, Personal- oder Organisationspsychologie, je nach Sichtweise? Wie kann die Organisation auf alternde Belegschaften vorbereitet werden? Organisationspsychologie. In jüngster Zeit gewinnt ein vierter Begriff zunehmend wieder Aufmerksamkeit. Der Begriff der Wirtschaftspsychologie. So befindet sich zum Beispiel in der Denomination von Professuren zunehmend der Begriff der Wirtschaftspsychologie. Im Berufsverband deutscher Psychologen findet sich die Sektion Wirtschaftspsychologie. Die Fachgruppe der Deutschen Gesellschaft für Psychologen hat sich 2010 dem Trend folgend umbenannt in Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie. Auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Psychologie wird die Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie wie folgt eingeführt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologinnen und Psychologen erforschen und gestalten Wechselbeziehungen zwischen Arbeits-, Organisations- und Marktbedingungen einerseits und menschlichem Erleben und Verhalten in Organisationen andererseits. Ziel ist es, mit Blick auf Gesundheit, Leistung und Effizienz die Passung zwischen Individuum- und Arbeitskontext zu erhöhen. Wirtschaftspsychologische Fragestellungen betreffen dabei das Verhalten und Erleben der Menschen in breiteren wirtschaftlichen Zusammenhängen z.B. als Konsument, Sparer, Steuerzahler, Bewerber und umfassende wirtschaftliche Prozesse z.B. Wirtschaftsentwicklung, Internationalisierung. Zitat Ende. Die Einbeziehung breiterer wirtschaftlicher Zusammenhänge in Form der Markt- und Werbepsychologie sowie der Finanzpsychologie geht über die bislang beschriebene Sichtweise in der Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie hinaus. Wirtschaftspsychologie stellt in diesem Sinne eine Ergänzung dar. In Anlehnung an Münsterberg 1912 ein Schüler Wilhelm Wunz und für viele der Begründer der angewandten Psychologie in der Wirtschaft, siehe dazu Kapitel 2, könnte die Wirtschaftspsychologie jedoch auch als Oberbegriff für die verschiedenen Teilbereiche der Psychologie aufgefasst werden, die Bezug zum Wirtschaftsleben aufweisen. Münsterberg beschäftigte sich mit Themen des beruflichen Lernens, der Personalauswahl und der Monotonie im Arbeitsleben, aber auch mit Fragestellungen zur Werbewirksamkeitsforschung. Während Schwerpunkte und Vertiefungen in der universitären Psychologieausbildung oft Arbeits- und Organisationspsychologie heißen, nutzen viele Fachhochschulen oder Weiterbildungsanbieter den Begriff der Wirtschaftspsychologie. Dieser spiegelt, neben der Abgrenzung zur universitären Ausbildung und der leichteren Verständlichkeit für Laien, den hohen Anteil wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte in den Curricula wieder. Inhaltlich werden im psychologischen Teil der Ausbildung häufig vor allem personalpsychologische Themen fokussiert. Abschnitt 1.2 Arbeitsfelder und Ziele Arbeitsfelder Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist nach der klinischen Psychologie das zweitwichtigste Anwendungsfeld psychologischer Forschung und Berufsfeld für praktisch tätige Psychologen Die Anzahl an in der freien Wirtschaft tätigen Psychologen wächst beständig. Der Regelabschluss ist der Master. Welche Arbeitsmarktchancen Bachelor-Absolventen im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie haben, wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Der Bachelor-Abschluss befähigt dazu, eingegrenzte psychologische Tätigkeiten oder psychologische Tätigkeiten unter Anleitung durchzuführen. Die Masterstudiengänge differenzieren sich zunehmend. Während einige Standorte am breiten Master Psychologie festhalten und über den Wahlpflichtbereich Vertiefungsmöglichkeiten bereitstellen, gibt es auch an universitären Standorten mittlerweile spezialisierte Masterprogramme, zum Beispiel zu Human Factors oder Wirtschaftspsychologie. In der Praxis der Arbeits- und Organisationspsychologie stehen überwiegend personalbezogene Aufgabenfelder in Unternehmen, Beratungen und Non-Profit-Organisationen im Vordergrund. Die Aufgaben sind dabei vielfältig. Als Einstiegsjobs gelten häufig Tätigkeiten in der Personalauswahl. Psychologen erheben Anforderungsprofile und setzen diese in Personalauswahlverfahren um. Sie konzipieren Assessment Center, Schulen Führungskräfte als Beobachter, organisieren und moderieren den Auswahlprozess. Psychologen in der Wirtschaft konzipieren Führungsinstrumente, Beurteilungs- und Zielvereinbarungssysteme, entwickeln Personalentwicklungskonzepte, Leitfäden für Mitarbeitergespräche oder Formate zur Strategieentwicklung. Für die Umsetzung und Einführung jener Konzepte moderieren sie beispielsweise Workshops und führen Trainings durch, um die Mitarbeiter und die Organisation adäquat vorzubereiten. Arbeits- und Organisationspsychologen planen, organisieren und evaluieren betriebliche Kompetenzentwicklungsmaßnahmen. Sie trainieren Führungskräfte und Mitarbeiter. Des Weiteren coachen sie Führungskräfte. Sie entwickeln und begleiten Teams. Oft agieren sie aber auch als Feuerwehr bei Konflikten. Sie gestalten zudem organisationale Veränderungsprozesse. Arbeits- und Organisationspsychologen sind ferner zuständig für Fragen der Arbeitsanalyse, der Arbeits- und Prozessgestaltung und der Arbeitssicherheit. Arbeitspsychologen arbeiten häufig mit Arbeitsmedizinern, Informatikern und Ingenieuren zusammen. Personal- und Organisationspsychologen arbeiten häufig mit Betriebswirten und Juristen zusammen. Im Gegensatz zu Wirtschaftswissenschaftlern sind Psychologen vor allem den Individuen, das heißt den Mitarbeitern, verpflichtet. In vielen Veränderungsprojekten wird der Auftrag vom Management erteilt, hier werden Ressourcen bereitgestellt, die Betroffenen sind jedoch die Mitarbeiter, zum Beispiel bei der Begleitung einer Fusion. Während Vertreter anderer Disziplinen wie Betriebs- und Volkswirte, Ingenieure und Juristen sich häufig mit Strukturen, Kennzahlen, technischen Arbeitsabläufen und rechtlichen Möglichkeiten beschäftigen, wird Psychologen von Außenstehenden die Aufgabe zugeschrieben, mit den betroffenen Menschen zu interagieren. Psychologen gelten als Kommunikationsexperten. In der Tat ist es so, dass das Management häufig Entscheidungen trifft, zum Beispiel die Entwicklung und Einführung eines 360-Grad- Feedbacks für Führungskräfte und dafür Ressourcen zur Verfügung stellt, die dann von Psychologen kommuniziert und umgesetzt werden. Psychologen stehen daher oft in Kontakt mit unterschiedlichen Funktionsträgern in einer Organisation. In der Wirtschaft müssen sie die gesamte Klaviatur spielen können, sie müssen mit gewerblichen Mitarbeitern einen Workshop zur kontinuierlichen Verbesserung moderieren können und gleichzeitig mit dem Vorstand die strategische Ausrichtung des Unternehmens diskutieren können, um zum Beispiel Kompetenzprofile ableiten zu können. Aufgrund stetiger wirtschaftlicher und arbeitsorganisatorischer Veränderungen im Unternehmen sind Psychologen für die Begleitung von Veränderungsprozessen von Führungskräften und Teams in Unternehmen gefragt. Anforderungen an das lebenslange Weiterlernen beleben den wachsenden Fort- und Weiterbildungsmarkt und fragen nach arbeitsintegrierten Formen der Kompetenzentwicklung und Coaching-Formaten. Psychologen sind hier ausgebildet, Konzepte zu liefern. Darüber hinaus werden Psychologen für Unternehmen attraktiv, da sie sich der drängenden betrieblichen Fragen des Gesundheitsmanagements auf verschiedenen Ebenen, nämlich der arbeitsorganisatorischer, ergonomischer, aber auch individueller und zwischenmenschlicher annehmen können. Während bis vor ca. 10 Jahren Arbeits- und Organisationspsychologen vor allem in Großunternehmen und Beratungen anzutreffen waren, finden sie zunehmend Anstellungsmöglichkeiten in mittelständischen Unternehmen. Waren vor 10 Jahren vor allem Betriebswirte und Juristen in leitenden Positionen anzutreffen, sind es nun zunehmend Psychologen, die häufig gern wieder Psychologen einstellen. Ziele Arbeits- und Organisationspsychologen sind in Forschung und Praxis in der Regel zwei übergeordneten Zielen verpflichtet, der Humanisierung des Arbeitslebens und der Verbesserung der Effizienz von Organisationen. Die Arbeits- und Organisationspsychologie kann und muss beiden Zielen gerecht werden, wenn sie erfolgreich sein will. Am Beispiel der Einführung von Gruppenarbeit in der Industrie wird deutlich, dass die Zielsetzung der Humanisierung des Arbeitslebens nicht ausreicht, um Unternehmen von Nutzen der Gruppenarbeit zu überzeugen. Effizienzargumente, die in der Automobilindustrie mit der Studie von Womack und anderen 1991 aufgezeigt wurden, mussten hinzukommen, um den Siegeszug der Gruppenarbeit in Unternehmen anzutreten, siehe Kapitel 11 Arbeitsanalyse und Gestaltung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Veränderungen selten kurzfristig in betrieblichen Kennzahlen messen lassen. Nach der Einführung von Gruppenarbeit wird die Leistung zunächst reduziert sein. Die Erarbeitung neuer Routinen erfordert Ressourcen, die zunächst einen Leistungsabfall nach sich zieht, bevor das neue Verhalten erfolgreich wirksam werden kann. In der Personalentwicklung werden oft erst mittelfristig und unter veränderten Rahmenbedingungen, zum Beispiel verändertes Führungsverhalten, neue Vertriebsstruktur, Erfolge auf betriebswirtschaftlichem Maße nachweisbar. Diese werden dabei oft über weiche Kriterien wie eine verbesserte Kundenbetreuung nach einem Vertriebstraining vermittelt, siehe Kapitel 7 Personalentwicklung. Dass Unterschiede in betrieblichen Kennzahlen wie der Produktivität in deutlich höherem Maße auf Unterschiede in den Personalpraktiken im Gegensatz zu Unterschieden in der Unternehmensstrategie und Technologie zurückzuführen sind, zeigen Patterson und andere 1997 in britischen mittelständischen Industrieunternehmen. Zusammenhänge zwischen der Art der Teamarbeit sowie Teamprozessen und der Produktivität von Arbeitsgruppen sowie dem Unternehmenserfolg kann Kauffeld 2006 zeigen. Weitreichende Folgen der eingesetzten Personalpraktiken zeigen West und andere 2006 in englischen Krankenhäusern auf. Sie beschreiben Zusammenhänge zwischen der Art der Teamarbeit dem Training und der Leistungsbeurteilung mit der Sterblichkeitsrate von Patienten. Husellit 1995 konnte in einer Befragung von mehr als 900 Unternehmen zeigen, dass unter anderem regelmäßig durchgeführte Programme zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Managern und Mitarbeitern sowie Einstellungstests die Unternehmensgewinne um mehr als 20% steigern konnten. Arbeits- und organisationspsychologische Konzepte können sowohl den Mitarbeitern zugutekommen als auch zur Verbesserung der Effizienz von Organisationen beitragen. Die Arbeit von Arbeits- und Organisationspsychologen zahlt sich für das Unternehmen aus. Abschnitt 1.3 Methodische Zugänge Methoden Der größte Teil der Forschung in der Arbeits- und Organisationspsychologie ist empirisch analytisch ausgerichtet. Methodisch dominieren vor allem in der Organisations- aber auch in der Personal- und Arbeitspsychologie Fragebogenstudien. Echte Experimente sowie physikalische und physiologische Messungen zum Beispiel der Zusammenhang von Lärm auf die Herzschlagfrequenz sind dabei deutlich seltener zu finden als korrelative Fragestudien. Befriedigende physiologische Indikatoren sind für relevante Konstrukte wie zum Beispiel Arbeitsmotivation oder Bindung kaum zu finden. Vergleiche dazu Markus 2011. Zufallszuteilungen von Mitarbeitern zu Bedingungen zum Beispiel der Gruppenarbeit zu Trainings oder zu Führungsstilen sind im Feld in den Organisationen kaum zu realisieren. Vergleiche dazu auch Kauffeld 2010. Dennoch ist zu hoffen, dass die Methodenvielfalt in der Arbeits- und Organisationspsychologie wieder steigt. Neben Befragungen gilt es, die objektive Verhaltensbeobachtung zu stärken. Arbeits- und Organisationspsychologen sollten Organisationen anhand ihrer Beobachtung beschreiben können. Für die Forschung bieten dabei moderne Beobachtungssoftware Programme vollkommen neue Möglichkeiten. Es gilt, Mitarbeiter in Organisationen als Teams- oder Abteilungen sowie als Organisationsmitglieder im Ganzen wahrzunehmen. Zusammenhänge, die für Individuen gelten, müssen noch lange nicht für Gruppen zutreffen. Daher sind Erhebungen und Analysen, die verschiedene Ebenen, zum Beispiel Individual- und Gruppenebene, berücksichtigen, notwendig. Darüber hinaus ist es wichtig, neben Input-Output-Modellen auch sogenannte Prozessvariablen zu identifizieren. Ein Output kann zum Beispiel die Gruppenleistung sein und als Input könnte die Persönlichkeit der Gruppenmitglieder gemessen werden. Da die Persönlichkeit und andere Input-Variablen, zum Beispiel die Zusammensetzung der Gruppe oder die Dauer der Zusammenarbeit, in der Regel jedoch nicht nur oder nur schwer veränderbar sind, ist es wichtig, sich den Prozess in der Gruppe genauer anzusehen. Dabei können Prozessvariablen wie die Kommunikationsstärke der Gruppenmitglieder oder deren Umgang mit Konflikten untersucht werden. Arbeits- und Organisationspsychologen können anhand solcher Prozessvariablen Hinweise für Veränderungsmöglichkeiten erhalten, siehe Kapitel 8 Teams und ihre Entwicklung. Im Hinblick auf die Dauer von Untersuchungen ist es wichtig, dass nicht nur Momentaufnahmen von Organisationen gemacht werden, sondern zeitliche Dynamiken berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein, längsschnittlich angelegte Untersuchungen im Feld zu realisieren. Nur wenn Mitarbeiter, Teams und Organisationen über einen längeren Zeitraum begleitet werden, können die Dynamiken in Organisationen abgebildet werden. Darüber hinaus sollten qualitative Ergebnisse besser integriert werden. Quantitative Ergebnisse in Formen von Zahlen müssen durch qualitative Forschungen angereichert werden, um theoretische Fortschritte zu erzielen, quantitativ erzielte Ergebnisse verständlich zu machen und Maßnahmen daraus abzuleiten. Von der klinischen Psychologie können Wirtschaftspsychologen lernen, nicht nur zu analysieren, sondern auch wirksame Interventionen zu entwickeln, die mit aussagekräftigen Untersuchungsdesigns abgesichert werden. Abschnitt 1.4 Verhältnis von Wissenschaft und Praxis Wissenschaft und Praxis In der praktischen Anwendung in Organisationen muss ein Kompromiss zwischen Pragmatismus und strengen methodischen Regeln gefunden werden. Passend beschreiben lässt sich dieser Ansatz mit dem Begriff der Evidenzbasierung, der ursprünglich aus der Medizin stammt, Vergleiche Sacket und andere 1996 und zunehmend auch auf den Management-Bereich übertragen wird. Sie Rousseau 2006. Das Grundanliegen der evidenzbasierten Medizin ist es, Ärzten wissenschaftliche Informationen über Behandlungsmethoden und Medikamente etc. in Form von Bewertungen und Zusammenfassungen sogenannte Reviews zur Verfügung zu stellen, um in jede Patientenbehandlung das aktuellste Wissen einfließen zu lassen. Die bereitgestellten Bewertungen und Zusammenfassungen können von den Ärzten in ihre ärztliche Erfahrung und in die individuelle Patientenperspektive integriert werden. Dadurch kann dem jeweiligen Patienten die beste Behandlung angeboten werden. Entscheidungen erfolgen also auf Grundlage individueller Expertise in Kombination mit der derzeit besten Evidenz aus der Forschung. Die Evidenzbasierung kann auf Organisationen übertragen werden. Professionelle Entscheidungen von Führungskräften sollten zunehmend weniger von persönlichen Präferenzen und unsystematischer Erfahrung, sondern von bestmöglicher sozial- und organisationswissenschaftlicher Evidenz getragen werden. Siehe Rousseau 2006. Dass dies oft nicht der Fall ist, zeigt eindrucksvoll eine Studie von Reins und anderen 2002. Die Autoren haben zunächst das wissenschaftlich gesicherte Wissen im Personalbereich zusammengetragen. Anschließend legten sie fast 1000 Personalverantwortlichen aus den USA 35 Statements vor, denen die Personalverantwortlichen zustimmen oder nicht zustimmen konnten. Eine Beispielaussage lautete Das Ausmaß, in dem Mitarbeiter das in Schulungen Gelernte auch im Job anwenden, ist im Wesentlichen davon abhängig, wie viel sie gelernt haben. Diese Aussage ist falsch, dennoch stimmten ihr viele Personalverantwortliche zu, siehe Kapitel 7 Personalentwicklung. Im Durchschnitt konnten nur 20% der Wissensfragen korrekt beantwortet werden. Das durch wissenschaftliches Vorgehen nach besten Maßstäben abgesicherte Faktenwissen kann demnach keinen praktischen Einfluss auf das tägliche Entscheidungshandeln im Personalbereich haben, da es nicht zur Kenntnis genommen wird. Der Research Practice Gap nach Lethem 2007 wird zudem dadurch angeheizt, dass das wissenschaftlich gesicherte Wissen selten so aufbereitet wird, dass es in der Praxis direkt anwendbar ist und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Für das Thema Wissenstransfer sieht sich die Forschung selten in der Pflicht. Vielversprechend sind Ansätze, die das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Praxis als wechselseitigen Austausch betonen. In der Praxis werden Probleme identifiziert, sodass eine möglichst praxisnahe Forschung entsteht. Im Gegenzug sollen Praktiker bei der Lösung von Problemen im Sinne der Evidenzbasierung Erkenntnisse aus der Forschung umsetzen. Dafür ist es von besonderer Notwendigkeit, dass universitäre Einrichtungen mit Organisationen in vielfältiger Weise kooperieren und dass Begegnungsmöglichkeiten z.B. in Form von Konferenzen immer wieder neu geschaffen und etabliert werden. Völlig kritiklos ist der Ansatz der Evidenzbasierten Praxis nicht zu Rezipieren. Auch Forschung ist oft nicht frei von Interessen Konflikten. In der Medizin werden z.B. überwiegend Therapien erforscht, die patentierbar und gewinnversprechend sind. Für öffentlich finanzierte Forschung z.B. über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Stiftungen etc. gilt, dass bevorzugt Fragestellungen erforscht werden, die vergleichsweise schnell und einfach publiziert werden können und die in universitäre Karrierestrukturen passen. Die Forschungserkenntnisse, auf deren Grundlage, Handlungs- und Entscheidungsgrundlagen erarbeitet werden sollen, unterliegen daher Verzerrungen. Völlig unzweifelhaft ist es hingegen, dass Wissenschaftler und Praktisch-Tätige besser miteinander kooperieren und mehr voneinander lernen sollten. Vergleiche Pfeffer und Satten 2006. Abschnitt 1.5 Vernetzung Fachgesellschaften Psychologen sind in verschiedenen Fachgesellschaften organisiert, siehe hierzu Tabelle 1.2 im gedruckten Buch. In der Fachgruppe Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie sind vor allem Wissenschaftler vertreten. Praktisch-tätige Psychologen werden durch die Sektion Wirtschaftspsychologie des Berufsverbandes deutscher Psychologinnen und Psychologen repräsentiert. Die Verbände stellen berufsbezogene Informationen bereit, fördern den Austausch, organisieren Fachkongresse, vertreten berufsständige Interessen gegenüber dem Gesetzgeber und anderen staatlichen Organisationen und betreiben Nachwuchsarbeit, zum Beispiel Doktorandenworkshops. Vergleiche ständig aktualisierte Tagungsplaner unter www.ohgrefe.de Studentische Mitglieder sind in den meisten Organisationen willkommen. Für Studierende bestehen die Vorteile einer Mitgliedschaft neben Informationen zu aktuellen Forschungskongressen sowie Weiterbildungen vor allem auch darin, Kontakte zu knüpfen und so frühzeitig ein Netzwerk aufbauen zu können. Dabei sind kleinere Konferenzen und Symposien von besonderem Wert, da sich mehr Interaktionsmöglichkeiten ergeben. Zeitschriften Aktuelle Forschungsergebnisse werden auf Kongressen vorgestellt und in einschlägigen Fachzeitschriften publiziert. In der gleichfolgenden Übersicht sind einige der renommiertesten Fachzeitschriften mit Bezug zur Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie dargestellt, bei denen eingereichte Fachbeiträge einem anonymen Begutachtungsverfahren unterzogen werden. Als wichtigste deutschsprachige Zeitschrift existiert die Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie. Praxisnah aufbereitet und mit Verweisen auf interessante aktuelle Forschung ist die Wirtschaftspsychologie aktuell gespickt. Die Personal Quarterly hat sich dem Ansatz des Evidence-Based Management verschrieben und ist ein Wissenschaftsjournal, das praxisrelevante aktuelle Forschung im gesamten Bereich des Personalmanagements für Personalprofis in Organisationen verständlich und prägnant aufbereitet. Vor allem Studierende, die ihre Abschlussarbeit in der Arbeits- und Organisationspsychologie schreiben wollen, erhalten durch die regelmäßige Lektüre von Artikeln aus Fachzeitschriften einen Überblick über aktuelle Themen. Übersicht Fachzeitschriften mit Bezug zu Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie in alphabetischer Reihenfolge Academy of Management Journal Academy of Management Review Administrative Science Quarterly Applied Psychology and International Review Ergonomics European Journal of Psychological Assessment European Journal of Work and Organisational Psychology Group and Organisation Management Human Factors Human Performance Human Relations Human Resource Management Industrial and Organisational Psychology International Journal of Selection and Assessment Journal of Applied Psychology Journal of Applied Social Psychology Journal of Business and Psychology Journal of Career Assessment Journal of Counseling Psychology Journal of European Industrial Training Journal of Management Journal of Managerial Psychology Journal of Occupational and Organisational Psychology Journal of Occupational Health Psychology Journal of Organisational Behavior Journal of Personal Psychology Journal of Personal Psychology Journal of Vocational Behavior Leadership Quarterly Organisational Behavior and Human Decision Processes Organisational Research Methods Organisation Science Personal Psychology Personal Quarterly Personal Review Small Group Research Work and Stress Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie Zeitschrift für Arbeitswissenschaft Kapitel 2 Vergangenheit und Zukunft der Arbeits- und Organisationspsychologie von Simone Kauffeld und Nils Christian Sauer Fallbeispiel Herr K. arbeitet in einer Versicherung, in der Schadensfälle bearbeitet werden. Seine Arbeitsgruppe behandelt dabei ausschließlich Fälle, die im Zusammenhang mit Unfällen stehen. Die Bearbeitung ist in einzelne Schritte unterteilt, die jeweils ein anderer Kollege ausführt. Der Gruppenleiter entscheidet, ob eine Schadensersatzforderung angenommen oder abgelehnt wird. Im Anschluss leitet er den Fall an Herrn K. weiter. Herr K. ist dafür verantwortlich, eine Akte von dem Fall anzulegen und alle wichtigen Informationen über den Unfallhergang zu sammeln. Wenn diese Aufgabe abgeschlossen ist, gibt Herr K. den Fall an einen Kollegen weiter, der den Schaden begutachtet und die Schadenshöhe einschätzt. Im Anschluss wird der Fall an einen weiteren Kollegen gegeben, der sich mit dem Versicherten in Kontakt setzt. So registriert Herr K. jeden Tag eine Vielzahl an Schadensfällen. Wenn er eine festgelegte Anzahl an Registrierungen im Monat übertrifft, bekommt er einen finanziellen Bonus. Die Tätigkeit ist immer dieselbe und die Anforderungen an Herrn K. sind dementsprechend gering. Seit einiger Zeit ist Herr K. sehr unmotiviert, wenn er morgens zur Arbeit geht. Auch seine Kollegen klagen über Eintönigkeit ihrer Arbeitstätigkeit. In der gesamten Arbeitsgruppe häufen sich die Krankheitsfälle. 1. Was sind die Hauptprobleme in der Arbeitsgruppe von Herrn K.? 2. Welche Ansätze gibt es, die Arbeitsgruppe zu reorganisieren? Die Auflösung dieses Fallbeispiels steht im Webex-Kurs Fall-Beispiel-Auflösung Kapitel 2 zu www.lehrbuch-psychologie.de Beispielende Abschnitt 2.1 Menschenbilder der Arbeits- und Organisationspsychologie Um die heutigen Konzepte, Theorien und Anwendungsfelder der Arbeits- und Organisationspsychologie verstehen zu können, ist es notwendig, einen Blick auf die Entwicklung des Faches zu werfen. Dabei wird deutlich, dass die Arbeits- und Organisationspsychologie von verschiedenen Menschenbildern geprägt ist, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Siehe hierzu auch die Abbildung 2.1 im gedruckten Buch. Menschenbilder stellen Bezugssysteme dar, die Werte der Gesellschaft und Verhaltensweisen der Individuen beeinflussen. In der Arbeits- und Organisationspsychologie haben Menschenbilder eine besonders herausragende Bedeutung, da sie dabei helfen, Bewertungsstandards und Gestaltungsrichtlinien für die Arbeitstätigkeit sowie für die Organisationsstrukturen zu verstehen. So wird hier Entstehungsgeschichte der Arbeits- und Organisationspsychologie im Folgenden in fünf Phasen mit unterschiedlichen Menschenbildern unterteilt. Der Economic Man Der Social Man Der Self-Actualizing Man Der Complex Man Und der Virtual Man Die erste Phase Economic Man Zitat aus Spranger 1914 Der ökonomische Mensch im allgemeinsten Sinne ist also derjenige, der in allen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Alles wird für ihn zu Mitteln der Lebenserhaltung, des naturhaften Kampfes ums Dasein und der angenehmen Lebensgestaltung. Zitat Ende Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die standardisierte Massenproduktion in rapide wachsenden Märkten. Dies führte zu wachsender Konkurrenz und einem Fokus auf Effektivität und Produktivität. In den USA standen zu dieser Zeit nur wenige qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung, deren Hauptaugenmerk darauf lag, genug Einkommen zur Lebenssicherung zu erzielen. So steht die erste Phase sinnbildlich für das Menschenbild des Economic Man. Diese Vorstellung geht von der Grundannahme aus, dass der Durchschnittsmensch verantwortungsscheu sei, nach der Maxime des größten Gewinns handele, hauptsächlich durch monetäre Anreize motivierbar sei und völlig zweckrational agiere. Der Betrieb wird als technisches System gesehen, an welches der Mensch angepasst werden sollte. Folgen für die Strukturierung von Unternehmen war eine weitgehende Vollmachten und Arbeitsteilung durch Unterscheidung von Kopf- und Handarbeit, Aufteilung ganzheitlicher Arbeitstätigkeit in kleinste Tätigkeitselemente durch Partialisierung, sowie Konzentration auf individuelle Anreizsysteme. Vergleiche Mankin 1978 Taylorismus Beispiel Frey beschreibt 1920 eine wissenschaftliche Betriebsführung im Rasiersalon. Beispiel Ende Beispiel Ende Der Ingenieur Frederick Winslow Taylor hatte Anfang des 20. Jahrhunderts das Konzept des Scientific Management entwickelt, das sich als wissenschaftliche Betriebsführung in allen industrialisierten Ländern durchsetzte. Das Konzept basierte auf Taylors und Gilbrets Zeit- und Bewegungsstudien aus dem Jahr 1911. Das Ziel Taylors war eine genaue Analyse des Arbeitsvorgangs. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die Arbeit zu erleichtern, sollte alles Unnötige ausgeschaltet werden. Die Arbeit sollte funktionsgerecht und möglichst ohne Ermüdung ausgeführt werden können. Hören Sie hierzu den folgenden Exkurs. Exkurs Tayloristische Zeit- und Bewegungsstudien Taylor beschreibt 1922 das Vorgehen in folgenden fünf Schritten. 1. Man suche 10 oder 15 Leute, die in der speziellen Arbeit, die analysiert werden soll, besonders gewandt sind. 2. Man studiere die genaue Reihenfolge der grundlegenden Operationen, welche jeder einzelne dieser Leute immer wieder ausführt, wenn er die fragliche Leistung verrichtet. Ebenso die Werkzeuge, die jeder einzelne benutzt. 3. Man messe mit der Stoppuhr die Zeit, welche zu jeder dieser einzelnen Operationen nötig ist, und ermittle dann die schnellste Art und Weise, auf die sie sich ausführen lässt. 4. Man schalte alle falschen, zeitraubenden und nutzlosen Bewegungen aus. 5. Nach Beseitigung aller unnötigen Bewegungen stelle man die schnellsten und besten Bewegungen, ebenso wie die besten Arbeitsgeräte tabellarisch in Serien geordnet, zusammen. Exkurs Ende 5. Man muss um zu ermitteln, was genau die angemessene Tagesleistung eines erstklassigen Arbeiters darstellt, welche Leistung also täglich von einem Arbeiter, ja aus, ja ein, erwartet werden kann, ohne dass dieser bei der Ausübung physischen oder psychischen Schaden erleidet. Insgesamt können so vier Prinzipien des Taylorismus zusammengefasst werden. 1. Die Arbeitsaufgabe wird in einzelne Arbeitselemente zergliedert. 2. Die bestgeeignetsten Arbeitskräfte werden ausgewählt und geschult. 3. Kopf und Handarbeit werden strikt voneinander getrennt. Das Management übernimmt die Planung und Überwachung und die Arbeiter die praktische Ausführung der Arbeit. 4. Zwischen Arbeitgebern und Nehmern herrscht Harmonie und herzliches Einvernehmen. Die Rationalisierungsmaßnahmen des Taylorismus bedeuteten für die Unternehmen eine drastische Erhöhung der Produktivität. In der Folge stiegen auch die Löhne der Arbeiter, sodass der Taylorismus eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellte. Während Taylor sich vor allem auf handwerkliche Arbeit und kleine Betriebe konzentrierte, wendete Henry Ford ab 1922 die Arbeitsteilung zur rationellen Organisation größerer Betriebe an. Das Ziel hinter diesem Konzept steht dabei sinnbildlich für die gesamte Zeitperiode – Erhöhung der Produktion um jeden Preis. 5 Prinzipien kennzeichnen den Fordismus, der die organisationale Grundlage für die industrielle Massenfertigung darstellt. Vergleiche dazu Stehle 1985. 1. Produkte werden typisiert. 2. In der Produktion werden Mechanisierung und Fließfertigung eingeführt. 3. Personalauswahl findet durch Eignungsuntersuchungen statt. 4. Zur Förderung kaufkräftiger Nachfrage werden hohe Löhne gezahlt und die Produkte zu niedrigen Preisen angeboten. 5. Gewerkschaften im Betrieb werden verboten. 5. Spezialisierung, Mechanisierung, Arbeitsteilung und technischer Fortschritt wurden für die Produktion genutzt. 5. So war das Fließband hilfreich, um den Arbeiter an seinen Arbeitsplatz zu binden und ihm das Tempo, die Taktung, vorzugeben. 6. Dadurch konnte Ford auf die Überwachung verzichten, die bei Taylor notwendig war. 7. Die zu verarbeitenden Teile waren bereits vorgefertigt und konnten direkt montiert werden, sodass eine Bearbeitung von Einzelteilen entfiel. 8. Dadurch wurden qualifizierte Kräfte nicht benötigt und es konnten ungelernte Arbeiter rekrutiert werden, die das Lohnniveau senkten. 9. Die hohe Fluktuation aufgrund von Unzufriedenheit wurde durch höhere Löhne kompensiert. 10. Dadurch hatten die Arbeiter mehr Geld zur Verfügung, sodass der Konsum stieg und in der Folge der Betrieb mehr Geld einnahm. 10. Durch Kostenminimierung in der Produktion entstand so ein preisgünstiges Produkt, das nun für viele Menschen erschwinglich wurde. Bei Ford zum Beispiel das Modell T, Tin Lizzy, später auch andere Güter. 10. Produktionsausweitung aufgrund der höheren Nachfrage führte zu höherer Arbeitskräften-Nachfrage. 11. Gleichzeitig wurden durch Rationalisierungsmaßnahmen weniger Arbeiter in der Produktion benötigt, sodass die höhere Effektivität zu höheren Gewinnen führte. 11. Schon früh wurde Kritik am Taylorismus laut. 12. Berühmt geworden ist vor allem der Film Modern Times von und mit Charles Chaplin, der eine Satire auf den Taylorismus in der Arbeitswelt darstellt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde eine Kommission zur Prüfung der Verhältnisse in der Industrie vom amerikanischen Kongress eingesetzt. 12. Kritikpunkte waren vor allem die Monotonie der repetitiven Arbeit, die ausschließliche Motivierung der Arbeit durch monetäre Anreize und die Sichtweise des Menschen als Maschine, dessen Ineffizienz durch die Gestaltung von Werkzeugen und Ablaufen kompensiert werden musste. 12. So stellte der Mensch nach Mänken 1978 einen Faktor im Produktionsprozess dar, der zum Zweck der Produktionssteigerung manipuliert werden musste. Weitere Kritikpunkte waren die Förderung einer Zweiklassengesellschaft von Durchschnittsmenschen und Denkern sowie die hohe physische und psychische Belastung, siehe Kapitel 12. Monotonie und einseitige Belastungen wurden begünstigt, da nicht zwischen geistiger und körperlicher Arbeit gewechselt wurde. Darüber hinaus konnten durch die einseitige Verrichtung körperlicher Arbeit kognitive Fähigkeiten nicht in der Arbeit weiterentwickelt werden. Fähigkeiten, die nicht genutzt werden, verkümmern, wie es in Disuse, Hypothese von Berkowitz und Green 1965, beschrieben wird. Trotz dieser Vielzahl an Kritikpunkten hat in den letzten Jahren vor allem in der Automobilindustrie eine Retailerisierung eingesetzt. So geben ganzheitliche Produktionssysteme methodische Standards vor, die bei der Ausführung der Arbeitstätigkeit befolgt werden müssen. Dabei wird nach dem Best-Practice-Ansatz der effizienteste Weg zur Ausführung der Tätigkeit gesucht, der im Anschluss standardisiert wird. Diese Standards sind nötig, um die immer komplexeren Produktionsabläufe überhaupt bewältigen zu können. Der fehlenden Flexibilität dieses Ansatzes wird durch die aktive Mitwirkung der Mitarbeiter bei der Entwicklung und Optimierung der Routinen und Standards versucht entgegenzuwirken. So wird die rigide Trennung von ausführender und planender Tätigkeit aufgehoben. Daher wird heutzutage von einem partizipativen Taylorismus gesprochen. Hören Sie dazu den folgenden Exkurs »Heutige Managementansätze auf Grundlage des Taylorismus«. Exkurs »Heutige Managementansätze auf Grundlage des Taylorismus«. Der Taylorismus stellt die Grundlage für eine Vielzahl heutiger Managementphilosophien dar. Diese beinhalten jedoch nur noch selten die klassische Trennung von Hand- und Kopfarbeit, wie zum Beispiel bei Methods Time Measurement. Stattdessen lautet das Ziel höchste Effizienz durch Optimierung, Minimierung von Verlusten und Ausschalten überflüssiger Prozesse. 1. Methods Time Measurement, abgekürzt MTM, ist eine Methode zur Analyse von Arbeitsabläufen. Der Arbeitsablauf wird auf Grundbewegungen zurückgeführt, für die empirisch ermittelte Zeiten bestehen. Diese Grundbewegungen umfassen kleinste Bewegungsabläufe wie Greifen, Bringen oder Gehen. So wird eine vorbestimmte Zeit zur Ausführung der Arbeitstätigkeit ermittelt. Methods Time Measurement stellt eine Weiterentwicklung der Bewegungsstudien von Taylor dar. 2. Ganzheitliche Produktionssysteme versuchen, die relevanten Methoden und Instrumente für eine reibungslose Produktion im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise aufeinander abzustimmen. Dabei werden die verwendeten Instrumente in einen systematischen Zusammenhang gebracht und als Standard festgelegt. 3. Lean Production stellt eine Produktionsorganisation dar, bei der versucht wird, auf allen Ebenen des Unternehmens höchste Effizienz durch das Weglassen aller überflüssigen Arbeitsvorgänge zu erreichen. 4. Just-in-Time Production bedeutet Produzieren und Liefern auf Abruf. Es stellt ein Produktionssystem dar, das zum Ziel hat, einen kontinuierlichen Materialfluss entlang der Lieferkette zu schaffen, sodass Lagerbestände minimiert werden können. 5. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, abgekürzt KVP, stellt ein Management-System dar, dessen Leitidee kontinuierliche, schrittweise Optimierung auf allen Unternehmensebenen ist. 6. Total Productive Maintenance, abgekürzt TPM, stellt ein umfassendes Produktionssystem zur Instandhaltung und Verbesserung aller Unternehmensbereiche durch Minimierung von Verlusten dar. Dabei basiert das Total Productive Maintenance Konzept vor allem auf Kennzahlen, mit denen die Effektivität der Nutzung der Produktionsanlage gemessen wird. 7. Total Quality Management, abgekürzt TQM, bedeutet die Initiierung und Kontrolle eines unternehmensweiten kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Dabei umfasst die Qualitätssicherung alle Unternehmensprozesse und das Qualitätsmanagement wird auf die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden bezogen, mit dem Ziel höchster Kundenzufriedenheit. 8. Six Sigma stellt eine Methode des Qualitätsmanagements dar, bei der Unternehmensprozesse mit statistischen Methoden definiert, gemessen, analysiert, verbessert und gesteuert werden. 9. Business Process Re-Engineering, abgekürzt BPR, beschreibt die grundlegende Neuorganisation aller Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Dabei konzentriert man sich auf die Kernkompetenzen des Unternehmens und die Unternehmensprozesse werden auf den Kunden ausgerichtet. Exkurs Ende Psychologen haben den Taylorismus zumeist abgelehnt. Auch heute beschäftigen sich leider vor allem Ingenieure im Industrial Engineering mit Methoden zur Analyse von Arbeitsabläufen. Einen bedeutsameren Einfluss auf die Entwicklung der Arbeits- und Organisationspsychologie hatte eine Bewegung, die ebenfalls zur Jahrhundertwende entstand, die industrielle Psychotechnik. Psychotechnik Definition Psychotechnik stellt die Anwendung psychologischer Konzepte zur Optimierung der Arbeitstätigkeit und Arbeitsmittel dar. Aufgaben der Psychotechnik betreffen vor allem wirtschaftliche Fragen, bei denen psychische Arbeit verrichtet wird und die wesentlich von psychischen Prozessen beeinflusst werden. Definition Ende Der Begriff der Psychotechnik geht auf den Begründer der differenziellen Psychologie, William Stern, zurück. Geprägt wurde er jedoch durch Hugo Münsterberg, der als Begründer der Wirtschaftspsychologie gilt. Dessen Verwunderung darüber, dass auf dem Deutschen Psychologenkongress des Jahres 1912 in Berlin wirtschaftspsychologische Fragen völlig unberührt blieben, veranlasste ihn sein Buch Psychologie und Wirtschaftsleben zu schreiben. In diesem Buch skizzierte Münsterberg in sehr differenzierter Form Themen der Wirtschaftspsychologie, die noch heute große Relevanz haben, unter anderem Eignung und Auslese, Übung, Leistung und Arbeitsgestaltung. Den Fokus legte Münsterberg dabei auf die Eignungsdiagnostik zur Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums. Er nutzte ganz gezielt experimental-psychologische Erkenntnisse und Methoden. Die Anwendungsgebiete der Psychotechnik wurden nach Giese 1927 in Subjekt- und Objektpsychotechnik unterteilt. Dabei befasste sich die Subjektpsychotechnik mit der Anpassung des Menschen an die Arbeitsbedingungen durch Selektion, während die Objektpsychotechnik sich mit der Anpassung der Arbeitsmittel und Bedingungen an die psychische Natur des Menschen beschäftigte. Die Objektpsychotechnik fand wenig Zuspruch, sodass es zu einer starken Fokussierung auf Eignungsdiagnostik kam. Einen starken Aufschwung erlebte die Psychotechnik während des Ersten Weltkriegs. Psychotechnische Verfahren wurden in der kriegswirtschaftlichen Mangelökonomie angewendet, um menschliche Arbeitskraft möglichst sparsam einzusetzen und schnell ersetzen zu können. Unter den angewandten Techniken sind vor allem Eignungsuntersuchungen zur Verkürzung der Anlernzeiten oder der Ausbau der Berufsberatung zur Vermeidung von Zeitverlusten durch Fehlentscheidungen zu nennen. So wurden nach Angaben von Jäger und Stäuble 1981 in den USA ca. 2 Millionen Menschen in 15 Monaten für das Militär mit Tests zu Lese- und Schreibkenntnissen getestet. Die starke Eingrenzung der Psychotechnik auf wirtschaftliche und technische Arbeitsaspekte und damit auf Themen der Subjektpsychotechnik führte dazu, dass sie in die Kritik geriet. Die Leistung der Psychotechnik ist in beiden Ansätzen zu sehen. Die Subjektpsychologie entwickelte Konzepte der Eignungsdiagnostik, die heutige Methoden der Personalauswahl stark beeinflusst haben. Die Objektpsychotechnik machte die Probleme der Monotonie und Entmenschlichung der Arbeit erstmals zum Thema wissenschaftlicher Forschung. Siehe dazu auch Friedmann 1953. Die zweite Phase. Social Man. In den 1930er Jahren rückten soziale Aspekte der Arbeit vermehrt in den Fokus und der Betrieb als soziales System wurde entdeckt. Das Menschenbild dieser Phase entsprach einem auf interpersonellen Kontakt ausgerichteten Menschen, dem sogenannten Social Man, dessen Arbeitsmotivation und Zufriedenheit von der Möglichkeit zur Kommunikation mit Kollegen, Teilnahme an Entscheidungen und zwischenmenschlichen Beziehungen abhängt. Vergleiche Schein 1988 Hearthstone-Studien Der Paradigmenwechsel vom Economic Man zum Social Man wurde elementar von den sogenannten Hearthstone-Studien beeinflusst, die in den Jahren 1927 bis 1932 von Mayo, Röthlisberger und Dixon durchgeführt wurden. In diesen Studien wurde zum Beispiel der Einfluss unterschiedlicher Umweltbedingungen auf die Arbeitsleistung durch Variation der Beleuchtung, der Arbeitszeiten und der Pausen untersucht. Die Ergebnisse zeigten überraschenderweise, dass fast jegliche Veränderung der Umweltbedingungen zu einer Verbesserung der Arbeitsleistung führte und diese auch zunahm, wenn die Verbesserung der Arbeitssituation wieder rückgängig gemacht wurden. Die Resultate ließen sich nur mit dem Einfluss der sozialen Situation erklären. Das Leistungsverhalten der Arbeiterinnen wurde entscheidend durch das Verhalten anderer Personen beeinflusst. Beziehungen und Kommunikationswege innerhalb eines Unternehmens sowie die Normen von Arbeitsgruppen beeinflussten die Produktivität. Durch diese Ergebnisse rückte die motivationale und emotionale Bedeutung sozialer Beziehungen in Organisation. Der Arbeitsplatz wurde als soziales System begriffen. In späteren Jahren kam vielfach grundlegende Kritik an den Hafer und Studien auf. So wurden vor allem methodische Mängel offensichtlich. Beispielsweise kritisierte Walter Busch in einer Veröffentlichung von 1989 die Auswahl der Stichprobe, die Konzentration auf eine rein weibliche Gruppe und die regelmäßige Rückmeldung der Leistung. Die in der Folge entstehende Human Relations Bewegung, die von der Michigan-Schule um Lewin, Katz, Kahn, Likert und Tannenbaum angeführt wurde, propagierte in den 1940er und 1950er Jahren ein Menschenbild, das soziale Motivationen in den Vordergrund stellte und von der Annahme ausging, dass der Mensch in seinem Verhalten weitestgehend von den Normen seiner Arbeitsgruppe bestimmt wird. Aufgrund dieser Annahmen standen im Human Relations Ansatz die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb von Organisationen im Vordergrund. Einerseits innerhalb von Arbeitsgruppen, andererseits zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Der Forschungsfokus lag auf Fragen der Gruppendynamik und dem Einfluss unterschiedlicher Führungsstile. So wurde systematisch Teamarbeit gefördert, um eine Erhöhung der Arbeitszufriedenheit zu erreichen und in der Folge eine Leistungssteigerung zu bewirken. Führungskräfte sollten als Sprachrohr zwischen Arbeitnehmern und Gebern agieren. Durch Eingehen auf das psychologische Empfinden der Mitarbeiter sollten die Vorgesetzten die sozialen Bedürfnisse der Arbeiter nach Anerkennung und Identität befriedigen und so ihre Leistungsmotivation erhöhen. Über die Veränderung der sozialen Struktur in Organisationen hinaus wurden jedoch keine Ansätze zur Veränderung der Arbeitsstrukturen und Prozesse entwickelt. Die Einführung halbkreisförmiger Fließbandanlagen zur Verbesserung der Kommunikation unter den Arbeitern veränderte die Arbeitsaufgabe an sich nicht, sodass die tayloristische Arbeitsteilung in einem Großteil der Unternehmen weitergeführt wurde. Die dritte Phase Self-Actualizing Man In den 1950er Jahren kam es immer häufiger zu hohen Fluktuationsraten, langen Fehlzeiten und Streiks. Dies waren Kennzeichen einer Krise der Arbeitsmotivation, wie es Herrick und Maccabee 1975 beschrieben. In Unternehmen, in denen die tayloristische Arbeitsteilung noch nicht abgeschafft worden war, breitete sich Unzufriedenheit aus. Als Reaktion auf die Probleme trat ein Forschungsansatz in den Vordergrund, der den Human Relations Ansatz weiterentwickelte. Dabei wurden über die Untersuchung zwischenmenschlicher Beziehungen hinaus die menschlichen Arbeitsressourcen in den Vordergrund des Interesses gestellt. Arbeitsinhalte, Aufgabenerweiterung und Arbeit in teilautonomen Gruppen stehen im Mittelpunkt der Human Resources Bewegung mit dem Ziel, das Bedürfnis der Arbeiter nach Selbstverwirklichung zu erfüllen. Um dies zu erreichen, wurde eine verstärkte Humanisierung der Arbeit gefordert. Hören Sie dazu den folgenden Exkurs. Human Resource Theory Exkurs Human Resource Theory Obwohl Menschen naturgemäß gerechte extrinsische Belohnungen, zum Beispiel angemessene Bezahlung, für ihre Arbeitsleistung erhalten und Gewinn aus der Interaktion mit anderen bei der Arbeitstätigkeit ziehen wollen, sind für sie darüber hinaus folgende Themen bedeutsam. Vergleiche dazu Miles 1965 1. Menschen benötigen das Gefühl, einen nützlichen Beitrag zu leisten. Die Arbeit soll ihnen die Möglichkeit bieten, innovativ und kreativ zu sein, sodass sie ein Gefühl von Autonomie spüren und Feedback zu ihren Leistungen erhalten. Unter solchen Bedingungen sind Menschen hoch motiviert. 2. Vorgesetzte befürworten die Idee, Planziele mithilfe der Mitarbeiter zu setzen, z.B. einvernehmliche Ziele, um eine Bindung der Mitarbeiter an die organisationalen Ziele zu steigern. 3. Vorgesetzte beteiligen Mitarbeiter an diversen Problemlöseaktivitäten, z.B. gemeinsames Problemlösen. 4. Für einen optimalen Arbeitsablauf in der Organisation gibt es verschiedene Formen der Kommunikation, vertikal, auf- und abwärts und horizontal. 5. Mitarbeiter stellen wichtige Ressourcen der Organisation dar, z.B. menschliches Kapital, und müssen gefördert werden, sodass Training und Entwicklung eine herausragende Bedeutung haben. Exkurs Ende Das Menschenbild dieser dritten Phase ist der Self-Actualizing Man. Seine Motivation zur Arbeit basiert auf dem Ausmaß der Autonomie und Kontrolle, die er bei seiner Arbeitstätigkeit hat. Durch die Möglichkeit, autonom zu handeln, kann der Arbeiter seine Ziele und die Regeln zur Zielerreichung selbstbestimmt setzen. Durch die selbstständige Kontrolle seiner Arbeitstätigkeit kann er die Situationen zur Zielerreichung direkt beeinflussen. Dadurch bietet ein hohes Maß an Autonomie und Kontrolle dem Arbeiter die Möglichkeit, bei der Ausführung seiner Tätigkeit innovativ und kreativ zu sein und sich so in seiner Arbeit selbst zu verwirklichen. Vergleiche dazu Grote 1997 Die Forderung der Human Resources Bewegung nach Humanisierung der Arbeit basierte vor allem auf den Untersuchungen zur Arbeitsmotivation von Meslow und Hertzberg. Meslow hatte ein Modell der Hierarchie menschlicher Bedürfnisse aufgestellt, welches von dem Grundgedanken ausgeht, dass Motivation auf der Erfüllung einer Reihe von Bedürfnissen basiert, die untereinander in hierarchischer Beziehung stehen. Wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, tritt es nächsthöhere an seine Stelle und gewinnt an motivationaler Bedeutung. Siehe auch Kapitel 10 Einen anderen Ansatz in Bezug auf Arbeitsmotivation sah Hertzberg in seiner Zwei-Faktoren-Theorie der Motivation. So ging er davon aus, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, die voneinander unabhängig sind. Eine geringe Ausprägung von Faktoren, die zu Zufriedenheit führen, löst also nicht automatisch Unzufriedenheit aus. Diese Faktoren werden von Hertzberg Motivatoren genannt. Sie verändern die Zufriedenheit, ihr Fehlen führt jedoch nicht zwangsläufig zu Unzufriedenheit. Dasselbe Prinzip gilt für Faktoren, welche bei positiver Ausprägung die Entstehung von Unzufriedenheit verhindern, denn sie tragen nicht gleichzeitig zur Zufriedenheit bei. Diese Faktoren werden von Hertzberg Hygienefaktoren genannt. Siehe auch Kapitel 10 Die Zwei-Faktoren-Theorie stellte die Arbeitsinhalte in den Mittelpunkt des Interesses. Auf dieser Theorie beruht das Job-Enrichment-Konzept. Dieses sieht eine vertikale Umstrukturierung der Arbeitstätigkeit vor. Dabei erhalten Mitarbeiter zu ihren bisherigen Arbeitstätigkeiten zusätzliche Aufgaben auf einem höheren Anforderungsniveau. Dem Mitarbeiter wird so mehr Verantwortung und Kontrolle zugeteilt. Siehe auch Kapitel 11. Beispiel Job-Enrichment im Einkauf Frau F. arbeitet schon seit einigen Jahren im Vertrieb eines großen Unternehmens. Bisher hatte sie lediglich die Aufgabe, Bestellungen zu schreiben. Im Rahmen einer Umstrukturierungsmaßnahme im Unternehmen wird ihr zusätzlich die Aufgabe übertragen, Lieferanten auszuwählen und Reklamationen abzuwickeln. Ihre Tätigkeit ist durch die zusätzlichen Aufgaben sehr viel komplexer geworden. Gleichzeitig hat Frau F. nun mehr Verantwortung und Kontrolle erhalten. Beispiel Ende Soziotechnischer Systemansatz Auf Basis der Teivistock-Studien, welche den Einfluss unterschiedlicher Arbeitsmethoden auf soziale Systeme untersuchten, entstand der soziotechnische Systemansatz. Das soziotechnische System eines Unternehmens besteht aus zwei Komponenten, die nicht voneinander trennbar sind. Die soziale Teilkomponente stellen die Mitarbeiter dar, welche die Maschinen bedienen. Die technische Teilkomponente sind die Maschinen in einer Produktionsstraße. Der Erfolg eines Unternehmens hängt von der Interaktion des sozialen und technischen Teilsystems ab. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Mensch-Maschine-Kommunikation und die Interaktion technischer Komponenten spielen eine bedeutsame Rolle. Nach Trist und Kollegen, 1963, ist eine Organisation also nicht ein rein technisches System mit Individuen, die ersetzbar sind und an die technischen Mittel angepasst werden müssen. Die Bedeutung dieser Befunde liegt vor allem in ihrem Einfluss auf Maßnahmen der Arbeitsgestaltung in Unternehmen. So wurde im Jahr 1974 eines der größten deutschen Forschungs- und Umsetzungsprogramme mit dem Ziel der Humanisierung des Arbeitslebens durchgeführt. Eine Beschreibung des Forschungsprogramms findet sich bei Salva und Fumaniak 1981. Zentrale Aspekte dieses Programms waren die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verbesserung der Qualifikation der Arbeiter sowie Steigerung des Handlungsspielraums bei der Arbeit. Die Aufhebung extremer Arbeitsteilung, die Kombination vorbereitender, instandhaltender und ausführender Tätigkeiten, die Einführung flacher Hierarchien und dezentraler Entscheidungsstrukturen sowie die Möglichkeiten zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz waren wichtige Bestandteile des Programms. Auch wenn die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Programms in der Praxis fraglich blieb, stellt es einen wichtigen ersten Schritt zur Humanisierung der Arbeit in Deutschland dar. Die Menschenbilder der zuvor beschriebenen Phasen haben gemeinsam, dass sie alle Vereinfachungen der betrieblichen Umwelt darstellen. Die Wirklichkeit ist jedoch sehr viel komplexer als die Annahmen der vorhergehenden Phasen zum Ausdruck bringen. So hat sich in der Folge das Menschenbild des Complex Man durchgesetzt. Dieses darf nicht im Widerspruch zu den vorherigen Menschenbildern gesehen werden. Stattdessen versucht es, die Aspekte, die in den zuvor beschriebenen Menschenbildern getrennt betont wurden, zu integrieren. Das zentrale Merkmal ist, dass sich Menschen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Bedürfnisse, Motive, Werte und Ziele interindividuell unterscheiden. Darüber hinaus können sich menschliche Bedürfnisse in der persönlichen Entwicklung verändern. Durch Erfahrungen im Arbeitsleben und in der Organisation können sich Bedürfnisse verändern und neue Motive entstehen. Sie sind abhängig von der jeweiligen Lebenssituation und können von Person zu Person unterschiedliche Bedeutungen haben. Motive des Menschen sind nicht unabhängig voneinander, sondern zu einem komplexen Muster verwoben. Bedürfnisse können durch eine Vielzahl an Mitteln befriedigt werden. Auch kann eine einzelne Person innerhalb einer Organisation unterschiedliche Motive verfolgen. Das Gesamtmuster von Zielen und Motiven besteht so aus einer komplexen Sequenz von Interaktionen zwischen anfänglichen Bedürfnissen und organisationalen Erfahrungen. Die Interaktion verschiedener Bedürfnisse kann dabei sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation haben. Arbeitszufriedenheit kann jedoch nur teilweise auf verschiedene Motivmuster zurückgeführt werden, da weitere Variablen, z.B. die Fähigkeiten des Mitarbeiters und organisationale Faktoren, z.B. die Art der Aufgabe und das Betriebsklima, Einfluss auf die Bewertung der Arbeit haben. Vergleiche Schein 1988 Aus diesen Annahmen resultiert für die Forschung die Erkenntnis, dass es nicht eine allgemeingültige Managementstrategie gibt, die zu jeder Zeit für alle Menschen die einzig richtige ist. Stattdessen können Mitarbeiter auf sehr unterschiedliche Art und Weise auf dieselbe Strategie reagieren. Diese Erkenntnis gilt auch für Führungsverhalten. Es gibt kein Patentrezept, wie alle Mitarbeiter geführt werden müssen. Stattdessen ist eine differenzierte Analyse der Situation, der Person und ihrer Beziehung nötig. Durch die Betonung individuell unterschiedlicher und situationsabhängiger Bedürfnisse stellt das Menschenbild des Complex Man insgesamt hohe Anforderungen an das Management und die Führungskräfte von Organisationen. Seit den 1970er Jahren haben diese Erkenntnisse zu einer Konzentration auf eine partizipative und differenziell dynamische Arbeitsgestaltung geführt. Durch Wahlmöglichkeiten, Angebote verschiedener Arbeitsformen und Mitsprache bei betrieblichen Gestaltungsmaßnahmen werden individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt. Dabei ist Jobcrafting als Arbeitsgestaltungsmaßnahme in den Fokus der praktischen Anwendung in Organisationen gerückt. Röschniewski und Daten 2001 Die Idee hierbei ist, dass viele Funktionen flexibel ausgefüllt werden können. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Tätigkeiten zu verlagern, die sie wirklich gut können. Sie können ihre Aufgaben neu organisieren und formen, damit sie besser zu ihren Stärken und Bedürfnissen passen und von denen lassen, bei denen ihre Leistung schwächer ist. Beispiel Jobcrafting Herr S. tritt eine neue Stelle als Assistent der Geschäftsführung an. Die vorherige Stelleninhaberin, Frau R., hatte hervorragende Arbeit geleistet. Die Stelle umfasst die Aufgabe, die monatlichen Finanzberichte für die Geschäftsführung aufzubereiten. Frau R. hatte ihre Finanzkenntnisse genutzt, um ein System zu entwickeln, mit dem sie die Ergebnisse der monatlichen Finanzberichte aller Projekte in einer kurzen Übersicht zusammenfasste. Ihr Nachfolger, Herr S. dagegen, hat ein Faible für Grafikdesign. Deshalb überarbeitet er die Finanzberichte, sodass wichtige Informationen grafisch hervorgehoben werden und schneller ersichtlich sind. Beide lösen ihre Aufgabe, der Geschäftsführung die Finanzberichte übersichtlich aufzubereiten, auf unterschiedliche, aber gleichzeitig effiziente Weise. So haben beide ihre Arbeitsaufgabe flexibel ausgelegt und an ihre individuellen Stärken angepasst. Beispiel Ende Darüber hinaus kam es zu einer zunehmenden Flexibilisierung und Deregulierung in der Arbeitswelt, sodass sich das klassische Bild der Arbeit drastisch veränderte. Die Arbeitswelt wurde immer mehr von umwälzenden Veränderungen und Innovationen beeinflusst. Dies führte einerseits zum verstärkten Einsatz von Arbeitsformen mit erweiterter Autonomie, wie Projekt- und Gruppenarbeit, andererseits zu einer veränderten Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Im Fokus dieser Beziehung stand nicht mehr die Beschäftigungssicherheit der Organisation, sondern die Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers, Englisch Employability. Die klassische Arbeitsbiografie im Sinne einer lebenslangen Beschäftigung bei einem einzigen Betrieb, von der Lehre bis zur Pensionierung, und das Ausführen des erlernten Berufs während der gesamten Berufstätigkeit wurden seltener. Stattdessen prägte immer häufiger ein Mix unterschiedlicher Erwerbsbeschäftigungen, von kurzfristigen Erwerbsverhältnissen über Leiharbeit bis hin zu Teilzeitarbeit die Lebensläufe von Arbeitnehmern. Die Tätigkeit bei einer Vielzahl an Arbeitgebern und das Ausführen verschiedener Berufe wird die Regel. Dieser neue Typus des Arbeitnehmers wurde unterschiedlich bezeichnet. Während Pinchot 1988 ihn als Unternehmer im Unternehmen deklarierte, verstanden Voss und Pongratz darunter den Arbeitskraftunternehmer. Er ist charakterisiert durch eine erweiterte Selbstkontrolle, Zwang zu verstärkter Vermarktung der eigenen Arbeitsfähigkeit und Vertrieblichung des alltäglichen Lebens. So muss der Arbeitskraftunternehmer seine Arbeit selbstständig organisieren können. Dabei steht er unter dem Zwang, seine Arbeitsfähigkeit inner- und außerbetrieblich als Marke anzubieten und alle privaten und beruflichen Ressourcen zur Arbeitsorganisation zu nutzen. Der Arbeitnehmer ist selbst verantwortlich für seine Beschäftigungsfähigkeit und kann sich nur noch auf seine eigene Kompetenz verlassen. Lebenslanges Lernen und die stete Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen wird für jeden Arbeitnehmer Pflicht. Siehe auch Kauffeld 2006. Die fünfte Phase Virtual Man Seit den 1990er Jahren befindet sich unsere Gesellschaft in einer Phase des Wandels. Die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien führte zu einer Transformation der Art und Weise, wie wir zusammen leben, arbeiten, kommunizieren und unsere Freizeit verbringen. Dabei sieht sich der Mensch in der modernen Informationsgesellschaft mit einem Mehr an Optionen konfrontiert. Diese Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten zieht sich durch alle Lebensbereiche, sodass von Groß ab 1994 der Begriff der Multioptionsgesellschaft geprägt wurde. Dieser Wandel wird durch vier Prozesse gekennzeichnet. Enttraditionalisierung, Optionierung, Individualisierung und Netzwerkbildung 1. Enttraditionalisierung Mit der Enttraditionalisierung wird der Verlust von Traditionen als Handlungsvorgaben beschrieben. Traditionen als kulturelle Richtlinien, nach denen Entscheidungen getroffen wurden und die ein Gefühl der Stabilität im Alltag vermittelten, gibt es nicht mehr. In der modernen Informationsgesellschaft führen die neuen Kommunikationstechnologien dazu, dass die Menschen ständig zwischen verschiedenen, gleichwertigen Alternativen wählen müssen. Für diese gibt es jedoch keine kulturellen, tradierten Richtlinien, sodass neue Orientierungsmuster entwickelt werden müssen. 2. Optionierung Sie ist mit dem Prozess der Enttraditionalisierung eng verbunden. So haben die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien dazu geführt, dass sich die Handlungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen vervielfältigt haben. Dadurch steht der Mensch heute in alltäglichen Situationen jederzeit unter dem Druck, zwischen unzähligen Alternativen wählen zu müssen. 3. Individualisierung Durch Enttraditionalisierung und Optionierung kommt es zu einer immer stärkeren Individualisierung. Jeder Mensch muss für sich selber ohne die Hilfe traditioneller Richtlinien zwischen den unterschiedlichen Alternativen wählen, sodass jeder seinen eigenen, individuellen Weg geht. Dies führt nach Dimas 1999 zu einem Zustand permanenter Ungewissheit, denn die Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Menschen, welche denselben Weg eingeschlagen haben, werden geringer. Es sind flexible Bewältigungsstrategien gefordert. Zum einen durch erhöhte und teils widersprüchliche Anforderungen der Arbeitswelt, siehe Pongratz 2004, zum anderen durch familiäre Verpflichtungen in Zeiten der Erosion des Sozialen, wie Vossler es 2005 bezeichnete. Infolge dieser Entwicklung steigt die Nachfrage an professionellen Problemlösungskompetenzen und Ressourcen, was sich wiederum in einem rasanten Wachstum einer disziplinübergreifenden Beratungsbranche abzeichnet. Vergleiche dazu Lippet & Lippet 2006 sowie Steinebach 2006. Inzwischen ist kaum ein Lebensbereich zu finden, für den es kein Beratungsangebot gibt. Soziologen wie beispielsweise Giddens 1991 oder Schützeichel & Brüse Meister 2004 sprechen daher von der Beratungsgesellschaft und einer Therapeutisierung unserer Gesellschaft. Vergleiche Faircloth 1992, Cameron 2000 und Furedi 2004. Diverse Beratungsformate, die von der Hoffnung auf Orientierung gespeist werden, boomen. Siehe auch Kapitel 4 und 7. Coaching hat sich nach Angaben von Pelletier 2010 innerhalb der wachsenden Beratungsbranche als ein zentrales Beratungsformat etabliert. Viertens Netzwerkbildung Dieses Gefühl der Unsicherheit führte dazu, dass Menschen mehr denn je soziale Netzwerke aufbauen. Der Aufbau und die Pflege von Beziehungsgeflechten haben in der modernen, schnelllebigen Gesellschaft enorm an Bedeutung gewonnen. Sie dienen dazu, im endlosen Informationsstrom die persönlich wichtigen Informationen zu filtern und im Rahmen der zunehmenden Individualisierung mit aktuell bedeutsamen Personen und früheren Wegbegleitern in Kontakt zu bleiben, um so ein Gefühl der Sicherheit und Gemeinschaft zu erhalten. Dabei bedienen sich die Menschen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, indem sie Online-Plattformen wie Facebook oder Xing nutzen, um unabhängig von räumlichen und zeitlichen Vorgaben ihre sozialen Netzwerke zu pflegen. Im Zuge dieser Entwicklung und der Betonung des technologischen Wandels sprechen Wehn und Fracking 2006 vom Menschenbild des Homo sapiens. Dieses ist gekennzeichnet durch die Fähigkeit, sich flexibel und mühelos an neue Technologien anzupassen, eine Neigung zu Kooperation und Aktivität in Netzwerken sowie eine Präferenz für Bilder und Symbole. Der Übergang zu einer digitalisierten Gesellschaft setzt sich auch in der Wirtschaft fort und hat dabei dramatischen Einfluss auf die Prozesse und Abläufe in Organisationen. Menschen arbeiten virtuell miteinander oder in Netzwerken. Sie kommunizieren immer häufiger computervermittelt und standortübergreifend. Siehe dazu auch Kapitel 8 und den Webex-Kurs Virtuelle Teams unter www.lehrbuch-psychologie.de. Die Arbeit wird immaterieller. Das Fräsen, Schrauben und Montieren übernehmen Maschinen. Für den Menschen bleibt dagegen das Planen, Organisieren und Beraten. Menschen sind gefragt, um ein Problem zu lösen, eine Kundenanfrage zu verstehen und dieser gerecht zu werden. Selbst bei der Herstellung eines Autos liegt der wachsende Zeitanteil in der immateriellen Gedankenarbeit. Ein Problem kann in fünf Minuten oder erst in zwei Wochen gelöst sein. Dies hängt ganz davon ab, wie das Wissen der beteiligten Mitarbeiter verteilt ist, wie auf es zugegriffen werden kann und wie es zusammengetragen werden kann. Es kommt darauf an, zu wissen, wer welche Kenntnisse hat und wer wie mit wem auch über Standorte, Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg oft ohne Kontakt von Angesicht zu Angesicht zusammenarbeiten kann. Zukunftsforscher wie Erik Händeler 2005 beschreiben diese Veränderungen in Anlehnung an die Theorie der langen Wellen als einschneidenden Umbruch in unserer Wirtschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung folgt nach der Theorie der langen Wellen in sogenannten Kondratiev-Zyklen, auf Deutsch Konjunkturzyklen. Ein Konjunkturzyklus kann dabei bis zu 50 Jahre und länger dauern, bis die vorherrschende Entwicklung erschöpft ist und ein Umbruch stattfindet. Die Theorie der Kondratiev-Zyklen wird gern am Beispiel der Dampfmaschine verdeutlicht. Vor der Erfindung der Dampfmaschine wurde ein Produktionsengpass erreicht. Die Warenproduktion konnte mit dem vorhandenen Potenzial an Menschen nicht weiter gesteigert werden. Erst durch die Dampfmaschinen wurde neues Wachstum möglich, bis es zu einem neuen Engpass kam. Die fehlende Möglichkeit, die Waren an entfernte Orte zu transportieren, verhinderte das Erschließen weiterer Märkte. Erst durch die Eisenbahn konnten diese erobert werden. Der Theorie der langen Wellen folgend, argumentiert Händler 2005, dass wir in unserer momentanen Wirtschaftssituation einen Punkt erreicht haben, bei dem weitere Produktionssteigerungen durch den Einsatz von Computern kaum noch möglich sind. Optimierungspotenzial liegt dagegen im Umgang der Menschen mit der Technik und untereinander. Die technologischen Voraussetzungen für eine weltweite Vernetzung, den direkten Zugriff auf Fachwissen und frei zugängliche Informationen sind vorhanden. In der heutigen Wissensgesellschaft sind die Informationen jedoch so komplex geworden, dass ein Einzelner trotz dem prinzipiellen Zugang zu den Informationen und zur Wissensaneignung sie kaum überblicken kann und keine Zeit hat, sich tiefgreifend in alle Aspekte und Details einzuarbeiten. Das Informationsverhalten und die Arbeitsweise der Menschen, verbunden mit entsprechenden Arbeitsprozessgestaltungen, muss sich ändern. Es ist entscheidend, auf einzelne Experten zugreifen zu können, die Gelegenheit hatten, sich in die Tiefe von Sachverhalten einzuarbeiten, sowie willens- und fähig sind, miteinander zu kooperieren und ihr Fachwissen untereinander teilen. Es kommt also nicht nur darauf an, sich immer wieder neue Kompetenzen anzueignen, sondern auch die jeweiligen Experten zu kennen und mit diesen Informationen auszutauschen. Siehe Kapitel 7. Da es gar nicht möglich ist, sich alle Kompetenzen selber anzueignen. Die Fach- und Sachbearbeiter vor Ort, die sich in einer Wissensnische auskennen, sind die Experten, die den fachlichen Überblick haben. Die Aufgabe der Führungskraft ist es, die einzelnen Kompetenzträger für spezifische Fragestellungen zusammenzubringen und bei konkurrierenden Vorstellungen für eine faire Auseinandersetzung zu sorgen. Vergleiche Hindela 2005. Transparenz und Begründetheit der eigenen Argumente, eine Kultur des konstruktiven Ringens um die besten Lösungen, sowie gegenseitiger Respekt und Wertschätzung in der Zusammenarbeit, auch überkulturelle Grenzen hinweg, sind Schlüsselfaktoren der modernen Arbeitswelt. Gerade an dieser Stelle spielt die Arbeits- und Organisationspsychologie eine entscheidende Rolle. Denn die große Herausforderung ist es, Einstellungen und Verhalten in der Arbeitswelt zu ändern und Kompetenzen aufzubauen, sodass wir gegenseitig von dem Wissen anderer besser profitieren und das Potenzial der modernen Formen der Zusammenarbeit auch in globalisierten Kontexten und divers hinsichtlich Geschlecht, Alter, Sprache, Kultur zusammengesetzten Teams nutzen. Der permanente Druck der Optionsvielfalt und das konstante Unsicherheitsgefühl, unter anderem durch die starke Flexibilisierung der Arbeit, befristete Verträge und Zeitarbeit, sowie neue Kooperationsanforderungen hervorgerufen, haben das Stresspotenzial der Arbeit drastisch erhöht, siehe auch Kapitel 12. Fragen, wie die neuen Anforderungen gesundheitsförderlich bearbeitet werden können, sind auf der Agenda. Der demografische Wandel mit der Verschiebung der Altersverteilung hin zu einer Überzahl älterer Menschen und der Aussicht, bis zum 70. Lebensjahr zu arbeiten, führt zu einer dramatischen Veränderung der Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft in Unternehmen. Schlüsselfunktionen im Umgang mit diesen voranschreitenden Veränderungen nehmen die Themen Arbeitsgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheitsförderung über die verschiedenen Lebensphasen, sowie Führung ein. Mehr dazu in den Kapiteln 7, 11, sowie 12. Eberhard Ulich ergänzte 2011 die klassische Übersicht der Entwicklungslinien der Arbeits- und Organisationspsychologie um das Menschenbild des Virtual Man, siehe dazu auch die Tabelle 2.1 im gedruckten Buch. Die Organisation wird als ein soziodigitales System verstanden. Dabei wird der soziotechnische Systemansatz um die neuen digitalen Informations- und Kommunikationsmedien erweitert. Die Struktur in Unternehmen ist dezentral. Die Arbeit ist durch die Nutzung digitaler Medien, Mail, Internet etc. und durch die Zusammenarbeit in inner- und überbetrieblichen Netzwerken und virtuellen Teams geprägt. Durch den stark gestiegenen Stress im Arbeitskontext und die Arbeitsanforderungen bis ins hohe Alter ist Gesundheitsförderlichkeit als Bewertungskriterium. Kapitel 3 Organisation von Simone Kauffeld, Sören Wesemann und Nale Lehmann-Willenbrock. Fallbeispiel Frau M. leidet plötzlich an Schmerzen in der Brust. Aus Erfahrung weiß sie, dass in der Notaufnahme des städtischen Klinikums lange Wartezeiten entstehen können. Frau M. informiert sich selbst und findet im Internet die Fachabteilung Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Sie glaubt mit ihren Symptomen dort gut aufgehoben zu sein. Nach ihrer Ankunft in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie muss sie zunächst zweieinhalb Stunden warten, bevor eine pflegerische und administrative Aufnahme durchgeführt wird. Dort füllt sie verschiedene Formulare aus, spricht mit der Stationssekretärin und wendet sich an mehrere Pflegerinnen. Nachdem ihr routinemäßig Blut abgenommen worden ist, wird ihr mitgeteilt, dass sie sich noch ein wenig gedulden müsse, da in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie in der Regel die Ärzte erst am Nachmittag Zeit für die ärztliche Aufnahme hätten. Am späten Nachmittag hat sie ihren ersten Arztkontakt. Der Assistenzarzt ist sehr freundlich, muss ihr aber nach einer kurzen Untersuchung mitteilen, dass der Fokus in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie auf chirurgischen Eingriffen liegt, die vorher diagnostiziert werden. Er würde sie gerne an die Kardiologie des Klinikums verweisen, da dort die Erstellung von Diagnostiken im Mittelpunkt steht. Da die Schmerzen von Frau M. weiterhin bestehen, wird sie die Nacht in der Intensivstation verbringen. Am nächsten Tag hat sich ihr Zustand verbessert und sie wird in die Kardiologie gebeten. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie sehr lange Wartezeiten mit administrativer und pflegerischer Aufnahme am Vormittag und Arztkontakt am Nachmittag. Nach einer Verweildauer von zwei Tagen wird eine Reihe von kardiologischen Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis ist, dass ein chirurgischer Eingriff in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie erforderlich ist. Frau M. ist sehr ärgerlich, dass sie nach drei Tagen zum Startpunkt ihrer klinischen Reise zurückkehrt. Was müsste passieren, damit Patientinnen wie Frau M. nicht unnötig lange warten müssen und damit die Dauer der stationären Behandlung verkürzt werden kann? Wie müsste das Krankenhaus organisiert sein, um effizienter arbeiten zu können? Im Webex-Kurs Fallbeispielauflösung Kapitel 3 auf www.lehrbuch-psychologie.de wird aufgezeigt, welchen Beitrag eine Organisationsdiagnose als Ausgangspunkt für die Neustrukturierung einer Organisation leisten kann. Was ist eine Organisation? Wir sehen in der Regel Produkte und Dienstleistungen, die von Organisationen produziert werden, und Menschen, die in Organisationen arbeiten. Beim Einkaufen haben wir Kontakt zu Verkäuferinnen, in der Bank lassen wir uns von Bankberatern beraten, oder im Krankenhaus von Ärztinnen und Krankenpflegern versorgen. Wie die Dienstleistungen erstellt und gemanagt werden und wie Organisationsmitglieder beeinflusst werden, sodass sie Leistungen produzieren oder Dienstleistungen anbieten können, ist hingegen oft nicht sichtbar. Ein Beispiel für Organisationen sind Unternehmen wie z.B. VW, Behörden und Krankenhäuser. Darüber hinaus ist aber auch zu denken an Schulen, Hochschulen, Strafanstalten, Kirchen, die Bundeswehr, Parteien, das Rote Kreuz, Kaninchenzüchtervereine, Eintracht Braunschweig, Greenpeace und den Tante-Emma-Laden von nebenan. Warum gibt es Organisationen? Ein Grund ist, dass die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen in der Regel so komplex ist, dass sie nicht von einer Person alleine bewältigt werden kann. Um die Aktivitäten der Leistungserbringung zu koordinieren und um Unternehmensziele zu erreichen, gibt es Organisationen. Sie sind ein Mittel, das von Menschen genutzt wird, um Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen. Mehrere Personen schließen sich zu einer Organisation zusammen, z.B. mit dem gemeinsamen Ziel, Autos zu produzieren. Ressourcen werden zusammengelegt, es wird kollektiv gehandelt. Das Wort Organisation stammt ursprünglich vom griechischen Wort Organon ab, was so viel wie Instrument oder Werkzeug bedeutet. Definition Der Begriff Organisation steht für ein über einen gewissen Zeitraum fest bestehendes, arbeitsteiliges System, in dem Personale oder sachliche, d.h. menschliche oder maschinelle, Aufgabenträger zur Erfüllung der Unternehmensaufgabe, Dienstleistungen oder Produktion von Sachgütern und zur Erreichung der Unternehmensziele verbunden sind. Siehe Pöntke 2007. Definition Ende Für dieses System bestehen festgelegte Regelungen, welche die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Aufgabenträger vorgeben und koordinieren und die Aufgabenerfüllung gewährleisten. Vergleiche Wiendahl 2008 In einer Organisation setzen Personen ihre Ressourcen nicht mehr individuell für bestimmte Ziele ein, sondern legen sie zusammen und unterstellen sie einer einheitlichen Disposition. Die Zusammenarbeit muss geregelt werden, um alle Organisationsmitglieder auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Beispiel Welche Aspekte der Zusammenarbeit müssen geregelt werden? Veranschaulichen wir dies an einem Beispiel. Vier Frauen gründen eine Organisation, z.B. ein Café, das sich auf den Verkauf von Cupcakes spezialisiert hat. Eine Gründerin ist Konditorin, zwei haben BWL studiert und die dritte Psychologie. Die Frauen müssen klären, wer disponiert wie die zusammengelegten Ressourcen. Disponieren ist einteilen, anordnen, verteilen. Wer von den Frauen trifft die Entscheidungen? Wer sagt, was wie zu tun ist? Wer leitet das Café? Herrschaftsproblem? Wie werden die resultierenden Ergebnisse und Belastungen unter den Mitgliedern verteilt? Wer bekommt wie viel vom Gewinn? Wie lange müssen die Frauen jeweils arbeiten? Verteilungsproblemen. Wer macht was? Wer beckt? Wer verkauft? Wer kümmert sich um Planung und Beschaffung? Horizontale Arbeitsteilung? Umfang? Wer macht welche Art von Tätigkeit? Vertikale Arbeitsteilung. Dies sind Schlüsselfragen, die jede Organisation beantworten muss. Beispiel Ende Neue Organisationen entstehen oft, wenn neue Technologien auf den Markt kommen und dabei neue Bedürfnisse von Kunden geweckt werden. Das Bedürfnis nach immer besseren Medikamenten hat zum Beispiel die Gründung von Biotechnologieunternehmen initiiert. Entwicklungen im IT-Bereich haben dazu geführt, dass große Unternehmen wie IBM und Microsoft entstehen konnten. Hersteller von nicht-digitalen Technologien, zum Beispiel von Rechen- oder Schreibmaschinen, bekamen hingegen wirtschaftliche Probleme und sind aus dem Markt ausgeschieden, sofern sie nicht auf neue Produkte setzen konnten. Der Erfolg einer Organisation ist wesentlich davon abhängig, wie eine Organisation Personal und Technologie einsetzt, um Inputs, Rohmaterial, Kapital, menschliche Ressourcen, Information, in Outputs, Produkte, Dienstleistungen, zu transferieren und wie viel Wert dabei geschaffen wird. Für das Bestehen einer Organisation ist es entscheidend, wie sie die verschiedenen Phasen der Unternehmensgründung bewältigt und wie sie es im weiteren Verlauf schafft, sich Veränderungen anzupassen. Näheres zu Unternehmensgründungen finden Sie im Webex-Kurs Unternehmensgründungen zu Kapitel 3 auf www.lehrbuch-psychologie.de Stakeholder einer Organisation Organisationen sind kein Selbstzweck, sondern sie bewegen sich in einem Geflecht von Personen, die Ansprüche an sich stellen. Menschen, die einen Beitrag leisten, ein Interesse oder einen Anspruch, das Stake, an der Organisation haben, werden als Stakeholder bezeichnet. Sie beeinflussen, was die Organisation erbringt und wie gut sie dies tut. Siehe Donaldson und Preston 1995. Dabei werden zwei zentrale Gruppen von Stakeholdern unterschieden, die internen und die externen Stakeholder. Siehe dazu auch die Tabelle 3.1 im gedruckten Buch. Die Handlungen der Akteure weisen dabei oft politischen Charakter auf. Die Akteure konkurrieren um knappe Ressourcen, bauen Einflusssphären auf und erweitern sie. Die Mikropolitik beschäftigt sich mit Prozessen, Entscheidungen, Strukturen und Steuerungsmechanismen in Organisationen. Im Mittelpunkt stehen die Akteure als aktiv handelnde Personen, die interessensgefärbt agieren. Siehe Neuberger 2006. Zu den verbreitetsten Vorgehensweisen gehören zum Beispiel das Kontrollieren von Informationen, wie das Zurückhalten oder Schönen von Informationen, das Verbreiten von Gerüchten, um die Glaubwürdigkeit anderer in Zweifel zu ziehen, das Streuen von Insiderinformationen an Dritte oder die verdeckte Bildung von Koalitionen. Mehr zu Einflussstrategien finden Sie im fünften Kapitel. Wie gehen Organisationen ihrem Zweck der Erstellung von Produkten und Dienstleistungen nach? Wie werden Aufgaben organisiert, damit Frau M. nicht mehrere Stunden in der Notaufnahme sitzen muss, bis ein Arzt kommt? Um zu untersuchen, wie Organisationen funktionieren und wie sie mit der Umwelt interagieren, können die Organisationsstruktur, die Organisationskultur und Klima sowie die Organisationsgestaltung betrachtet werden. Organisationsstruktur und Organisationskultur regeln das Verhalten der Organisationsmitglieder. Sie betreffen die Wege und Mittel, mit denen Organisationen ihre Ziele verfolgen. Abschnitt 3.2 Organisationsstruktur Jede Organisation ist durch eine Struktur gekennzeichnet, mit deren Hilfe die Ziele der Organisation erreicht werden sollen, zum Beispiel das Erbringen von Dienstleistungen oder die Herstellung von Produkten. Die Organisationsstruktur fasst die Gesamtheit der dauerhaften und generellen Regelungen zusammen. Merkmale der Organisationsstruktur Weil die Gesamtaufgabe eine Organisation in der Regel so umfangreich ist, dass eine Person sie nicht ausführen kann, müssen Aufgaben differenziert werden. Dabei wird mit der Aufgabenanalyse der Gesamtaufgabe der Organisation begonnen. Bei der Aufgabensynthese werden die in der Aufgabenanalyse ermittelten Aufgaben zu sinnvollen Aufgabenkomplexen zusammengefasst und Aufgabenträgern zugeordnet. Die organisatorische Integration und Koordination beschäftigt sich mit der Verbindung der Aufgabenkomplexe oder organisatorischen Einheiten. Siehe dazu auch die Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Die Frage nach der geeigneten Zerlegung einer Gesamtaufgabe in Teilaufgaben und deren zielorientierte Abstimmung bilden laut SPART 2009 das grundlegende Organisationsproblem. Die Gestaltung der Organisationsstruktur hat eine hohe organisatorische Effizienz zum Ziel. Dieses Ziel hängt wesentlich von den Gestaltungsprinzipien der formellen Elemente und Strukturierungsprinzipien ab. Die formellen Elemente bilden den Rahmen, in dem Arbeitsaufgaben entstehen, und die Voraussetzungen für das menschliche Arbeiten in Unternehmen. Hingegen sind die Strukturierungsprinzipien die eigentlichen Mittel, die mithilfe der formellen Elemente die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation ermöglichen. Die formellen Elemente bilden die Bausteine, die benötigt werden, um eine Organisation zu gestalten. Siehe dazu auch die Abbildung 3.2 im gedruckten Buch. Es werden Aufgaben, Stellen, Instanzen und Abteilungen unterschieden. Aufgaben Die Aufgaben bilden das zentrale Element jeder Organisationskonzeption. Es sind Leistungen, die durch den Einsatz von Personal im Hinblick auf die Unternehmensaufgabe zu erfüllen sind. Zum Beispiel können bei einem Autohersteller die Aufgaben Montagetätigkeiten und Materialbereitstellung unterschieden werden. Montagetätigkeiten können in Teilaufgaben wie Motormontieren oder Räder montieren zerlegt werden. Zur Materialbereitstellung gehören die Teilaufgaben Materialantransport und Materialabtransport. Stellen Wer welche Aufgabe ausführt, wird in den einzelnen Stellen festgelegt. Dort werden die definierten Aufgaben auf Aufgabenträger verteilt und die Teilaufgaben werden in Form von Stellenbeschreibungen beschrieben. Bezogen auf unser Beispiel werden die Montagetätigkeiten von einem Monteur ausgeführt. Für die Stelle des Monteurs wird eine Stellenbeschreibung erstellt. Die Teilaufgaben des Material-An- und Materialabtransports werden in der Stellenbeschreibung für einen Materialbereitsteller dokumentiert. Instanzen Es handelt sich um Stellen mit besonderer Entscheidungsbefugnis für den unterstellten Leitungsbereich. Diese Leitungsstellen nehmen die eigentlichen Führungsaufgaben wahr. In der Praxis können in Abhängigkeit der Unternehmensgröße folgende Instanzen unterschieden werden. Unternehmensleitung Bereichsleitung Hauptabteilungsleitung Abteilungsleitung Gruppenleitung Für das gegebene Beispiel ist ein Produktionsleiter eine höher gestellte Instanz mit der Entscheidungsbefugnis für die Stellen des Monteurs und Materialbereitstellers. Abteilungen In einer Abteilung werden mehrere Stellen unter einer verantwortlichen Instanz zusammengefasst. Der Leiter der ersten Instanz wird als Abteilungsleiter bezeichnet. In der Abteilungsbildung wird zunächst bestimmt, welche und wie viele Stellen diese umfassen soll. Außerdem sind die Verbindungen zwischen den Stellen zu regeln. Bezogen auf das Beispiel leitet der Produktionsleiter als Abteilungsleiter die Abteilung Produktion und eine definierte Anzahl von Montören und Materialbereitstellern sind ihm disziplinarisch unterstellt. Strukturierungsprinzipien Faktorenanalytisch konnte die Esten-Gruppe vier traditionelle Struktureigenschaften bzw. Strukturierungsprinzipien unterscheiden. Aufgabenverwaltung, Koordination, Konfiguration und Formalisierung. Siehe dazu die Veröffentlichung von Pew und anderen 1963. Für die Gestaltung der Organisationsstruktur werden einzelne Teilaufgaben zu Aufgabenkomplexen kombiniert, die den Aufgabenträgern zugeordnet werden. Dieses Grundprinzip wird als Aufgabenverteilung bezeichnet und wird auf einer gröberen Ebene zur Abteilungsbildung und auf einer detaillierten Ebene zur Stellenbildung verwendet. Im Rahmen der Aufgabenverteilung kann zwischen Zentralisation und Dezentralisation unterschieden werden. Bei der Zentralisation werden gleichartige Teilaufgaben zu einer Abteilung zusammengefasst. Zum Beispiel werden in einem Unternehmen Marketingaktivitäten bei großen Werbekampagnen zentral gesteuert. Im Gegensatz dazu werden bei der Dezentralisation gleichartige Aufgaben verschiedenen Abteilungen übertragen, das heißt, dass die Art der Marketingaktivitäten einzelnen Filialen überlassen wird, da sie ihre Kunden besser kennen und so gezielter Aktivitäten auswählen und einsetzen können. Diese Differenzierung kann auf Verrichtungen, Objekte und räumliche Gegebenheiten bezogen werden. Wenn gleichartige Verrichtungen, zum Beispiel Vertrieb, durch eine Verrichtungszentralisation zusammengefasst werden, bedeutet dies, dass die zentrale Vertriebsabteilung unterschiedliche Objekte, zum Beispiel Produkte, am Markt anbietet und somit gleichzeitig eine Objektdezentralisierung vorliegt. Außerdem kann sich ein Unternehmen entscheiden, Abteilungen an getrennten Orten einzurichten, was als räumliche Dezentralisierung bezeichnet wird. Ein Vorteil der Zentralisation ist, dass wichtige Entscheidungen durch diejenigen getroffen werden, die einen Gesamtüberblick haben. Ein Vorteil der Dezentralisation ist, dass Entscheidungen von denjenigen getroffen werden, die dem Problem am nächsten stehen und dies in entsprechende Handlungsalternativen umsetzen müssen. Ist durch die Zentralisierung oder Dezentralisierung die Abteilungsstruktur festgelegt, erfordert dies eine Unterteilung der Unternehmensaufgaben in Teilaufgaben, da eine Stelle nicht alle Aufgaben ausführen kann. Die Verteilung der Teilaufgaben erfolgt auf spezialisierte Stellen, sodass jeder einen Teil des Arbeitsprozesses bearbeitet. Dies wird als Spezialisierung bezeichnet. Beispielsweise wird ein Mitarbeiter immer Räder montieren. Das Gegenstück ist die Generalisierung. Hier werden die Anforderungen an den Stelleninhaber erweitert, da der Arbeitsumfang vergrößert wird und nun verschiedene Arbeitsvorgänge durchzuführen sind. Der Mitarbeiter im Beispiel montiert demnach Räder und Motoren. Durch die beschriebene Arbeitsteilung entstehen Abhängigkeiten zwischen Teilaufgaben. Für die Koordination dieser Beziehungen werden die Instanzen mit besonderer Kompetenz ausgestattet, um die persönliche oder strukturelle Abstimmung der erbrachten Leistungen durchführen zu können. Koordinationsmechanismen dienen der Abstimmung arbeitsteiliger Prozesse im Hinblick auf die Erreichung der Organisationsziele. Koordinationsmechanismen und Instrumente sind Bei der persönlichen Weisung wird in vertikaler Richtung die Aufgabe vom Vorgesetzten an den Mitarbeiter übergeben und erklärt. In horizontaler Richtung erfolgt eine Koordination dagegen durch Selbstabstimmung, wenn beispielsweise das Team eine interne Aufgabenverteilung bespricht. Die Koordination durch Programme, zum Beispiel digitalisierte Aufgabenplanung, und Pläne, zum Beispiel Arbeitspläne, entlastet die Instanzen erheblich, da die Koordination nicht persönlich, sondern durch Verfahrensrichtlinien oder Handbücher erfolgt. Auch mithilfe von organisationsinternen Märkten können Arbeitsteilungen koordiniert werden, zum Beispiel durch Profitcenter, also Mini-Unternehmen im Unternehmen, oder internen Kunde-zu-Kunde-Beziehungen. Für die formale Organisationsstruktur ist das äußere Bild des Stellengefüges, die Konfiguration, ein weiteres wichtiges Strukturierungsprinzip. Die Abbildung der Konfiguration erfolgt in Organigrammen. Die Merkmale einer Konfiguration kann an der Leitungsspanne und der Stellenhierarchie verdeutlicht werden. Die Leitungsspanne gibt an, wie viele Mitarbeiter einem Leiter direkt unterstellt sind. Damit in Verbindung stehend, gibt die Stellenhierarchie die Zahl der hierarchischen Ebenen und somit die vertikale Arbeitsaufteilung an. In der Abbildung 3.3 im gedruckten Buch sind zwei Organigramme dargestellt. Im oberen Teil zeigt die Organisation viele Ebenen, was als steile Organisation bezeichnet wird. Im unteren Teil ist eine flache Organisation abgebildet, da relativ wenige Ebenen unter dem Leiter aufgespannt sind. Dies führt dazu, dass der Leiter Thomas für viele Mitarbeiter verantwortlich ist und er somit eine weite Leitungsspanne besitzt. In der steilen Organisation ist Thomas für weniger Mitarbeiter zuständig. Dies führt zu einer engeren Leitungsspanne und gibt bessere Kontrollmöglichkeiten. Das Prinzip Formalisierung beschreibt das Ausmaß, in dem Arbeitsrollen, Regeln und Regulationen von der Organisation definiert werden. Die Teilaspekte der Formalisierung nach Pew und anderen 1963 sind die schriftliche Fixierung der organisatorischen Regeln, wie beispielsweise Organigramme und Stellenbeschreibungen. Zudem erfolgt eine Formalisierung des Informationsflusses, in dem zum Beispiel Dienstanweisungen und Protokolle aktenmäßig erfasst werden. Als letzter Teilaspekt werden Leistungsdokumentationen, Arbeitszeiterfassung, Arbeitsbewertung und Personalbeurteilung ebenfalls formalisiert erfasst. Der Formalisierungsgrad gibt an, in welchem Umfang es Regeln und Vorschriften zur Lenkung von Angestellten und Managern gibt. Die Formalisierung von Organisationsstrukturen ist eine wichtige Anforderung bei der Zertifizierung von Unternehmen und somit ein Qualitätskriterium. Bei der Betrachtung der grundlegenden Merkmale und Strukturierungsprinzipien einer Organisation wird die formelle Organisation hinzugezogen. Das heißt, sie werden als etwas angesehen, das bewusst geschaffen und gestaltet wird. Eine formelle Organisation ist durch bewusst gestaltete Regelungen gekennzeichnet, die personenunabhängig und meist schriftlich dokumentiert sind. Sie legen den formellen Handlungsrahmen der Mitglieder fest. Im Gegensatz dazu bilden sich informelle Organisationen aus den sozialen Strukturen heraus, die spontan durch soziale Kontakte zwischen den Mitgliedern entstehen. Siehe dazu auch den Webex-Kurs Formelle vs. Informelle Organisation auf der Lehrbuch-Website. Aufbau und Ablauforganisation Unter der Organisation von Unternehmen werden die beiden Aspekte Aufbauorganisation und Ablauforganisation verstanden. Aufbauorganisation Die Aufbauorganisation ist das Ergebnis der Gestaltung der Organisationsstruktur. Die formellen Elemente, Aufgaben, Stellen, Instanzen und Abteilungen bilden die Bausteine, die durch Anwendung der Strukturierungsprinzipien Aufgabenverteilung, Koordination, Konfiguration und Formalisierung zusammengesetzt werden. Die Aufbauorganisation ordnet die Aufgaben, Kompetenz und Verantwortungsinhalte im Unternehmen und bildet das hierarchische Gerüst einer Organisation. Die Grundformen der Aufbauorganisation werden nach dem Prinzip der Konfiguration in Organigrammen dargestellt. Es lassen sich die funktionale Organisation, die Objektorganisation und die Matrixorganisation unterscheiden, die an späterer Stelle noch näher beschrieben werden. Ablauforganisation Mit der Ablauforganisation sollen die Arbeitsprozesse und Teilaufgaben, die teilweise nacheinander oder nebeneinander ablaufen können, optimal aufeinander abgestimmt werden. Das räumliche und zeitliche Zusammenwirken von Menschen und Betriebsmitteln, zum Beispiel Material, Maschinen, zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben wird festgelegt. Es wird also die Frage beantwortet, wer macht was, wann, mit wem und womit, um welches Ergebnis zu erzielen. In diesem Abschnitt wird der Zusammenhang von Aufbau- und Ablauforganisation erklärt. In der Prozessorganisation wird der Trend aufgegriffen, von einer Funktions- zu einer Prozessorientierung zu gelangen. Aufbau- und Ablauforganisation werden vielfach als voneinander getrennte Begriffe behandelt. In Wirklichkeit sind sie untrennbar miteinander verknüpft und stellen nach Wiendal 2008 lediglich zwei Betrachtungsweisen einer Organisation dar. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 3.4 des gedruckten Buches in einem Organigramm visualisiert. Die Ablauforganisation regelt den grundsätzlichen Ablauf der standardmäßigen Unternehmenstätigkeiten, um ein rationelles und einheitliches Vorgehen sicherzustellen. Beispiele sind Bestellungen, Zeichnungserstellung, Personaleinstellung und so weiter. In der Abbildung 3.4 ist eine hierarchische Aufbauorganisation angedeutet, die von der Unternehmensleitung über die Hauptabteilungsleiter bis zu den einzelnen Abteilungsleitern reicht. Die Ablauforganisation für die beispielhaften Prozesse Auftragsdurchlauf und Einstellung eines Montageleiters verkettet die Tätigkeiten zur Erfüllung dieser Aufgaben und verbindet die im Organisationsschema beschriebenen Instanzen und Stellen logisch miteinander. Der in der Abbildung dargestellte Auftragsdurchlauf wird durch einen Kundenauftrag ausgelöst. Zu Beginn bearbeitet die Hauptabteilung Einkauf den Auftrag. Der Einkauf ist dafür verantwortlich, die notwendigen Materialien für die Produktion zur Verfügung zu stellen. Aus den Auftragsinformationen ist zu entnehmen, dass dafür Lieferanten aus Deutschland und der Europäischen Union benötigt werden. Das heißt, dieser Auftrag ist für die Abteilungen Deutschland und EU relevant. Nachdem diese beiden Abteilungen den Auftrag bearbeitet haben, wird die Hauptabteilung Produktion informiert. Innerhalb der Hauptabteilung Produktion sorgt der Produktionsprozess dafür, dass die Abteilungen Logistik, Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Montage durchlaufen werden. Das fertige Produkt wird dann an die Hauptabteilung Vertrieb weitergereicht. Der Vertrieb ist für den Verkauf des Produktes verantwortlich. In diesem Beispiel sind die potenziellen Kunden, die das Produkt kaufen könnten, US-Amerikaner. In vielen Organisationen liegen Spannungsfelder darin begründet, dass die Aspekte der Aufbauorganisation, die der Organisation eine gewisse Stabilität geben und daher statisch wirken, mit den dynamischen Belangen der Ablauforganisation in einem Spannungsverhältnis oder gar im Widerspruch stehen. Als klassische Organisationsformen werden die funktionale Organisation, die Objektorganisation und die Matrixorganisation unterschieden. Im Folgenden werden diese Formen beschrieben. In Tabelle 3.2 des gedruckten Buches sind einige Vor- und Nachteile der Organisationsformen dargestellt. Funktionale Organisation In der funktionalen Organisation werden gleiche Aufgaben in einem Verantwortungsbereich zusammengefasst. Dies ist die klassischste und von der Abteilungsbildung geprägte Organisationsform. Im Rahmen der Funktionsorientierung werden bei Wiendal 2008 unter der Unternehmensleitung alle Aufgaben für alle Produkte nach ihrer Funktion zusammengefasst. Im Beispiel von Abbildung 3.5 des gedruckten Buches wird die Unternehmensleitung vom Präsidenten wahrgenommen. Unter dieser Instanz sind im Organigramm die Funktionen Produktion, Finanzen, Personalwesen, Forschung und Entwicklung sowie Marketing angeordnet. Die Ressourcen eines Verantwortungsbereiches werden optimal genutzt. An der Entstehung von Produkten sind alle Abteilungen beteiligt. Diese Form der Aufbauorganisation funktioniert am besten in kleinen und mittleren Unternehmen, da dort meist wenige Produkte hergestellt werden. Objektorganisation In einer Objektorganisation werden gleiche Aufgaben dezentral und objektbezogen durchgeführt. Durch die Gliederung in Objekte entstehen Sparten oder Geschäftsbereiche, die wie eigenständige Unternehmen aufgebaut sind. Objekte können Produkte oder Produktgruppen, Dienstleistungen, Regionen, Märkte oder Kunden sein. Die nächste Abbildung der Druckversion 3.6 zeigt eine Objektorganisation, bei der die Objekte drei unterschiedliche Produktsparten sind. Die Organisation richtet sich in diesem Beispiel unter der Unternehmensleitung nach den drei Produkten, die von dieser Organisation hergestellt werden. Dies könnten zum Beispiel drei unterschiedliche Fahrzeugmodelle oder drei verschiedene Medikamente sein. Jede der Produktabteilungen hat eine Abteilung für Forschung und Entwicklung, Marketing und Produktion und kann relativ autonom arbeiten. Eine Objektorganisation ist häufig bei Automobilunternehmern zu betrachten, welche sich nach den verschiedenen Fahrzeugtypen gliedert. Dieser Aufbau führt zu einer guten Koordination innerhalb einer Sparte. Allerdings werden die Ressourcen schlechter genutzt. Die Objektorganisation funktioniert am besten in komplexen Organisationen, die viele Produkte anbieten. Aus wirtschaftlichen Gründen kann es sinnvoll sein, in einer Objektorganisation bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel Personalwesen, Einkauf oder Datenverarbeitung, abgekürzt EDV, gemeinsam zu nutzen und nur die abteilungsspezifischen Funktionen in der jeweiligen zu belassen. In diesem Fall entsteht die Matrixorganisation. Siehe dazu Wiendal 2008. Matrixorganisation Eine Matrixorganisation entsteht, wenn eine funktionale Organisation mit einer Objektorganisation überlagert wird. Matrixorganisationen vernetzen also die Funktion einer Organisation mit den Produktsparten. Jeder Geschäftsbereich nutzt die gleichen Funktionsabteilungen. Die Matrixorganisation soll auf diese Weise die Vorteile der funktionalen Organisation und der Objektorganisationen vereinen. Siehe dazu die Abbildung 3.7 im gedruckten Buch. Im dargestellten Beispiel verwenden die Sparten für die Produkte A, B und C die Funktionen Forschung und Entwicklung, Marketing, Produktion und Personalwesen gemeinsam, was zu einer sehr effektiven Ressourcennutzung führt. Der Mitarbeiter hat allerdings in der Matrixorganisation die Verpflichtung, sowohl dem funktionalen Vorgesetzten, zum Beispiel dem Leiter des Personalwesens, als auch dem Produktmanager zu berichten. Das Personal bleibt aber in der Regel Mitglied der funktionellen Einheit. Dieser Rollenkonflikt wird als Dual Authority bezeichnet. Der Matrixansatz wird oft bei mittelgroßen Organisationen mit verschiedenen Produktreihen angewendet. Werden die Produkte durch Projekte ersetzt, ergibt sich als Sonderform der Matrixorganisation die Projektorganisation. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass diese Organisation nach der Objektlaufzeit wieder aufgelöst wird. Im Krankenhaus könnten zum Beispiel interdisziplinäre Projektteams, Ärzte, Pflegepersonal und Verwaltungspersonal aus mehreren Abteilungen, gegründet werden, die sich ein Jahr lang mit der Verbesserung der Patientenzufriedenheit beschäftigen und nach dem Projektabschluss wieder aufgelöst werden. Da die Mitglieder von Projektteams häufig parallel noch in ihre reguläre Arbeit eingebunden sind, ist die Zusammenarbeit in Projektteams nicht immer reibungslos. Siehe auch Kauffeld und andere 2009. Selten finden sich die genannten Strukturen in Reinformen. Häufig sind stattdessen Mischformen oder Formen, die in einzelnen Unternehmensbereichen dominieren, um die Organisation effizient und überlebensfähig zu machen. Vor allem kleinere Unternehmen organisieren ihre Aktivitäten um Teams herum. Teamstrukturen werden zum Koordinationsmittel. Wenn Teams in einer Organisation über die eigenen Teamgrenzen hinweg mit anderen Teams vernetzt zusammenarbeiten, wird im englischen Sprachraum von Multi-Team System gesprochen. Siehe zum Beispiel Mathieu und andere 2001. Primäres Merkmal jeder Teamstruktur ist eine Dezentralisierung des Entscheidungsprozesses, der auf Ebene des Arbeitsteams stattfindet. Netzwerke entstehen nach Südo 2010 durch die zunehmende Disaggregation in Organisationen. In Organisationen wird durch hochgradig autonome, marktlich geführte interne Einheiten, wie zum Beispiel Profitcenter, disaggregiert. Interne Unternehmungsberatungen, Akademien oder Servicebereiche von Großunternehmen dürfen neben Aufträgen aus ihrer eigenen Organisation auch externe Aufträge annehmen und bearbeiten. Dieser Prozess wird auch quasi Externalisierung genannt. Darüber hinaus hat ein zweiter Prozess die quasi Internalisierung eingesetzt. Dieser beschreibt die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Organisationen. Viele Unternehmer haben eine zunehmend schmalere Kernbelegschaft. Kleinere Unternehmen wie Lieferanten, Subunternehmer und outgesourcete Dienstleister, die auf eigene Rechnung arbeiten, gehören zum Netzwerk des Unternehmens. Wertschöpfung wird von außen bezogen und in das Unternehmen integriert. Dabei entstehen nicht selten hierarchieartige Beziehungen der Unternehmen untereinander. So sind beispielsweise die Zulieferer großer Automobilkonzerne, autonome Organisationen, aber durch Verträge und Kaufkraft an die Entscheidungen der großen Konzerne gebunden. Darüber hinaus verbinden sich Unternehmen in zum Beispiel regionalen Netzwerken, um sich Gegebenheiten am Markt anpassen zu können. Jeder Partner bringt seine Kernkompetenz ein, sodass Höchstleistungen entstehen können, die von einzelnen Unternehmen nicht geleistet werden können. Zum Beispiel kann in einem regionalen Netzwerk von Mittelständlern gleicher Branchen der Einkauf gemeinsam organisiert werden. Für das Funktionieren von Netzwerken ist Vertrauen notwendig. Ohne Vertrauen sind zum Beispiel Maßnahmen wie die Arbeitnehmerüberlassung nicht möglich. Nur wenn Unternehmen sicher sein können, dass Mitarbeiter im Netzwerk nicht abgeworben werden, unterstützen sie sich, in dem Mitarbeitende bei Bedarf temporär in anderen Unternehmen des Netzwerks eingesetzt werden können. Bei der Steuerung von Netzwerken müssen neben Vertrauen versus Kontrolle, Autonomie versus Abhängigkeit und Kooperation versus Wettbewerb austariert werden. Einige Dauerbrenner des Organisierens, die sich als Paradoxien erweisen, sind in Anlehnung an Littmann und Janssen 2000 in der folgenden Übersicht dargestellt. Ein Überblick Im Folgenden werden einige Paradoxien des Organisierens aufgelistet. Dezentralisierung versus Zentralisierung Abgabe von Verantwortung zur Entlastung der Firmenzentrale versus leichtere Standardisierung von Prozessen, zum Beispiel für Zertifizierungen, durch die Zentrale. Konzentration versus Diversifikation Ein Produkt mit Preisvorteil versus Produktvielfalt Out versus In-Sourcing Abgabe von Produktionsaufträgen zur eigenen Entlastung versus größere Flexibilität in der eigenen Produktion und eventuell bessere Anpassung an eigene Produkte Kooperation versus Wettbewerb Konzentration auf alternativen Produktionszweig beziehungsweise Produkt oder direkte Konkurrenz zum Marktmitbewerber Aufbau von Puffern versus Just-in-Time Produktion auf Vorrat für schlechte Zeiten versus Lean Production Kostenersparnis bei Lagern Externes versus organisches Wachstum Zusammenschlüsse von Unternehmen versus Wachstum aus eigener Kraft heraus Autonomie versus Dependenz Eigene Produktion der Teile versus Abhängigkeit von Zulieferern Flexible Kleinheit versus mächtige Größe Leichtere Koordination des Unternehmens Eingehen auf Spezialwünsche der Kunden möglich versus größere Wettbewerbschancen Kostenvorteil durch Massenproduktion Überblick Ende Prozessorganisation In den letzten Jahren rückt die effiziente und innovative Prozessgestaltung innerhalb des Unternehmens immer mehr in den Vordergrund Beim Prozessmanagement werden die Prozesse der Organisation identifiziert beschrieben und konsequent an den Anforderungen des Kunden ausgerichtet Dafür müssen zunächst die Kundenanforderungen ermittelt werden Ein Prozess ist die inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts notwendig sind Je unabhängiger die Abteilungen in einem Unternehmen voneinander sind desto aufwendiger wird die Abstimmung zwischen den Abteilungen Um die Abläufe zwischen Abteilungen, aber auch innerhalb von Abteilungen z.B. zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen, zu optimieren müssen die vorhandenen Schnittstellen im Unternehmen abgebaut und die Prozesse fokussiert werden Siehe Becker und Kahn 2005 Im Mittelpunkt der Prozessorganisation steht die Ablauforganisation des Unternehmens Diese Ablauforganisation hebt sich deutlich von der funktionsorientierten Sichtweise und dem Motto Ablauforganisation folgt Aufbauorganisation ab Bei der Prozessorganisation gilt laut Gaetanides 2007 die Logik Aufbauorganisation folgt Ablauforganisation Hammer 1997 bezeichnet die Prozessorientierung als Tod des Organigramms Da die Verantwortungen nicht mehr mit den Funktionen verbunden sind, sondern streng mit den Unternehmensprozessen Durch die prozessorientierte Sichtweise gibt es keine festen Stellen mehr Das bedeutet, dass Arbeitsgänge und Arbeitsgangfolgen unabhängig von dem aufbauorganisatorischen Kontext sind Nun gilt Gaetanides, Aufbauorganisation folgt Ablauforganisation Prozesse können zum Beispiel der Produktentwicklungsprozess oder der Auftragsabwicklungsprozess sein Sie können danach unterschieden werden, ob sie Personen-, Abteilungs- oder Unternehmensübergreifend angelegt sind Ein personenübergreifender Prozess ist zum Beispiel der Materialannahmeprozess im Wareneingang Ein abteilungsübergreifender Prozess ist zum Beispiel ein Auftragsabwicklungsprozess bei dem sowohl die Vertriebsabteilung und die Produktion als auch das Controlling und die Finanzabteilung involviert sein werden Unternehmensübergreifende Prozesse erstrecken sich mindestens über zwei Unternehmen wie zum Beispiel bei der Just-in-Time-Materiallieferung vom Lieferanten direkt in die Produktion des Kunden Prozesse wie die Gehaltsabrechnung laufen sehr häufig ab und sind durch Verfahrensanweisungen standardisiert sodass bei gleicher Ausgangssituation ein gleichartiges Ergebnis zu erwarten ist Ein Produktentwicklungsprozess für ein bestimmtes Produkt läuft hingegen nur einmalig ab Verfahrensanweisungen können hier nur einen groben Rahmen hinsichtlich der zu durchlaufenden Entwicklungsstufen abstecken Darüber hinaus können Prozesse danach unterschieden werden, wie und wie häufig sie ausgelöst werden Der Ersatzteillieferungsprozess wird zufällig und abhängig von äußeren Einflüssen ausgelöst die Gehaltsabrechnung regelmäßig einmal im Monat Entsprechend der Komplexität der Aufgaben lassen sich Hauptprozesse in verschiedene Teilprozesse zerlegen In Abbildung 3.8 des gedruckten Buches ist der Unterschied zwischen einer Funktions- und Prozessorientierung schematisch dargestellt Im oberen Teil der Abbildung ist eine herkömmliche Funktionsorientierung dargestellt Eine nach Funktionen gegliederte Aufbauorganisation führt zu einer vertikalen Unterteilung der Organisation Im visualisierten Beispiel müssen fünf Arbeitsschritte durchgeführt werden, um vom Kundenauftrag bis zur Auslieferung zu gelangen In diesen Arbeitsablauf sind vier Abteilungen involviert, was zu Informationsverlusten an den Schnittstellen führt Im unteren Teil ist die Prozessorientierung abgebildet Es fällt auf, dass die Unterteilung des Unternehmens um 90 Grad gedreht ist Da der am Kundennutzen orientierte Ablauf im Mittelpunkt steht, stellen die Restriktionen der Abteilungen keine Hindernisse mehr dar Durch das Ermitteln der Kundenanforderungen und durch das interne Weitergeben der Anforderungen in die verschiedenen Teilprozesse werden die Strukturen der gesamten Organisation analysiert und übersichtlich dargestellt Dabei zeigt sich, welche Teilprozesse verbessert werden können und welche ganz entfallen können Durch eine Integration der Arbeitsinhalte kann im Beispiel die Anzahl der Arbeitsschritte von 5 auf 3 gestraft werden Dadurch wird die Zahl der Schnittstellen verringert Die Schnittstellenprobleme sollen durch konsequente interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen minimiert werden indem die Anforderungen eindeutig identifiziert und Leistungsvereinbarungen getroffen werden Abschnitt 3.3 Organisationskultur und Klima Organisationskultur Definition Die Organisationskultur ist das von den Mitgliedern einer Organisation geteilte System von Werten und Normen durch das sich die Organisationsmitglieder von Nicht-Organisationsmitgliedern unterscheiden Definition Ende Der Organisationskultur liegen grundlegende Annahmen und Überzeugungen aller Organisationsmitglieder zugrunde welche die Eigen- und Umweltwahrnehmung definieren Konzept der Organisationskultur nach Schein Schein 2004 versteht unter einer Kultur ein Muster nicht weiter hinterfragter kultureller Selbstverständlichkeiten die das Wahrnehmen, Denken und Handeln der Mitglieder von Organisationen beeinflussen In seinem Modell der Organisationskultur hat Schein drei Ebenen spezifiziert die sich nach dem Grad ihrer Beobachtbarkeit und Abstraktion unterscheiden Artefakte Die erste Ebene sind die Artefakte Dazu gehört alles, was in der Organisation sichtbar ist beispielsweise die Struktur, die Büroaufteilung, die Bürotüren zum Beispiel sind sie offen oder geschlossen Allerdings erklären diese leicht beobachtbaren Faktoren nicht, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind Werte Die zweite Ebene erklärt die strategischen Ziele und die Unternehmensphilosophie Hier sind die artikulierten Werte anzutreffen Nach Schein kann es vorkommen, dass zwei Organisationen die gleichen Werte wie Integrität, Teamarbeit, Kundenorientierung teilen ohne dasselbe Verhalten an den Tag zu legen Grundlegende Annahmen Die dritte Ebene bezieht sich auf die impliziten, stillschweigenden Annahmen, warum etwas der Fall sein kann Die Geschichte des Unternehmens und des Unternehmensgründers Die Werte und Überzeugungen des Gründers Schlüsselfiguren und Erfolgsgeschichten sind hier gebündelt und nehmen Einfluss auf die Ausbildung der Unternehmenskultur Beispielsweise wirbt der Drogeriemarkt DM mit dem Slogan Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein Dadurch soll vor allem der Wert der Menschlichkeit des Unternehmens bzw. Unternehmensgründers Götz W. Werner eindeutig kommuniziert werden Mitarbeiter, Kunden und Partner stehen im Mittelpunkt Es ist für die Organisationskultur wichtig, dass diese Grundlagen mit neuen Unternehmensmitgliedern geteilt werden Dies geschieht am Anfang durch die gezielte Auswahl von Mitarbeitern und der engen Zusammenarbeit zwischen Unternehmensgründer und Kollegen Der Unternehmensgründer hat die Gelegenheit, Werte und Normen direkt weiterzugeben Mit dem Wachstum der Organisation werden Werte und Normen formalisiert und dienen so der weiteren Sozialisation neuer Mitarbeiter Mit zunehmendem Wachstum der Organisation werden so die Artefakte oder Symptome der Unternehmenskultur die in verbale, interaktionelle und artifizielle unterteilt werden können wichtiger Siehe dazu auch die Abbildung 3.9 im gedruckten Buch Die Unternehmenskultur wird vor allem durch die Art, wie eine Organisation sich selbst zur Relation zu ihrer Umwelt sieht, geprägt Besonders wichtig sind daher Riten, die den Einstieg in die Organisation, die Zugehörigkeit und das Ausscheiden aus der Organisation markieren Das Bestehen eines Assessment Centers, siehe Kapitel 6, kann zum Beispiel ein Initiationsritus sein In vielen Unternehmen werden Seminarorte, an denen Mitarbeiter in den Führungsnachwuchskreis aufgenommen werden, zu Wallfahrtsorten Hier wird gelernt, jetzt gehören wir dazu Praktiken, die Ritualkarakter haben und eine starke Bindung innerhalb der ganzen Firma stiften, sind zum Beispiel Ehrungen Das beste Filialteam wird ausgezeichnet, der Mitarbeiter des Monats gekürt Ausdruck der Unternehmenskultur ist darüber hinaus, wie Menschen gewürdigt werden, die die Organisation verlassen Zum Beispiel, wenn sie nach langer Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand gehen Bei der Installation neuer Symbole und Riten gilt es, die Werte, die dabei transportiert werden sollen, bewusst zu reflektieren Bei Neuem muss argumentiert werden, was dahinter steckt Der Wandel einer Organisationskultur dauert in der Regel ziemlich lange Um eine Unternehmenskultur zu entwickeln, sind Partizipation, Information, symbolisches Handeln und entsprechende Belohnungssysteme hilfreich In vielen Unternehmen werden derzeit wertegeleitete Kulturprozesse angestoßen Der Kulturprozess wird von der Führungsspitze vorangetrieben Die Auseinandersetzung und Konkretisierung der Werte erfolgt optimalerweise auf Team-Ebene, siehe auch Kapitel 4 Ein Überblick über die Funktion von Unternehmenskultur Unternehmenskultur dient der Abgrenzung gegenüber anderen, stiftet Identität, fördert die Bindung an die Organisation, unterstützt die Stabilität des Systems, gibt als Verhaltensmaßstab Orientierung und unterstützt die Sozialisation neuer Mitglieder Neben einer dominanten Kultur erhöht sich mit zunehmender Größe eines Unternehmens die Wahrscheinlichkeit von Subkulturen Dies sind Gruppen, die innerhalb des Unternehmens eine eigene Identität entwickelt haben und sich bewusst oder unbewusst abgrenzen Subkulturen können sich anhand vielfältiger Faktoren bilden Zum Beispiel nach Funktionszugehörigkeit, Marketingabteilung, Controllingabteilung oder Standort In firmenzentralen oder vorstandsnahen Bereichen herrscht oft eine andere Subkultur vor als in dezentralen Bereichen In der Forschung und Entwicklung bildet sich eine andere Kultur aus als im Vertrieb Die Stärke einer Unternehmenskultur hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Kommunikationsintensität im Unternehmen oder dem Alter des Unternehmens Eine starke Unternehmenskultur geht oft mit einer effizienten Kommunikation, einem geringeren Kontrollaufwand und einer hohen Motivation der Mitarbeiter einher Eine starke Unternehmenskultur kann auch zu Selbstselektionsprozessen führen, sodass sich nur passende Mitarbeiter bewerben oder ausgewählt werden Eine starke Organisationskultur hat die Möglichkeit, aktiv das Verhalten der Mitarbeitenden zu beeinflussen Dass dies nicht nur in eine positive und ethisch vertretbare Richtung geschehen muss, zeigt der Web-Exkurs Korruption auf www.lehrbuch-psychologie.de In globalisierten Unternehmen prallen organisationale und nationale Kultur aufeinander, mehr dazu im neunten Kapitel Dabei ist die Unternehmenskultur weniger tief Die nationale Vergangenheit ist in vielen global agierenden Unternehmen eine solide Basis für die Unternehmenskultur So ist zum Beispiel bei McDonalds auch in deutschen Städten das amerikanische, bei Ikea das schwedische spürbar Organisationsklima Während die Organisationskultur auf der Geschichte und Tradition einer Organisation beruht, welche die Werte und Normen, die dem Verhalten der Organisationsmitglieder zugrunde liegen, enthält und geteiltes Wissen umfasst, bezieht sich das Organisationsklima auf die tägliche Wahrnehmung der Organisation durch ihre Mitglieder Sogenannte Klimafaktoren sind sozial geteilte Wahrnehmungen von organisatorischen Praktiken, Prozeduren und Werten Vergleiche Reichers und Schneider 1990 Das Organisationsklima wird gemessen über die individuelle Wahrnehmung salienter Merkmale des organisationalen Kontextes Siehe hierzu Schneider 1990, Ashforth 1985 und James und Sells 1981 Ist die Wahrnehmung der Organisationsmitglieder ähnlich, können die Wahrnehmungen der einzelnen Organisationsmitglieder zu einem Wert, dem Organisationsklima, aggregiert werden Darüber hinaus werden verschiedene inhaltliche Facetten des Klimas betrachtet Unterschieden wird zum Beispiel das Klima für Veränderung, Qualität, Innovation, Sicherheit, Gerechtigkeit Mehr dazu im Webex-Kurs Innovationsklima auf der Lehrbuch-Website Abschnitt 3.4 Organisationsdiagnose Beschreibung Eine Organisationsdiagnose liefert ein systematisches Verständnis von Organisationen Auf dieser Grundlage können geeignete Maßnahmen zur Organisationsentwicklung abgeleitet werden, um Probleme zu lösen und die Effektivität zu verbessern Zudem dient sie dem Ziel, die aktuelle Funktionsweise einer Organisation zu verstehen, denn sie liefert die notwendigen Informationen, um anschließende Interventionsmaßnahmen zu gestalten Der Prozess der Organisationsdiagnose beginnt im Idealfall mit einer Auftragsklärung zwischen dem Auftraggeber in der Organisation und dem Organisationsentwickler Das medizinische Prinzip der Diagnose sähe so aus Die Organisation, Patient, kommt mit einem Problem zum Organisationsentwickler, Arzt, der sie untersucht, die Ursache des Problems identifiziert und eine Lösung verschreibt Im organisationalen Kontext läuft die Diagnose aber deutlich komplexer ab, sodass die Analogie nicht passt, siehe auch Kapitel 4 Die Annahme, dass etwas mit der Organisation, dem Patienten, nicht stimmt, muss nicht zutreffend sein Im Rahmen der Organisationsdiagnose ergibt sich ein kooperativer Prozess zwischen den Organisationsmitgliedern und dem Organisationsentwickler, in dem relevante Informationen gesammelt und analysiert werden und Handlungsempfehlungen und Maßnahmen abgeleitet werden Die Diagnose kann darauf abzielen, die Ursachen spezifischer Probleme aufzudecken, die Grundlagen effizienter Prozesse zu verstehen oder die Gesamtabläufe in der Organisation oder in bestimmten Abteilungen zu bewerten, um Entwicklungspotenziale zu identifizieren Vergleiche Cummings und Hurley 2009 Eine Organisationsdiagnose kann zum Beispiel Antworten auf die folgenden Fragen geben Wie ist das Klima im Unternehmen? Welcher Zugang zu Veränderungen passt zur Unternehmenskultur? Organisationen als offene Systeme Organisationen können als Systeme verstanden werden Nach der Systemtheorie ist ein System ein einheitliches Ganzes, das sich aus Teilen oder Subsystemen zusammensetzt Die Aufgabe des Systems besteht darin, diese Bestandteile zu einer funktionierenden Einheit zu integrieren Organisationssysteme setzen sich beispielsweise aus Abteilungen wie Vertrieb, Finanzen und Logistik zusammen Die Organisation dient dazu, das Verhalten dieser Abteilungen zu koordinieren, damit sie gemeinsam funktionieren und dem übergeordneten Ziel oder der gemeinsamen Strategie dienen können Das Open Systems Modell nach Cummings und Hurley 2009 berücksichtigt, dass Organisationen im Kontext einer Umwelt existieren, die einerseits auf die Organisation einwirkt und andererseits durch die Organisation beeinflusst wird Einerseits beeinflusst die Umwelt die Funktionsweise und Leistung der Organisation Andererseits wird die Umwelt dadurch beeinflusst, wie die Organisation mit ihr interagiert In diesem Modell handeln Organisationen innerhalb einer externen Umwelt, aus der sie spezifische Inputs beziehen die mittels sozialer und technischer Prozesse zu Outputs umgewandelt werden Diese Outputs werden an die Umwelt zurückgegeben und können als Feedback bezüglich der Leistung der Organisation genutzt werden Nach dem Open Systems Modell besteht also jedes organisationale System aus drei zusammenhängenden Teilen Inputs, Prozesse und Outputs Das Open Systems Modell legt nahe, dass Organisationen und ihre Subsysteme, Abteilungen, Gruppen, Individuen gemeinsame Merkmale aufweisen, die ihre Organisations- und Funktionsweise erklären So können offene Systeme beispielsweise hierarchisch geordnet werden Gesellschaftliche Systeme bestehen aus Organisationen Organisationen aus Gruppen oder Abteilungen und Gruppen bestehen aus Individuen Offene Systeme tauschen Informationen und Ressourcen mit ihrer Umgebung aus Sie können dabei ihr eigenes Verhalten nicht vollkommen unabhängig steuern sondern sie werden auch durch äußere Einflüsse mitbestimmt Organisationen werden zum Beispiel durch die Verfügbarkeit von Arbeit und Personal Rohmaterialien, Kundenanforderungen, Wettbewerb und gesetzlichen Regelungen beeinflusst Es kann durchaus notwendig sein zu verstehen, wie diese Umweltbedingungen eine Organisation beeinflussen um das interne Verhalten der Organisation erklären zu können Obwohl sich die Systeme auf den unterschiedlichen Ebenen vielfach unterscheiden zum Beispiel in ihrer Größe und Komplexität, haben sie doch einige gemeinsame Eigenschaften die auf alle Ebenen gleichermaßen angewandt werden können Umwelt, Inputs, Prozesse, Outputs, Grenzen, Feedback, Ausrichtung und Äquifinalität Ebenen der Organisationsdiagnose Wenn man Organisationen als offene Systeme betrachtet, kann eine Organisationsdiagnose auf drei verschiedenen Ebenen stattfinden 1. Organisationsebene Dies ist die oberste Ebene, auf der die Organisation als Ganzes steht Hier findet die Gestaltung der Unternehmensstrategie, der Unternehmensstruktur und der Prozesse statt 2. Abteilungs- oder Gruppenebene Auf dieser Ebene werden die Strukturen und Methoden für die Gruppeninteraktion, zum Beispiel auch Normen oder Dienstpläne, gestaltet 3. Individuumsebene Auf dieser niedrigsten Ebene befinden sich einzelne Personen oder Arbeitsplätze Gestaltungsaspekte auf der Individuumsebene betreffen die Art, wie der einzelne Arbeitsplatz gestaltet wird um bestimmten Anforderungen und Verhaltensweisen zur Aufgabenbewältigung gerecht zu werden Eine Organisationsdiagnose kann alle drei Ebenen umfassen oder sich auf spezifische Aspekte einer einzelnen Ebene beschränken Der Schlüssel zu einer effektiven Organisationsdiagnose liegt darin, zu wissen, welche Aspekte auf den unterschiedlichen Ebenen relevant sind und wie sich die Ebenen gegebenenfalls gegenseitig beeinflussen Siehe auch McCaskey 1997 Für eine Teamdiagnose, Gruppenebene, kann es zum Beispiel wichtig sein, zu wissen, welche Variablen die Teamleistung beeinflussen und wie die übergeordnete Organisation auf das Verhalten der Teammitglieder einwirkt Die Abbildung 3.10 im gedruckten Buch zeigt ein globales Modell für die Diagnose organisationaler Systeme Auf jeder der drei Ebenen werden die Inputs, mit denen das jeweilige Subsystem arbeitet, die wichtigsten Gestaltungsfaktoren in der Prozesskomponente und die jeweiligen Outputs benannt Auf jeder Ebene gibt es eine Feedback-Schleife Jeder Output wirkt als Rückmeldung für den Input Auf der Organisationsebene wird beispielsweise die Produktqualität, Output, durch Qualitätstests und durch den Grad der Kundenzufriedenheit zurückgemeldet, was sich auf die Inputs auswirkt Zum Beispiel entspannt sich der Preiswettbewerb mit anderen Anbietern, wenn die Qualität der eigenen Produkte sehr hoch ist Dabei ist zu beachten, dass die Systeme sich gegenseitig beeinflussen Die äußere Umgebung der Organisation, allgemeine Umwelt, ist der wichtigste Inputfaktor für Entscheidungen auf der Organisationsebene Die Merkmale des Systems auf Organisationsebene, Organisationsgestaltung, sind wiederum ein wichtiger Inputfaktor für die Gruppenebene Die Gruppengestaltung ist ihrerseits ein wichtiger Inputfaktor für die Gestaltung der einzelnen Arbeitsplätze auf der Individuumsebene Die gegenseitige Beeinflussung zwischen den Ebenen verdeutlicht, dass die verschiedenen Ebenen einer Organisation gut aufeinander abgestimmt sein müssen, damit die Organisation effizient arbeiten kann Daher muss die Organisationsstruktur zur Gestaltung der Aufgaben für verschiedene Arbeitsgruppen passen Diese wiederum müssen zum individuellen Arbeitsplatz passen Ablauf einer Organisationsdiagnose Wenn Veränderungsmaßnahmen geplant sind, sollte eine Organisationsdiagnose vorangehen Bei einer Organisationsentwicklungsmaßnahme gliedert sich der Ablauf wie folgt Organisationsdiagnose, Intervention und Evaluation Mehr dazu im Kapitel 4 Im Rahmen einer Organisationsdiagnose können insgesamt sieben Schritte unterschieden werden Zu Beginn steht eine Einführungsphase, Kontaktaufnahme, erste Gespräche Es folgt eine Erkundungs- und eine Planungsphase, in der Inhalt und Art der Datenerhebung konkretisiert werden Hier wird festgelegt, welche Gestaltungsmerkmale in der Diagnose unter die Lupe genommen werden sollen Auf der Organisationsebene könnte zum Beispiel die Unternehmensstrategie betrachtet werden Auf der Gruppenebene zum Beispiel die Funktionsweise der Arbeitsteams Und auf der Individuumsebene könnte beispielsweise die Arbeitszufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter untersucht werden In der Planungsphase wird also der Fokus der Organisationsdiagnose festgelegt Welche Ebenen des organisationalen Systems werden betrachtet Welche konkreten Inputfaktoren, Gestaltungsmerkmale und Outputs sollen analysiert werden Nachdem dies feststeht, erfolgt die Operationalisierung der zu betrachtenden Variablen Dabei muss entschieden werden, welche Datenquellen analysiert werden sollen Zum Beispiel durch Analyse von Dokumenten wie Handbücher, Protokolle, schriftliche Anweisungen, Organigramme Durch betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie Fehlzeiten oder Produktivität Durch Befragung von Experten und Schlüsselpersonen Durch Befragung von Mitarbeitern Sowie durch Verhaltensbeobachtung am Arbeitsplatz oder bei Sitzungen Und mittels welcher Messinstrumente und Verfahren die Daten erhoben werden können Wie kann zum Beispiel die derzeitige Unternehmensstrategie erfasst werden Wie kann das Teamklima abgebildet werden Wie kann die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter reliabel und ökonomisch gemessen werden Nach der Auswahl der Datenquellen und Messinstrumente Zum Beispiel Fragebogen mit quantitativer Auswertung oder Interviews mit qualitativer Auswertung findet die eigentliche Datenerhebung statt Durchführung der Hauptuntersuchung Darauf folgt die Datenverarbeitung Zum Beispiel die Fragebogenauswertung mittels Statistiksoftware Die Ergebnisse müssen anschließend interpretiert werden Wo zeichnen sich Stärken und Schwächen ab? Wo können Handlungsempfehlungen abgeleitet werden? Und welche konkreten Maßnahmen bieten sich an? Diese Überlegungen werden abschließend zu einem Ergebnisbericht zusammengefasst der den Auftraggebern präsentiert und idealerweise auch den beteiligten Mitarbeitern in der Organisation zugänglich gemacht wird Kapitel 4 Organisationsentwicklung und Beratung Von Simone Kauffeld und Henrike Schneider Fallbeispiel Frau F. ist bei einem großen deutschen Finanzdienstleistungsunternehmen als Filialleiterin beschäftigt Wöchentlich bekommt sie aus der Zentrale der Bank Ziele vorgegeben, die es für sie und ihre Mitarbeiter innerhalb der nächsten Woche zu erfüllen gilt Dies sind zum Beispiel Vorgaben zu Produkten, die verstärkt an Kunden verkauft werden sollen In organisationsweit festgelegten wöchentlichen Filialrunden trifft sich Frau F. mit ihrem Filialteam um ihren Mitarbeitern Rückmeldung über deren individuelle Zielerreichung der letzten Wochen zu geben In diesen Filialrunden bekommt Frau F. von ihren Mitarbeitern mehr und mehr die Rückmeldung dass sie dem hohen Vertriebsdruck nicht mehr lang standhalten könnten Durch die kurzfristige wöchentliche Perspektive und die Produkte, die ad hoc an den Kunden gebracht werden müssten könnten die Mitarbeiter selten Termine mit Kunden strategisch planen Dies erschwere langfristige Investitionen, zum Beispiel den Aufbau einer guten Kundenbeziehung die sich nicht von Woche zu Woche, sondern erst nach einiger Zeit auszahlen könnten Frau F. klagt selbst darüber, dass diese Besprechungen selten die Gelegenheit zum Austausch über gute Vorgehensweise in der Beratung von Kunden bieten Meist sind es Runden, in denen jeder Mitarbeiter versucht, sich zu rechtfertigen, warum Vertriebsziele nicht erreicht wurden Frau F. kann die Haltung ihrer Mitarbeiter zum Teil nachvollziehen da sie sich selbst im wöchentlichen, anschließenden Gespräch mit ihrem Vorgesetzten in einer ähnlichen Lage wiederfindet Sie sieht sich unter starkem Druck, Rechenschaft für die wöchentliche Vertriebsleitung ihres Teams ablegen zu müssen Zusätzlich ist in ihren Augen der Montag einer der erfolgreichsten Vertriebstage Bislang ist aber jeder Montagvormittag durch die Filialrunde und das anschließende Gespräch mit ihrem Vorgesetzten blockiert Neben den Filialrunden gibt es viele weitere Führungsinstrumente, welche die Zentrale der Bank entworfen hat um die Führung und Steuerung in den Filialen zu erleichtern Frau F. selbst setzt nicht alle Instrumente ein, denn bei vielen Instrumenten ist ihr der Nutzen nicht klar Andere Instrumente helfen ihr zwar, einen Blick auf die vergangenen Wochen zu werfen Allerdings fühlt sich Frau F. nur selten darin unterstützt, den Blick auf zukünftige Ziele zu werfen und strategisch zu planen 1. Wie kann die Zentrale des Finanzdienstleistungsunternehmens die Erfahrungen von Frau F. nutzen? 2. Zeigt sich eine ähnliche Problematik auf anderen Ebenen der Organisation? 3. Wie kann die bestehende Situation gelöst werden? 4. Wie kann ein Veränderungsprozess initiiert werden? Die Antworten auf diese Fragen sind im WebEx-Kurs Fallbeispiel Auflösung Kapitel 4 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden Fallbeispiel Ende Abschnitt 4.1 Anlässe für und Merkmale von Organisationsentwicklung In den letzten Jahren stehen laut McKenna 2006 Organisationen stärker als je zuvor im Zeichen des Wandels Die Möglichkeit der Informations- und Kommunikationstechnologien, die eine digitalisierte Gesellschaft und in der Folge auch eine digitalisierte Wirtschaft schaffen, sind unter anderem Auslöser für Veränderungen Darüber hinaus agieren Unternehmen immer globaler und multinationale Unternehmen expandieren in immer weitere Länder Dies führt zu einem Anstieg des globalen Wettbewerbs und zu Strukturveränderungen im Unternehmen Unternehmen stehen immer stärker unter dem Druck zu permanentem Wandel durch Innovation und Entwicklung Das Absinken der Geburtenraten und die gleichzeitige Steigerung der Lebenserwartungen in Europa, Japan und den USA führen zu einer Verschiebung der Altersverteilung Dieser demografische Wandel hat auch auf Unternehmen Auswirkungen Organisationen sind gezwungen, die Themen ihrer sich ständig verändernden Umwelt aufzugreifen Im Gegensatz zu rein betriebswirtschaftlich motivierten Veränderungen werden bei Organisationsentwicklungsprojekten immer Effektivitäts- bzw. Effizienzziele und humanistische, mitarbeiterorientierte Ziele berücksichtigt Definition Unter Organisationsentwicklung werden alle geplanten Bemühungen verstanden, um ganze Systeme, organisatorische Einheiten und ihre Mitglieder bewusst zu gestalten Unter Organisationsentwicklung werden zudem eine Vielzahl von Methoden und Maßnahmen verstanden, die der systematischen, geplanten Veränderung von Organisationsstrukturen und Prozessen dienen Definition Ende Dabei sind zwei Formen der Veränderung zu unterscheiden Prozessoptimierung und Prozessmusterwechsel Bei der Prozessoptimierung orientiert man sich an Best Practice, das heißt, das bestehende Verhaltensmuster wird kontinuierlich verbessert Beim Prozessmusterwechsel werden bestehende Muster verlassen und es wird eine radikale Neuordnung und Neuorientierung vorgenommen Vergleiche dazu auch Selbstorganisationstheorien, wie zum Beispiel bei Kruse 2004 beschrieben Organisationsentwicklung verlangt die Abstimmung von Veränderungsprozessen in verschiedenen Bereichen Zu den Handlungsfeldern zählen Technologien, organisatorische Strukturen und Prozesse, Unternehmenskultur, Führungs- und Kommunikationsmuster sowie die in der Organisation herrschenden Geschäftsstrategien und Visionen sowie Machtkonstellationen Um die Effektivität der Organisation zu gewährleisten, gilt es diese verschiedenen Bereiche einer Organisation während eines Wandels im Blick zu haben Die aktive Beteiligung der Mitarbeiter, die Information und Kommunikation im Veränderungsprozess und die Identifikation der Führungskräfte mit den geplanten Veränderungen sind wichtige Erfolgsfaktoren Ein Überblick Merkmale von Organisationsentwicklung 1. Organisationsentwicklung ist eine geplante Form des Wandels 2. Entwicklungs- und Veränderungsprozesse von Organisationen werden langfristig begleitet 3. Organisationsentwicklung geschieht aus dem Gesamtsystem der Organisation heraus und nicht nur in einzelnen Abteilungen oder Gruppen Am Organisationsentwicklungsprozess sind die Betroffenen beteiligt Organisationsentwicklung hat zum Ziel die Leistungsfähigkeit der Organisation, Effektivität und die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder, Humanität, zu verbessern Durch Organisationsentwicklung sollen Organisationen in die Lage versetzt werden, langfristige Veränderungen konstruktiv zu bewältigen Interne oder externe Berater unterstützen den Organisationsentwicklungsprozess durch geeignete Maßnahmen und Interventionen Überblick Ende Es bieten sich verschiedenste Anlässe für Organisationsentwicklung, die sich aus den oben genannten Trends ergeben Wie zum Beispiel 1. Einführung neuer Organisations- und Führungsstrukturen 2. Aufbau neuer Unternehmenssitze im Rahmen einer globalen Expansion 3. Fusionen von Unternehmen oder Unternehmensbereichen 4. Einführung von Teamarbeit 5. Umstrukturierung eines Unternehmens 6. Einführung neuer Management-Systeme, zum Beispiel Total Quality Management 7. Strategische Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten 8. Oder die Entwicklung und Implementierung eines Programms für gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung Die inhaltlichen Merkmale von Organisationsentwicklung werden häufig auch synonym als Change Management, Veränderungsmanagement oder Umsetzungsberatung benannt Während die Organisationsentwicklung eher eine Haltung und ein organisationstheoretisches Konzept umfasst werden mit Change Management oft Maßnahmen zur Umsetzung von geplanten Veränderungen im Sinne von Handwerkszeug beschrieben Eine klare Abgrenzung der Definitionen ist nicht möglich, da sich die Schlagworte eher der jeweils aktuellen Mode anpassen als unterschiedliche Konzepte bezeichnen Siehe dazu auch von Ameln und andere 2009 Im Folgenden verwenden wir durchgehend die Bezeichnung Organisationsentwicklung Organisationsentwicklung fußt bis heute nicht auf der einen Theorie oder dem einen einheitlichen Konzept Im praktischen Vorgehen gibt es nicht den einen besten Weg Früh wurde aber erkannt, dass Organisationsentwicklung die besten Realisierungschancen und die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat wenn Mitarbeiter zu Beteiligten gemacht werden und ihre Wünsche und Hoffnungen berücksichtigt werden Mit dieser Haltung liegt der Organisationsentwicklung ein humanistisches Menschenbild zugrunde das sich gut anhand der X- und Y-Theorie von McGregor 1960 beschreiben lässt Die Theorie X und die Theorie Y beschreiben zwei unterschiedliche Bilder von Menschen und deren Haltung zur Arbeit Hören Sie hierzu den nachfolgenden Exkurs X- und Y-Theorie nach McGregor 1960 Annahmen der X-Theorie 1. Der Mensch verfügt über eine angeborene Abneigung gegen Arbeit und neigt dazu, Arbeit zu vermeiden, wenn dies möglich ist 2. Aufgrund der angeborenen Abneigung gegen Arbeit an sich müssen viele Menschen kontrolliert und zur Arbeit angehalten werden, damit sie volle Leistung bringen 3. Von seinem Grundwesen her ist der Mensch bemüht, Verantwortung zu vermeiden Er ist gewillt, geführt zu werden und ist sicherheitsorientiert 4. Führungsstile, die auf dieser Managementphilosophie fußen, sind charakterisiert durch enge Anleitungen, genaue Anweisungen und strikte Kontrolle Annahmen der Y-Theorie 1. Physische und geistige Anstrengungen bei der Arbeit sind selbstverständlich und natürlich 2. Kontrolle und Bestrafung sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um Menschen zur Arbeit zu motivieren, sondern diese bringen sich selbst und ihre Leistung mit ein, wenn sie ein gewisses Commitment zur Organisation haben bzw. sich mit deren Zielen identifizieren 3. Commitment bzw. Bindung des Menschen an eine Organisation entstehen infolge einer für das Individuum befriedigenden Arbeitstätigkeit 4. Der Mensch sucht unter geeigneten Arbeitsbedingungen nach Verantwortung 5. Indem Menschen mit ihren Fähigkeiten angemessen eingebunden werden, kann einer großen Zahl an Problemen bei der Arbeit vorgebeugt werden 6. Führungsstile, die auf dieser Managementphilosophie fußen, erlauben ihren Mitarbeitern mehr Selbstbestimmung, formulieren Arbeitsziele und geben ihnen größere Handlungsspielräume 6. Partizipation ist erwünscht und es lassen sich flexiblere Organisationsstrukturen finden 6. Exkurs Ende Organisationsentwicklung hat sich aus den Erkenntnissen der Y-Theorie herausgebildet Nach der Y-Theorie will sich der Mensch von Natur aus verwirklichen und entfalten, strebt danach, seinen Neigungen und Interessen nachzugehen, zeigt Engagement und Initiative und sucht Verantwortung Abschnitt 4.2 Formen der Organisationsberatung Organisationsentwicklung zielt auf die Verbesserung der Lern- und Entwicklungsprozesse in Organisationen ab Der Haltung folgend, dass Kooperation und Beteiligung der Organisationsmitglieder wichtige Voraussetzungen für den Erfolg der Organisationsentwicklungsmaßnahmen sind, liegt der Fokus der Beratung von Organisationen auf der Initiierung, Gestaltung und Unterstützung des Veränderungs- und Lernprozesses Damit wird Organisationsentwicklung oft als Prozessberatung verstanden und grenzt sich damit in der Regel von inhaltlicher Beratung ab. Vergleiche Jonas und andere 2007 und Bamberg 2009 Bei der Inhaltsberatung wird der fachliche Berater hinzugezogen, weil er über Expertenwissen oder relevante Informationen verfügt. Die beratende Tätigkeit besteht im Wesentlichen aus einem Informationssuche- und Informationsbewertungsprozess. Auf dieser Basis erarbeitet der inhaltliche Berater Lösungen, um die Entscheidungssicherheit seiner Klienten zu erhöhen. Mehr dazu bei Jonas und anderen 2007 Organisationen ziehen Expertenberater hinzu, wenn sie beispielsweise Informationen über eine Kundengruppe oder Wissen über Marketingstrategien anderer Unternehmen erhalten möchten, die man für eine Konkurrentenanalyse braucht. Es kann aber auch sein, dass Klienten erfahren möchten, wie sich die Stimmung in einer Abteilung nach einer personalpolitischen Maßnahme verändert hat. Der Berater wird dann mithilfe von Interviews oder Fragebögen versuchen, dies zu ermitteln. Näheres dazu finden Sie bei Schreyöck 2010. Im Gegensatz dazu steht die Prozessberatung. Begriff und Konzept der Prozessberatung wurden von Edgar Schein erstmals in den 1960er Jahren in Publikationen über organisatorische Change-Prozesse angeführt. Es geht bei einer Prozessberatung um die Entwicklung von Veränderungs- und Problemlösefähigkeiten auf Seiten des Klienten. Die Betroffenen, das heißt die Organisation und ihre Mitglieder, werden aktiv am Organisationsentwicklungsprozess beteiligt, weil davon ausgegangen wird, dass die Betroffenen selbst Experten ihrer Situation sind und auch bereit sind, diese Situation optimal zu gestalten. Organisationsentwicklung wirft dabei auch einen besonderen Blick auf weiche Faktoren wie Gruppendynamik, Kommunikation, Konflikte, Motivation, Identifikation und Führung. Die Prozessberatung ist heute als Ansatz im gesamten Beratungsfeld, das von der Lebensberatung über Supervision und Coaching bis zur Organisationsentwicklung reicht, nicht mehr wegzudenken, siehe auch Müller und Hausinger 2009 sowie Schreieck 2010. Die zentrale Aufgabe der Prozessberatung ist nach Schein 1990 den Klienten beizubringen, wie sie lernen können. Dafür initiiert der Prozessberater Lernprozesse und unterstützt ihn mittels Hilfe zur Selbsthilfe. Die Beteiligung der Organisationsmitglieder kann nach verschiedenen Strategien erfolgen. Nach der Top-Down, der Bottom-Up, der Bipolaren, der Keil oder der Multiple-Nucleus-Strategie. Siehe dazu auch den Web-Exkurs Grundlegende Organisationsentwicklungsstrategien auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.3 Historische Wurzeln der Organisationsentwicklung Um den heutigen Stand der Organisationsentwicklung verstehen zu können, ist es hilfreich, einen Blick auf die historische Entwicklung zu werfen. Ein wichtiges Merkmal von Organisationsentwicklung ist, dass sie nicht nur an formalisierten Strukturen und den Technologien einer Organisation ansetzt, sondern auch an den menschlichen Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder. Veränderung und Entwicklung von Organisationen bedürfen dafür nicht nur der Veränderung technisch-formaler Strukturen, sondern auch der informellen, intra- und intrapersonellen Strukturen. Diese Grundidee fußt auf verschiedenen historischen Wurzeln, von denen einige im Folgenden veranschaulicht werden. Laboratoriumsmethode bzw. Sensitivity-Training, Survey-Feedback bzw. Aktionsforschung, soziotechnischer Systemansatz und strategische Veränderung. Laboratoriumsmethode bzw. Sensitivity-Training Die Laboratoriumsmethode, auch häufig als Sensitivity-Training oder T-Groups bezeichnet, war zu Beginn die klassische Methode der Organisationsentwicklung. Die Grundannahme hinter der von Kurt Lewin 1946-47 entwickelten Methode ist, dass sich Lernen in einer Trainingsgruppe auf die Entwicklung der gesamten Organisation auswirkt. Das Verständnis für interpersonelle Beziehungen, persönliche Weiterentwicklung, Führung und Gruppenprozesse sollten durch diese Art der Trainings verbessert werden. Das Ziel bestand darin, die Teilnehmer durch Feedback über ihre Gruppeninteraktionen zu Lernen und Denkprozessen darüber anzuregen, wie sie künftig in realen Situationen Gruppendynamiken kompetent steuern könnten. Ihrer Konzeption nach müssen T-Groups für optimale Lernbedingungen drei Voraussetzungen erfüllen. 1. Unstrukturiertheit der Situation Die Teilnehmer kennen sich weder gegenseitig, noch gibt es einen moderierenden Trainer, der Ablauf oder Themen in die Gruppe einbringt. 2. Hier-und-Jetzt-Prinzip In der Zeit der Zusammenarbeit dürfen sich die Trainingsteilnehmer ausschließlich über Vorgänge in der Gruppe unterhalten. 3. Feedback Um die eigene Wirkung auf andere zu erfahren, geben sich die Teilnehmer gegenseitig Feedback. Heutzutage werden T-Groups in ihrer ursprünglichen Konzeption nur noch selten angeboten und durchgeführt. Die Grundideen und praktischen Aspekte haben sich aber in Angeboten zur Teamentwicklung fortgesetzt. Siehe dazu auch Kapitel 8 sowie Literatur von Cummings und Worley 2008 bzw. Nerdinger und andere 2011. Survey-Feedback bzw. Aktionsforschung Kurt Lewin prägte gemeinsam mit John Collier, William White, Rancis Likert und anderen Forschern auch die zweite historische Wurzel von Organisationsentwicklung, 1948 bis 1980er Jahre. Bei diesem ursprünglich klassischen Forschungsinstrument werden durch schriftliche oder mündliche Befragung Daten in einer Organisation erhoben. Anschließend werden die Daten mit einem Feedback-System an die Befragten rückgemeldet. Veränderungen basieren damit auf kollektiven Lernprozessen. Die Selbstreflexion wird gefördert und in der Organisation selbst werden Lösungsvorschläge erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. Siehe Kapitel 10 Für die Organisation hatte die Aktionsforschung den Nutzen, dass sie die Forschungsergebnisse verwenden konnte, um ihre Veränderungs- und Umsetzungsprozesse zu begleiten. Die Forscher hatten ihrerseits den Nutzen, diese Prozesse zu untersuchen und Erkenntnisse für ihre Forschung und weitere Praxisprojekte daraus zu gewinnen. Siehe dazu auch den WebExkurs Ablauffasen eines Aktionsforschungsprozesses auf www.lehrbuch-psychologie.de Heute wird dieses Vorgehen beim Befragen von Mitarbeitern oder Führungskräften eingesetzt, um zum Beispiel Organisationsentwicklungsprojekte einzuleiten. Soziotechnischer Systemansatz Untersuchungen des Tavistock-Instituts führten schließlich in den 1960er Jahren zu einer neuen Sichtweise von Organisationen, sodass der soziotechnische Systemansatz nach Eric Trist entstand. Er geht davon aus, dass soziale und technische Systeme interagieren. Die soziotechnische Systemtheorie postuliert, dass keine Unabhängigkeit zwischen dem sozialen und dem technischen System einer Organisation herrscht. Vergleiche dazu Kapitel 11. Das bedeutet für Organisationsentwicklung, dass bei einem Veränderungsprozess immer beachtet werden muss, welche Auswirkungen die technischen Bedingungen und das soziale System aufeinander haben. Der soziotechnische Systemansatz diente auch als Grundlage für demokratische Ansätze der Organisationsentwicklung und der Humanisierung der Arbeitswelt. Zum Teil entstanden aus diesen Ansätzen Job-Enrichment-Programme oder autonome Arbeitsgruppen. Siehe dazu Kapitel 11 bzw. 8. Weiterentwicklungen finden sich in den Ansätzen von Qualitätszirkeln oder dem Total-Quality-Management. Hören Sie dazu den folgenden Exkurs. Total-Quality-Management. Exkurs. Total-Quality-Management. Unter Total-Quality-Management wird ein umfassendes Qualitätsmanagement in Organisationen verstanden, das auf der Mitwirkung aller Mitglieder beruht. Diese Methode stellt die Qualität in den Mittelpunkt. Das Ziel ist die Erreichung langfristigen Geschäftserfolgs durch die Zufriedenheit der Kunden sowie die Zufriedenheit der Mitglieder der Organisation und durch einen Nutzen für die Gesellschaft. Die European Foundation for Quality Management, 1988 durch 14 führende westeuropäische Unternehmen gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Organisationen zu steigern. Sie will Ansporn und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung unternehmerischer Spitzenleistungen geben. Dafür stellt die European Foundation for Quality Management ein Modell für die ganzheitliche Betrachtung, Bewertung und Verbesserung von Organisationen zur Verfügung. Unternehmen, die ihre Führung nach Total-Quality-Management ausrichten, können eine Selbstbewertung nach den Kriterien des European Foundation for Quality Management Modells durchführen und sich um den European Quality Award bewerben. Die Kriterien und Teilkriterien des Modells umfassen 1. Ergebnisorientierung 2. Ausrichtung auf den Kunden 3. Führung und Zielkonsequenz 4. Management mittels Prozessen und Fakten 5. Mitarbeiterentwicklung und Beteiligung 6. Kontinuierliches Lernen, Innovation und Verbesserung 7. Entwicklung von Partnerschaften 8. und soziale Verantwortung Exkurs Ende Strategische Veränderung Aktuelleren Ansätzen aus den 1970er Jahren bis heute liegt die Annahme zugrunde, dass Organisationen extrem komplex und in ihren jeweiligen Umgebungen, z.B. ihren Märkten, nur schlecht plan- und steuerbar sind. In einem Veränderungsmanagement-Prozess müssen die Strukturen der Organisation, ihre Kultur, die Strategie und die Systemumgebung berücksichtigt werden. Vergleiche FATSA 2005 Ein mögliches Instrument für ein strategisches Management stellt die Balanced Scorecard dar. Dabei handelt es sich um ein strategisches Management-System, das die Finanz-, Kunden-, Prozess- und Mitarbeiter-Lernperspektive berücksichtigt. Lesen Sie dazu mehr im Webexkurs Balanced Scorecard auf www.lehrbuch-psychologie.de Abschnitt 4.4 Ansätze der Organisationsentwicklung Organisationsentwicklung erhebt den Anspruch, Organisationen Unterstützung zu bieten, wenn sie Entscheidungen über Veränderungsschritte treffen, Veränderungen einleiten, Maßnahmen aktiv umsetzen und deren Nachhaltigkeit langfristig sichern. Dieser Anspruch verlangt nach umfassender Organisationsentwicklung, wie auch schon im sozio-technischen Systemansatz gefordert, um die organisationalen Strukturen, aber auch inter- und intraindividuellen Bedingungen in der Organisation zu berücksichtigen. Dafür müssen Maßnahmen der Organisationsentwicklung idealerweise zugleich auf der Ebene der gesamten Organisationsstrukturen und an den in der Organisation ablaufenden Prozessen, aber auch bei den einzelnen Organisationsmitgliedern ansetzen. Je nach Ansatzpunkt der Organisationsentwicklung unterscheidet man strukturale, prozessuale und personale Ansätze. 1. Strukturaler Ansatz Siehe dazu auch Domsch und Ladwig 2006. Beim strukturalen Ansatz werden Organisationen als sozio-technische Systeme verstanden und Änderungsprozesse über Eingriffe in die Strukturen der Organisation, z.B. in die Arbeitsbedingungen, angestrebt. Über eine Beschäftigung mit aktuellen Organisationsstrukturen sollen Organisationsmitglieder in die Lage versetzt werden, diese zu hinterfragen und alternative Strukturen zu entwickeln. Hierzu zählt z.B. die Einführung von Job Enrichment zur qualitativen Anreicherung der Arbeit, die Installation von teilautonomen Arbeitsgruppen oder Qualitätszirkeln, siehe Kapitel 11, oder die Einführung von Zielvereinbarungssystemen, vergleiche Kapitel 5. 2. Prozessualer Ansatz Siehe dazu Lena 2009, Schiersmann und Thiel 2010. Der Fokus des prozessualen Ansatzes liegt auf einer Veränderung der Prozesse innerhalb der Organisation. Hierzu zählen u.a. die Methode des Survey-Feedback oder Maßnahmen der Teamentwicklung, vergleiche Kapitel 8. 3. Personaler Ansatz Siehe dazu Gebert 2004 sowie Domsch und Ladwig 2006. Dieser Ansatz setzt an der Person des Organisationsmitglieds an. Maßnahmen zielen darauf ab, Lernprozesse anzuregen, den eigenen Blick auf die bestehende Situation zu reflektieren, Einstellungsänderungen zu bewirken und die fachliche Qualifikation einer Person anzuheben. Ein klassischer Ansatz ist die zuvor beschriebene Laborationsmethode, welche eine Person für die in einer Gruppe ablaufenden Prozesse sensibilisieren soll, um dadurch eine Änderung auf organisationaler Ebene auszulösen. Als personaler Ansatz gilt auch das Coaching. Siehe dazu auch Kapitel 7. Exkurs Coaching Eine sehr bekannte und häufig eingesetzte Methode des personalen Ansatzes ist das Coaching. Eine Befragung von Personalmanagern von Böning und Fritschle aus dem Jahr 2005 zufolge sind organisationale Veränderungsprozesse der Hauptanlass für Coaching. Bei Coaching handelt es sich nach Greif 2008 um eine intensive und systematische Förderung ergebnisorientierter Problem- und Selbstreflektionen sowie Beratung von Personen oder Gruppen zur Verbesserung der Erreichung selbstkongruenter Ziele oder zur bewussten Selbstveränderung und Selbstentwicklung. Ausgenommen sei die Beratung und Psychotherapie psychischer Störungen. Der personelle Ansatz des Coaching dient demzufolge der Steigerung und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit in beruflichen Situationen und unterstützt die Klienten bei personenbezogenen Problemen im Rahmen ihrer beruflichen Rolle, so Schreieck 2002, worüber die Entwicklung und Effizienz der Organisation gefördert werden sollen. Coaching versteht sich in der Regel als personenzentrierte Prozessberatung, vergleiche aber auch Team-Coaching, dazu mehr in Kapitel 8. Dies heißt im Rahmen der Organisationsentwicklung, dass der Coach den Klienten unterstützt, Problemzusammenhänge selbstständig zu erkennen, Ziele zu finden, anstehende Veränderungen zu reflektieren oder ihm beim Erwerb zukünftig benötigter Kompetenzen zu unterstützen. Der Coach initiiert und begleitet den Klienten bei Lernprozessen, damit der Klient Probleme eigenständig lösen, sein Verhalten und seine Einstellungen weiterentwickeln und effektive Ergebnisse erreichen kann. Als Unterstützungs- und Begleitmaßnahme kann Coaching in jeder Phase eines Veränderungsprozesses eingesetzt werden – sowohl in der Planungsphase als auch während der Umsetzung und auch im Stabilisierungsprozess. Exkurs Ende Der Verlauf von Organisationsentwicklung wird häufig in verschiedenen Phasenmodellen dargestellt. Eines dieser Modelle zeigt die Abbildung 4.1 im gedruckten Buch. Einschränkend muss betont werden, dass der geradlinig erscheinende Verlauf des Modells in der Praxis selten zu beobachten ist. Dennoch bildet dieses Modell gut ab, welche Schritte bei Veränderungsprozessen zu berücksichtigen sind. Der Organisationsentwicklungsprozess läuft in drei Phasen ab – auftauen, verändern, stabilisieren. Erste Phase In der ersten Phase des Auftauens in Anlehnung an Lewin 1963 wird Motivation zur Veränderung hervorgerufen, indem auf die Diskrepanz zwischen bestehenden und angestrebten Verhaltensweisen verwiesen wird. Widerstände gegenüber dem Veränderungsprozess werden beseitigt, um Wachstum zu ermöglichen. Wichtige Bestandteile dieser Phase sind die Diagnose der Ist-Situation durch das Festlegen eines Kontraktes und die Problemanalyse. In einem Kontrakt werden die identifizierten Probleme, der Veränderungsbedarf, die definierten Ziele und die in Vorgesprächen vereinbarte Vorgehensweise schriftlich festgehalten. Es werden Rahmenbedingungen für den Veränderungsprozess definiert und Ressourcen bereitgestellt. Der Kontrakt dient als Anstoß und als Vorbereitung für den Veränderungsprozess. In der Regel erfolgt eine Datenerhebung und Auswertung zum Veränderungsthema. Die Ergebnisse werden anschließend als Feedback dem Klientensystem möglichst zu unterschiedlichen Perspektiven des Veränderungsthemas rückgemeldet. Ziele der Analyse für die weitere Organisationsentwicklung sind die Ist-Situation klar zu diagnostizieren, Betroffenheit zu erzeugen, Akzeptanz zu schaffen, Widerstände abzubauen, Dringlichkeit darzulegen und Koalitionen aufzubauen. Sinnbezüge werden hergestellt. Aufbauend auf der Analyse können Entwürfe für Alternativszenarios und Visionen geschaffen und die Veränderungsprozesse weiter vorangetrieben werden. 2. Phase In der zweiten Phase des Veränderns werden Interventionsmaßnahmen eingesetzt. Neue Konzepte, Verhaltensweisen, Werte und Einstellungen werden durch Veränderungen in Strukturen und Prozessen der Organisation etabliert. Zunächst erfolgt eine hierarchieübergreifende Beteiligung der Organisationsmitglieder an den Veränderungsprozessen. Durch die Überordnung gemeinsamer Visionen und Ziele werden die betroffenen Parteien zur Partizipation animiert. Es werden weitere konkrete Maßnahmen und Implementierungsschritte konzipiert und kommuniziert. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Implementierung bzw. Umsetzung der konzipierten Maßnahmen und Implementierungsschritte. Über die Implementierung werden die Change Agents als Träger der Organisationsentwicklung qualifiziert und die weitere Organisationsentwicklung gesteuert. Für die erfolgreiche Implementierung ist es wichtig, sich die Unterstützung vom Management einzuholen, Resultate einzufordern und erste Ergebnisse der Implementierung rechtzeitig zu kommunizieren und wertzuschätzen. Wichtig sind der richtige Zeitpunkt der Destabilisierung und die gerichtete Aktivierung. Dritte Phase Der Organisationsentwicklungsprozess schließt mit der dritten Phase des Stabilisierens ab, in der Veränderungen in die Organisation integriert, stabilisiert und generalisiert werden. Bestandteile der Stabilisierung sind die kritische Reflexion der Prozesse und Ergebnisse, die Dokumentation der gesamten Organisationsentwicklung, die Evaluation der Prozesse und Maßnahmen, aber auch das Feiern und Bilanzieren von Erfolgen. Durch die Stabilisierung sollen die Veränderungsprozesse nachhaltig verankert werden. In Veränderungsprozessen, bei denen sich verschiedene Veränderungsprojekte und Restrukturierungsprojekte überlappen, ist es wichtig, neben destabilisierenden Elementen immer wieder stabilisierende Elemente einzubauen. Destabilisierend wirkt zum Beispiel das Durchbrechen von Ritualen, das Verändern von Symbolen, das Senden von widersprechenden Informationen, Informationsstops und Informationsflut. Destabilisierung geht mit einem hohen Erregungsniveau aller Beteiligten einher, das dauerhaft gesundheitsschädigende Auswirkungen haben kann. Daher sind stabilisierende Elemente in Veränderungsprozessen wichtig. Zweitens. Stabilisierend wirken zum Beispiel der Aufbau von Regelsystemen, die Etablierung von Symbolen und Sprachmustern, kohärente und handlungsorientierte Informationen, konstantes Verhalten wichtiger Akteure, die Entwicklung einer Vision und die Schaffung von Identität. Ein Beispiel ist im WebExkurs Organisationsentwicklung in einem Finanzdienstleistungsunternehmen zu Kapitel 4 auf www.lehrbuch-psychologie.de aufgeführt. Abschnitt 4.5 Akteure der Organisationsentwicklung Für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in Organisationen ist es wichtig, alle betroffenen Organisationsmitglieder mit einzubeziehen. Im Rahmen der Organisationsentwicklung nehmen diese in Abhängigkeit von ihrer Funktion unterschiedliche Rollen ein. Hierbei werden folgende Rollen unterschieden. Top-Management bzw. Sponsoren, Experten, Mitarbeiter und Change Agents 1. Top-Management und Sponsoren haben die Aufgabe, ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels zu schaffen, um Veränderungsprozesse anzustoßen und zu unterstützen. Daher spielen sie bei der Formulierung einer Vision, der Zusammensetzung von Projektteams und der Vergabe von Ressourcen eine wichtige Rolle. 2. Die Experten fungieren meistens in funktionsübergreifenden Teams als Ansprechpartner für spezifische Fragen und Probleme. Sie bringen Wissen und Kompetenz in unterschiedlichen Bereichen mit. 3. Die Mitarbeiter sind die Betroffenen und Beteiligten im Veränderungsprozess und damit die Veränderer, während die Change Agents durch ihre operative Arbeit als Bindeglied zu den Mitarbeitern und damit als Veränderungshelfer fungieren. Change Agents sind häufig interne oder externe Berater oder auch Führungskräfte. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Berater. Exkurs Berater Beratern kommt bei der systematischen Unterstützung und Begleitung der Organisationsentwicklung in vielen Fällen eine wichtige Bedeutung zu. Der Beratungsmarkt gehört zu den dynamischsten Wachstumsbranchen der Welt und Publikationen der Branche zufolge boomt er seit einigen Jahren. Berater haben in Organisationsentwicklungsprojekten einen wesentlichen Einfluss auf den Beratungsprozess. Sie können intern von den Organisationen selbst beschäftigt sein, aber deutlich häufiger werden externe Berater zum Zweck der Organisationsentwicklung hinzugezogen. Die Berufsbezeichnung Berater ist allerdings kein geschützter Begriff, Kriterien über die Ausbildung nicht einheitlich definiert. Zur Beratung können sehr unterschiedliche Berufsbiografien führen, zum Beispiel die von Psychologen, Betriebswirtschaftlern oder Rechtswissenschaftlern. Ferner werden für das Berufsbild des Organisationsberaters zahlreiche Zusatzausbildungen, zum Beispiel zum systemischen Berater, angeboten. Diese sagen laut Jonas und anderen 2007 in der Praxis oft mehr über die Arbeitsweise der Berater aus als ihr universitärer Abschluss. Betrachtet man Anforderungen an Berater genauer, spiegeln sich darin verschiedene Kompetenzen wieder. In der Regel werden soziale und persönliche Kompetenzen sowie Methodenkompetenz und Fachkompetenz in den Bereichen Wirtschaft und Psychologie als Anforderungen an gute Berater genannt. Siehe dazu Steinle und Andere 2009 oder lesen Sie im Webex-Kurs Interne und externe Berater zu Kapitel 4 auf der Lehrbuch-Website weiter. Auch wenn Kunden Organisationsentwicklung als unterstützende Beratungsleistung schätzen und zunehmend mehr nachfragen, bleibt bislang offen, welche situationsspezifischen Kompetenzen von Beratern ihre Beratungsleistung erfolgreich machen. Dies hat zur Folge, dass sich für dieses Anliegen ein eigener Markt etabliert hat und zunehmend in Aktivitäten investiert wird, die der Professionalisierung und Legitimation des Berufsprofils sowie die Qualitätssicherung und dem Erfolgsnachweis zum Beispiel von Coaching in Organisationen dienen. Vergleiche Winkler und Andere 2013. Auch aus wissenschaftlicher Sicht stellt die Erfassung von Beraterkompetenzen eine Schwierigkeit dar, da Kompetenzen erst bei ihrer Anwendung durch Beobachtende der jeweiligen Personen zugeschrieben werden. Ein Ansatz zur Erfassung von Beratungskompetenzen ist die Videoanalyse mittels Act for Consulting von Hoppe und Kauffeld 2009. Näheres über dieses Programm erfahren Sie im Webex-Kurs Act for Consulting Beobachtungs- und Analyseverfahren für Beratungskompetenzen zu Kapitel 4 auf www.lehrbuch-psychologie.de Bedingt durch die Kompetenz ihres Beraters erhoffen sich Klienten, dass durch den Einsatz von Beratung bestehende Probleme besser strukturiert werden, dass die Informationsgrundlage, auf der eine Entscheidung basiert, erweitert wird, dass die Unsicherheit in Bezug auf verschiedene Entscheidungsalternativen reduziert und dass die wahrgenommene Qualität einer Entscheidung erhöht wird. Siehe Jonas und Andere 2007. Exkurs Ende Der Erfolg von Organisationsentwicklungsprojekten ergibt sich entsprechend aus der Interaktion der verschiedenen Akteure. Sie alle sind Beteiligte der Organisationsentwicklung und verfolgen idealerweise die im Rahmen der Auftragsklärung definierten Ziele. Darüber hinaus kann die hinzugezogene Beratung in einer Organisation auch latente Funktionen erfüllen. Siehe dazu Kauffeld und Andere 2009 und den Webex-Kurs Latente Funktionen von Beratung. Dazu zählen zum Beispiel Legitimierung, Verantwortungsteilung oder Vertagen von Entscheidungen. Sie sind nicht Gegenstand des Beratungsvertrags und werden in der Regel nicht explizit angesprochen. Siehe dazu zum Beispiel Harvey und Fischer 1997 sowie Kramer und Andere 2007. Welches Ziel für eine Person oder eine Organisation, die einen Berater hinzuzieht, jeweils im Vordergrund steht, ist von personalen Faktoren, zum Beispiel Unsicherheit über Entscheidung, Leidensdruck und situationalen Faktoren, zum Beispiel Wichtigkeit einer Entscheidung, Notwendigkeit einer Rechtfertigung, abhängig. Der Berater befindet sich im Spannungsfeld der verschiedenen expliziten und impliziten Ziele. Er muss die verschiedenen Erwartungen der einflussreichen Akteure auf Seiten der Organisation ausloten und so agieren, dass er ihnen weitgehend entspricht, ohne dass seine eigenen Interessen zu kurz kommen. Nach Kieser 2002 ist es vordringliches Ziel des Unternehmensberaters, den Klienten zufriedenzustellen, durch Einsatz welcher Funktionen auch immer. Für den Berater kann ein Missachten latenter Funktion darin enden, dass er zum Sündenbock für unpopuläre Entscheidungen gemacht wird, dass seine Reputation leidet und dass Folgeaufträge unwahrscheinlicher werden. Vergleiche dazu Kauffeld und andere 2009. Abschnitt 4.6 Evaluation von Organisationsentwicklungsmaßnahmen Der Gestaltung von organisationalen Veränderungsprozessen kommt eine hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg zu. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Erfolg von Organisationsentwicklungsmaßnahmen zu evaluieren. Die Erkenntnisse aus der Evaluation bieten die Grundlage für die Entscheidung, ob die Maßnahmen verstärkt und weitergeführt, verändert oder abgeschafft werden sollen. Diese Form der Erfolgsmessung ist jedoch nicht unproblematisch, da der Erfolg von Veränderungsprozessen in Organisationen von vielfältigen Einflussfaktoren abhängt, die in ihrer Wechselwirkung nur bedingt analysierbar und steuerbar sind. Aufgrund der unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte von verschiedenen Organisationsentwicklungsprojekten gibt es keine verbindlichen Messgrößen, um den Erfolg eines Veränderungsprozesses zu bestimmen. Neben gemeinsam definierten Projektzielen spielen, wie oben bereits erläutert, häufig latente Ziele eine Rolle, die für den Verlauf und die Bewertung des Erfolges eine erhebliche Bedeutung haben können. Um den Erfolg von Organisationsentwicklungsmaßnahmen zu messen, ist es daher wichtig, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst sollte im Vorfeld ein Kriterium als Indikator für den Maßnahmenerfolg festgelegt werden, z.B. Umsatz, Aktienkurs, Fluktuation, Fehlerquote, Unfälle oder Zufriedenheit. Um Kausalrückschlüsse auf die Wirkung der Organisationsentwicklungsmaßnahme machen zu können, empfiehlt es sich, für die Evaluation ein Experimentalkontrollgruppendesign zu verwenden, in dem die Messungen der Experimentalgruppe, mit der eine Maßnahme durchgeführt wurde, mit denen der Kontrollgruppe ohne Maßnahmen verglichen werden können. Innerhalb der Evaluation wird zudem zwischen Prozess- und Ergebnisevaluation unterschieden. Die Prozessevaluation hat den Fokus auf den Prozess der Organisationsentwicklung an sich, z.B. Erfolg der Organisationsentwicklungsdurchführung, während die Ergebnisevaluation allein auf das Endprodukt im Anschluss an die Organisationsentwicklung fokussiert, z.B. Veränderung der Kundenzufriedenheit. Die Evaluation der Organisationsentwicklungsmaßnahmen kann sowohl qualitativ, z.B. in Form von Interviews oder offenen Fragen, oder quantitativ, z.B. in Form von Ratings oder Unternehmenskennzahlen, erfolgen. Im Umgang mit den Ergebnissen der Evaluation ist es vor allem bei negativen Ergebnissen wichtig, zu berücksichtigen, ob diese auf das Konzept der Maßnahme an sich oder auf fehlerhafte Implementierung bzw. Durchführung der Maßnahme zurückzuführen sind. Die Meta-Analysen, die zur Wirksamkeit von Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorliegen, deuten darauf hin, dass strukturelle Maßnahmen wie die Einführung von teilautonomen Arbeitsgruppen oder die Einführung von Job-Enrichment in positiver Beziehung zu weichen psychologischen Erfolgsmaßen wie der Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihrer Einstellung zu Kollegen der Arbeit und der Organisation stehen. Andere strukturelle Interventionen wie die Einführung von Leistungsbeurteilungen oder Zielvereinbarungssystemen stehen hingegen recht deutlich mit harten Kriterien wie der Zunahme der Arbeitsproduktivität in Verbindung. Prozessinterventionen wie Surveyfeedback, Teamentwicklung und Prozessberatung gelten als besonders wirksam hinsichtlich weicher und als eingeschränkt wirksam hinsichtlich harter Leistungskriterien. Ausschließlich personelle Interventionen wie gruppendynamische Trainings zeigen kaum Zusammenhänge mit Erfolgsmaßen. Vergleiche Nerdinger und andere 2011. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Organisationsentwicklungsmaßnahmen Effekte zeigen. Vergleiche Kauffeld und Ebner 2013. Die Streuungen sind jedoch so groß, dass die jeweils einzelne Maßnahme betrachtet werden muss bzw. Erfolgsfaktoren für die Wirksamkeit einer Organisationsentwicklungsmaßnahme identifiziert werden müssen. Abschnitt 4.7 Widerstände Nach Schätzungen von Hicks und Rowland 2005 scheitern ca. 70% der betrieblichen Veränderungsprozesse. Als häufigster Grund des Scheiterns wird die mangelnde Unterstützungsleistung seitens der Mitarbeiter angegeben. Entscheidungen in Veränderungsprozessen können jedoch nicht immer für alle Betroffenen positiv ausfallen, da die zu verteilenden Ressourcen begrenzt sind. Dies führt in der Regel zu negativen Reaktionen, z.B. Protest und Zufriedenheit vor allem bei denjenigen, die nicht von den Entscheidungen profitieren. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs 7 Phasenmodell nach Streich 1997. Exkurs 7 Phasenmodell nach Streich 1997 Streich hat das 7 Phasenmodell in Anlehnung an das Kulturschockmodell von Oberg formuliert, siehe auch Kapitel 9 und dabei die Reaktion der Organisationsmitglieder im Veränderungsprozess wie folgt beschrieben. Zu Beginn steht der Schock beim Organisationsmitglied, der in Folge der Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen und den tatsächlich eingetroffenen Veränderungen entsteht. Es folgt in Phase 2 eine Verneinung der neuen Situation, die aber im Idealfall durch eine Einsicht der dritten Phase in die Notwendigkeit der Veränderung abgelöst wird. Infolge der Einsicht werden in Phase 4 die Veränderungen akzeptiert und die Betroffenen machen in der fünften Ausprobierphase ihre positiven und negativen Erfahrungen mit den neuen Verfahrens- und Verhaltensweisen. Aus dieser Phase erwächst dann im besten Fall auch die Erkenntnis als Phase 6, warum die betreffenden Veränderungen notwendig waren. Der Prozess schließt mit einer Integration der Veränderung als akzeptierten Zustand und der Übernahme der eingeführten Verfahrens- und Verhaltensweisen in das eigene Handlungsrepertoire. Im Unternehmen selbst müssen die Veränderungen kulturell verankert werden, damit sie wirkungsvoll und langlebig werden. Vergleiche dazu auch Kapitel 3. Exkurs Ende Widerstände von Mitarbeitern können sich unterschiedlich äußern. So werden nach Kleist und Metz 2003 zum Beispiel aktiver und passiver Widerstand sowie verschiedene Symptome beim Individuum und bei der Gruppe oder Organisation unterschieden. Erstens. Beim aktiven Widerstand – Angriff – äußern sich die Symptome auf Individuumsebene unter anderem durch Widerspruch, Negativsicht, Gegenargumentation, Kritik gegenüber dem Vorgesetzten, Aufregung, Beschwerden, Ausreden für Passivität und Arbeitsverweigerung. Auf Gruppen- und Organisationsebene äußern sich die Symptome in Mitarbeiterkonflikten, Sündenbockssuche, Klickenbildung und Machtspielen. Change-Zyniker üben mittels boshafter, ironischer Bemerkungen oftmals drastische Kritik an Change-Initiativen der Organisation. Die Change-Verantwortlichen werden als wenig kompetent und engagiert beurteilt. Es herrscht ein ausgeprägter Pessimismus gegenüber dem Erfolg der angekündigten Veränderungen vor. Die Einstellung der Kritiker, die sich in den entsprechenden Verhaltensweisen zeigt, resultiert aus der Erfahrung zahlreicher als gescheitert eingestufter Change-Prozesse. Vergleiche Waynes und andere 1994. Zweitens, der passive Widerstand, Flucht, ist auf Individuumsebene durch Symptome wie Abwesenheit am Arbeitsplatz, Lustlosigkeit, Unaufmerksamkeit, Ratlosigkeit und mangelndes Engagement zu erkennen. Auf Gruppen- und Organisationsebene zeigt sich passiver Widerstand durch eine angespannte Atmosphäre und Entscheidungsunfähigkeit sowie durch einen hohen Krankheitsstand und eine hohe Fluktuationsrate. So vielfältig wie die Symptome sind, in denen sich Widerstand äußert, so vielfältig ist auch die Anzahl der möglichen Ursachen für Widerstand. Im Wesentlichen gehen die Ursachen auf Defizite bei den Organisationsmitgliedern in einem der folgenden vier Bereiche zurück. Vergleiche Frey und andere 2008. Erstens Nicht Wissen Es ist unklar, was der Ist- und was der Soll-Zustand ist, welches die Ursachen der Diskrepanz sind und welche Lösungen notwendig sind. Zweitens Nicht Können Ist- und Soll-Zustand sind bekannt, aber es fehlen Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung der notwendigen Veränderungen in Richtung des Soll-Zustands. Drittens Nicht Wollen Es fehlt die Motivation sich zu verändern, weil zum Beispiel die Kosten-Nutzen-Relation als ungünstig wahrgenommen wird, es an Disziplin mangelt oder Befürchtungen von persönlichen Verlusten durch die Veränderungen bestehen. Viertens Nicht Dürfen bzw. Nicht Sollen Es werden von der Umgebung Signale wahrgenommen, dass man sich gar nicht verändern soll. Darüber hinaus ist der Veränderungsprozess von der Einstellung der Betroffenen Akteure beeinflusst. Laut Judge und Colquitt 2004 reagieren Menschen in Veränderungsprozessen unabhängig von Alter, Geschlecht und sogar unmittelbarer Betroffenheit sehr sensibel auf die empfundene Gerechtigkeit und Fairness. Werden die Verfahrensweisen, die Ressourcenverteilung, der Entscheidungsprozess oder die Kommunikation von den Akteuren subjektiv als gerecht und fair erlebt, steigt die Unterstützungsaktivität und die Akzeptanz von Entscheidungen. Die Loyalität gegenüber Entscheidungsträgern ist eher gegeben. Dieses subjektive Empfinden von Fairness wird als organisationale Gerechtigkeit bezeichnet. Colquitt 2001 unterscheidet drei Formen der Gerechtigkeit distributive, prozedurale und interaktionale Gerechtigkeit. Erstens. Bei der distributiven Gerechtigkeit geht es um die Bewertung der eigenen Investitionen und den dafür erhaltenen Belohnungen, zum Beispiel Lohn, Entscheidungsbefugnisse, Privilegien im Vergleich mit anderen. Siehe auch Kapitel 10. Zweitens. Die prozedurale Gerechtigkeit beschreibt die Wahrnehmung der Prozesse als gerecht und fair. Das umfasst zum Beispiel das Vertrauen in die Neutralität der Entscheidungsträger, das Einhalten ethischer Standards sowie konsistente, alle Bedürfnisse berücksichtigende Entscheidungsverfahren sowie die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun. Voice. Voice bedeutet nicht Partizipation, das heißt, es geht nicht um die tatsächliche Mitwirkung im Sinne der Einflussnahme auf Entscheidungen, sondern lediglich um die Möglichkeit, seinen Standpunkt zu vertreten, auch wenn die Meinungsäußerung keinen oder einen nur sehr geringen Einfluss auf die Entscheidung hat. Drittens. Bei der interaktionalen Gerechtigkeit geht es um soziale Aspekte. Sie unterteilt sich in die informationale und die interpersonale Gerechtigkeit. Bei dem Aspekt der informationalen Gerechtigkeit geht es um die Qualität und Quantität von Informationen, die gegeben werden. Bei dem Aspekt der interpersonalen Gerechtigkeit steht im Vordergrund, inwieweit man mit Würde und Respekt behandelt wird. Um Widerstände bei den Organisationsmitgliedern abzubauen, beziehungsweise diesen vorzubeugen, ist es wichtig, schon zu Beginn für eine ausreichende Akzeptanz der Veränderungen durch Management und Mitarbeiter zu sorgen. Vergleiche Bernicker und Reis 2003. Hierbei ist es bedeutsam, die drei zentralen Bereiche der Kommunikation bei Veränderungsprozessen zu beachten. 1. Gründe einer Veränderung oder Klärung des Warum Wichtig ist, alle Betroffenen darüber aufzuklären, weshalb eine Veränderung erforderlich wird. Häufig kommen hier geänderte Umwelt- und Wettbewerbsbedingungen, zum Beispiel Euroeinführung, europäischer Binnenmarkt, Globalisierung, eine veränderte Unternehmenssituation, zum Beispiel Fusionsaktivitäten, strategische Neupositionierung oder auch eine proaktive Vermeidung von Stillstand im Unternehmen in Betracht. 2. Inhalte einer Veränderung oder Klärung des Was Um eine umfassende Akzeptanz für eine Veränderung schaffen zu können, muss diese in ihrem Umfang klar umrissen werden. Hierzu zählt, ob es sich um globale, unternehmensweite oder lokale auf den einzelnen Arbeitsplatz oder die Abteilung bezogene Veränderungen handelt, ob die Einführung Pilotfunktion übernehmen soll, welche Strukturen oder Prozesse betroffen sind und in welcher Weise diese verändert werden sollen. 3. Folgen der Veränderung oder Klärung des Danach. Für den einzelnen Betroffenen steht im Vordergrund, wie sich eine Veränderung auf ihn persönlich und sein unmittelbares Arbeitsumfeld auswirkt. Von Interesse sind hier zum Beispiel Veränderungen der Belegschaftsgröße, Umsetzungen innerhalb des Betriebs oder eine Neuverteilung von Aufgaben durch ein Change-Vorhaben. Regelmäßige Kommunikation schafft Sicherheit, Orientierung und Motivation. Dabei sollten Wiederholungen nicht gescheut werden, da eine Botschaft Stressmenschen weniger gut erreicht. Zudem können verschiedene Kommunikationskanäle genutzt werden, um Botschaften zu verankern. Es können zudem die bereits vorhandene Kommunikationsinfrastruktur, zum Beispiel Newsletter per E-Mail, Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, Mitarbeitergespräche oder speziell entwickelte Kommunikationsinstrumente, zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen, Flugblätter, Workshops, Kick-Off-Veranstaltungen genutzt werden. Die persönliche Form, zum Beispiel Mitarbeiterversammlungen, Zusammenkünfte, Kaminabende, ist dabei der schriftlichen Form vorzuziehen, da nur hier Mitarbeiter ihre persönlichen Sorgen besprechen und Orientierung und Sicherheit von Führungskräften erhalten können. Die Veränderungskommunikation folgt dabei anderen Gesetzmäßigkeiten als die Regelkommunikation. Besser frühzeitig fragmentarisch statt spät und vollständig. Lieber schlechte Nachrichten als keine Nachrichten. Veränderungsprozesse zu managen, bedeutet die Vorstellung der linear-kausalen Steuerung aufzugeben. Die Herausforderung besteht darin, ein komplexes, lebendes System zu steuern. Durch fortlaufende Rückkopplungen an die vorangegangenen Prozessschritte können neue Entwicklungen und Erkenntnisse während der Bearbeitung des Veränderungsprojekts fortlaufend eingebunden werden und es kann nachgesteuert werden. Darüber hinaus gilt es im Sinne der prozeduralen Gerechtigkeit, die Regeln, nach denen Entscheidungen getroffen werden und wurden, offen zu legen und den verschiedenen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Weitere Ansätze zur Überwindung von Veränderungswiderständen sowie die Indikation der verschiedenen Maßnahmen sind neben der Zusammenfassung in Tabelle 4.1 im gedruckten Buch auch im WebExkurs Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen sowie im WebExkurs Kommunikationsdynamiken in Veränderungsprozessen auf www.lehrbuch- Kapitel 5 Führung von Simone Kauffeld, Patricia Maria Janiro und Nils Christian Sauer Fallbeispiel Ein kleines Start-up- Unternehmen ist innerhalb weniger Jahre zu einer mittelständischen IT-Beratung angewachsen. Dabei hat sich die Mitarbeiterzahl fast verdoppelt und ein zweiter Unternehmensstandort wurde aufgebaut. Die Mitarbeiter sind gewohnt, in überwiegend informellen Strukturen mit kurzen Kommunikationswegen zu arbeiten, was bei der aktuellen Größe des Unternehmens nicht mehr möglich ist. Aus den strukturellen Defiziten sind Unklarheiten entstanden. Zudem ist die Motivation der Mitarbeiter im Vergleich zu den Vorjahren drastisch gesunken. Nachdem sich die Geschäftsleitung auf neue Prozessabläufe, Rollen und Verantwortungsbereiche geeinigt hat, stehen die Projektleiter nun vor der Aufgabe, die neuen Strukturen in ihren Teams einzuführen. Herr A. wird gleichzeitig beauftragt, ein laufendes Projekt trotz kurzfristiger personeller Ausfälle termingerecht abzuschließen, da sonst Folgeaufträge gefährdet wären. Als Führungskraft ist Herr A. dafür verantwortlich, dass sein Team trotz struktureller Veränderungen effektiv arbeitet und die maximale Leistung zeigt. Die Auflösung dieses Fallbeispiels ist auf www.lehrbuch-psychologie.de. im WebEx-Kurs Fallbeispiel-Auflösung Kapitel 5 zu finden. Fallbeispiel Ende Abschnitt 5.1 Abschnitt 5.1 Führungsbegriff Definition Führung dient dazu, andere Menschen individuell und gezielt zu beeinflussen, zu motivieren und oder in die Lage zu versetzen, zum Erreichen kollektiver Ziele in Organisationen beizutragen. Definition Ende Führung ist damit ein Sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, in denen eine absichtliche soziale Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer strukturierten Arbeitssituation erfolgt. Vergleiche Wegge und Rosenstiel 2004 Ein Überblick Reichweiten von Interaktionsprozessen Interaktionsprozesse können in drei verschiedene Reichweiten untergliedert werden. 1. Unternehmensführung Sie umfasst alle Interaktionsprozesse mit Blick auf die Beschaffung, Verteilung, Nutzung, Kontrolle und Entwicklung einzelner Ressourcen einer Organisation, die mit der Absicht erfolgen, das Erreichen der wesentlichen Unternehmensziele zu befördern. 2. Personalmanagement Es umfasst alle Interaktionsprozesse im Dienste der Unternehmensführung, die auf die Steuerung der humanen Ressourcen der jeweiligen Organisationsmitglieder zielen. 3. Personale Führung Sie umfasst alle unmittelbaren, wechselseitigen und tendenziell eher nicht-symmetrischen Interaktionsprozesse, die zwischen einem oder mehreren Führenden und einem oder mehreren Geführten stattfinden, wobei diese Prozesse von jedem Mitglied und jeder Gruppe einer Organisation ausgehen können, auch im Sinne lateraler Führung, Führung unter Gleichgestellten oder als Führung von unten. Überblick Ende Führung kann durch Strukturen, zum Beispiel Vorschriften, Anreize, Rollen oder Menschen erfolgen. Nach Wegge und Rosenstiel 2004 muss deshalb zwischen personalisierter und entpersonalisierter Führung unterschieden werden. Personalisierte Führung umfasst alle Interaktionsprozesse, die direkt zwischen gleichzeitig anwesenden Personen geschehen, zum Beispiel Leistungsrückmeldung, Erarbeiten gemeinsamer Arbeitsplätze etc. Bei entpersonalisierter Führung ist hingegen kein sichtbares Eingreifen von Vorgesetzten zu beobachten. Stattdessen veranlassen nach Türk 1995 die geschaffenen Strukturen Mitarbeiter zu systemkonformen Handeln. Die entpersonalisierte Führung geschieht über organisationale Vorschriften, Strukturen oder Werkzeuge. Konkrete Substitute der Führung können die professionelle Orientierung der Mitarbeiter an Fachleuten anstelle der Führungskraft, die Vorgaben der Arbeitsaufgabe, Implikationen des Leistungsfeedback oder das Zusammenarbeiten in Arbeitsgruppen sein. Bislang stellte die personalisierte Führung den Hauptgegenstand der psychologischen Führungsforschung dar. Die zentrale Frage lautet dabei, wie muss Führung gestaltet sein, damit wesentliche Ziele des Unternehmens, wie zufriedene Mitarbeiter, Gewinn etc. erreicht werden. Führungskräften wird im Prozess der Einflussnahme eine besondere Rolle zugesprochen. Führungspersonen sind nach BAS 1990 sogenannte Agents of Change, das heißt Personen, deren Handeln andere Personen mehr beeinflusst, als dass sie von anderen beeinflusst werden. Führungskräfte haben aufgrund ihrer Position, die meist mit Belohnung und Bestrafungsmacht verbunden ist, ein größeres Einwirkungspotenzial. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Führung bzw. soziale Einwirkung im Sinne der Unternehmensziele auch von Gleichgestellten oder formal Untergebenen erfolgen kann. Jedes Gruppenmitglied kann ein gewisses Ausmaß an Führung zeigen. Der Führungsprozess lässt sich daher laut Neuberger 2002 nur dann vollständig begreifen, wenn er bidirektional betrachtet wird, aus Sicht der Führungskraft und der Geführten. Der Wandel der Arbeit führt dazu, dass sich Arbeitstätigkeiten und Prozesse stetig verändern. Das bedeutet, dass sich auch Führungskräfte einer Vielzahl immer neuer Herausforderungen stellen müssen. In Tabelle 5.1 des gedruckten Buches sind einige aktuelle Anforderungen an Führungskräfte aufgrund neuer Entwicklungen der modernen Informationsgesellschaft aufgelistet. Aufgrund der Weite des Forschungsfeldes und der Vielzahl verschiedener Definitionen, die zum Thema Führung existieren, ist die hier verwendete Führungsdefinition relativ weit gefasst. Tabelle 5.2 des gedruckten Buches enthält einige aktuelle Erkenntnisse zu den häufigsten Fragen und Annahmen im Hinblick auf das Thema. Abschnitt 5.2 Theoretische Ansätze Die Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften, Verhaltensweisen und oder situativen Bedingungen für den Führungserfolg maßgeblich sind, beschäftigt Philosophen, Forscher und Praktiker gleichermaßen. In zahlreichen Abhandlungen von Aristoteles über Machiavelli bis hin zu aktuellen Forschungsstudien und Management-Ratgebern werden erfolgreiche Führungskräfte beschrieben und Empfehlungen gegeben, wie sich Führungskräfte verhalten sollen. Im Folgenden stellen wir verschiedene Ansätze vor, die die Führungsforschung maßgeblich geprägt haben oder Gegenstand des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses sind. Die Ansätze unterscheiden sich darin, welche Einflussfaktoren sie für den Führungserfolg verantwortlich machen. Eigenschaftsorientierte Ansätze Die Annahme aller eigenschaftsorientierten Ansätze lautet, die Fähigkeit zu führen ist, egal ob angeboren oder erworben, eine relativ stabile, zeit- und situationsunabhängige Persönlichkeitsdisposition. Diese Annahme basiert auf der sogenannten Great-Man-Theorie von Carl Lyle, 1888. Nach dieser Theorie gilt, ist es nur der richtige Führer, kann er aus einem Heer von Feiglingen Löwen machen. Das Ziel eigenschaftsorientierter Ansätze ist es daher, diejenigen individuellen Persönlichkeitsmerkmale zu identifizieren, die besonders stark mit Führungserfolg in Verbindung stehen. Der eigenschaftstheoretische Ansatz hat im wissenschaftlichen Diskurs sehr unterschiedliche Beachtungen erfahren. Er wurde in den Anfängen überschätzt, dann heftig kritisiert und als überholt betrachtet, um schließlich in Teilen wieder rehabilitiert zu werden. Darüber hinaus zeigen Meta-Analysen, z.B. Judge und andere 2002, geringe, aber bedeutsame Zusammenhänge von Führungserfolg mit den Dimensionen des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit, die sogenannte Big Five von Costa und McRae 1992. Aktuelle Studien bringen Führungserfolg vor allem mit den Dimensionen Extraversion und emotionale Stabilität in Verbindung, siehe Silversthorne 2001 oder Bono und Judge 2004. Als Korrelate des Führungserfolges konnte z.B. Yuki 2002 unter anderem Intelligenz, Selbstvertrauen, emotionale Reife, internale Kontrollüberzeugung und hohe Stresstoleranz ermitteln. Als Motive fand man bei Führungskräften ein hohes Leistungsmotiv und ein hohes sozialisiertes Machtmotiv bei gleichzeitig gering ausgeprägtem Anschlussmotiv. Jenseits aktueller Befunde zum Fünf-Faktoren-Modell verdankt der Ansatz seine überdauernde Anziehungskraft dem kulturell verwurzelten westlichen Individualismus. Der Gedanke, dass der Erfolg eines Menschen im hohen Maße an seine Persönlichkeit sowie an seine Kenntnisse und Fertigkeiten gekoppelt ist, bestimmt die westliche Leistungsgesellschaft. Dies zeigt sich auch in der personalen Ausrichtung von organisationalen Kontroll- und Belohnungssystemen. Außerdem lässt sich eine einzelne Person leichter einschätzen und ist greifbarer als beispielsweise die Qualität von Gruppeninteraktionen oder der Einfluss von Kontexteffekten. Der starke Fokus auf Charaktereigenschaften lässt sich mit dem fundamentalen Attributionsfehler erklären. Dieser beschreibt die Tendenz von Beobachtern, den Einfluss dispositionaler Faktoren auf das Verhalten anderer zu überschätzen und den Einfluss situativer Faktoren zu unterschätzen. Die geringen bis moderaten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Führungserfolg legen nahe, dass auch andere Einflussfaktoren ursächlich am Führungserfolg beteiligt sein müssen. Verhaltenswissenschaftliche Ansätze Die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenschaftstheoretischen Ansatz ließ den Ruf nach alternativen Erklärungen für den Führungserfolg lauter werden. Das Bedürfnis, sich mit direkt beobachtbaren Einflussgrößen des Führungserfolgs zu beschäftigen, weckte das Interesse am Verhalten von Führungskräften. Es wurde nun nicht mehr danach gefragt, welche angeborenen Persönlichkeitseigenschaften eine erfolgreiche Führungskraft ausmachen, sondern welche Verhaltensweisen sich hinter dem Erfolgsgeheimnis verbergen. Dieser Ansatz wurde als optimistisch und fortschrittlich erachtet, da er die Hoffnung auf Lern- und Veränderbarkeit von Führung impliziert und den Führungserfolg vom Schicksal der Abstammung sowie Heldenmythen loslöste. Vergleiche Neuberger 2002 oder Felfe 2009. Der Begriff Führungsstil bezeichnet ein relativ stabiles Verhaltensmuster, das die Führungskraft in Interaktion mit ihren Mitarbeitern unabhängig von der Situation zeigt. Als Pionier auf dem Gebiet der empirischen Forschung gilt Lewin. Zusammen mit seinen Kollegen variierte er 1939 über Instruktionen, den Führungsstil der Führungsstil von Leitern verschiedener Kindergruppen und untersuchte die Auswirkungen auf die Leistungen und emotionalen Reaktionen der Kinder. Diese Experimente stellen einen ersten Versuch zur Kategorisierung von Führungsstilen dar und brachten die gängige Unterscheidung autoritär, laissez-faire und demokratisch hervor. Letzterer wurde später auch kooperativ genannt. Siehe Wunderer und Grunwald 1980. 1. Ein autoritärer Stil bedeutet, dass die Führungskraft alle Entscheidungen allein trifft. Beschlüsse werden in klare Anweisungen übersetzt, deren Einhaltung genau kontrolliert wird. 2. Eine Führungskraft mit einem demokratischen Stil vertraut ihren Mitarbeitern, legt viel Wert auf ihre Einschätzungen und ist sehr um Fairness bemüht. 3. Eine Führungskraft mit einem laissez-faire Stil entzieht sich dem Geschehen fast vollständig und verzichtet auf eine konkrete Lenkung der Mitarbeiter. Ihre Anweisungen sind vage und unverbindlich. Lewins Ergebnissen zufolge ist ein demokratischer Stil am erfolgreichsten. Seit den 50er Jahren hat die Führungsforschung die Systematisierung von beobachtbaren Führungsverhalten in aufwändigen empirischen Studien weiter vorangetrieben, z.B. Blake und Mouton 1964 oder Tannenbaum und Schmidt 1973. Die Untersuchungen basieren auf konkreten Verhaltensbeschreibungen, anhand derer Mitarbeiter ihre Führungskräfte einschätzen sollten. Mittels Faktoren analytischer Auswertung dieser Einschätzungen konnten die Forscher der sogenannten Ohio-Studien zwei übergreifende Dimensionen extrahieren. Mitarbeiterorientierung, Consideration und Aufgabenorientierung, Initiating Structure. 1. Eine mitarbeiterorientierte Führungskraft zeigt Wertschätzung für gute Arbeit, stärkt den Selbstwert der Mitarbeiter, behandelt sie gleichwertig und greift Vorschläge der Mitarbeiter auf. 2. Eine aufgabenorientierte Führungskraft initiiert und organisiert das Handeln der Gruppe und betont die Einhaltung von Standards und Terminen. Sie definiert und strukturiert die eigene Rolle sowie die der Gruppenmitglieder und entscheidet im Detail, was von wem getan werden soll. Beide Faktoren lassen sich mit dem Leader Behavior Description Questionnaire von Fitkau-Garte und Fitkau 1971 abbilden, mit dem Mitarbeiter ihre Führungskraft beschreiben. Während klassische Studien zum Führungsverhalten in erster Linie eine systematische, wertneutrale und zuverlässige Verhaltensbeschreibung und Kategorisierung anstrebten, interessiert in aktuellen Studien primär der Zusammenhang der ermittelten Dimensionen mit dem Führungserfolg. Die Frage, welcher Führungsstil sich am günstigsten auf die Leistung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt, kann allerdings auch mittels aktueller meta-analytischer Befunde nicht eindeutig beantwortet werden. Zwar zeigt sich bei der Meta-Analyse von Judge und Kollegen von 2004, dass Mitarbeiterorientierung stärker mit Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter korreliert als Aufgabenorientierung. Beim Erfolgskriterium Gruppenleistung sind hingegen kaum Unterschiede zwischen den beiden Dimensionen festzustellen. Situationstheoretische Ansätze Die Erkenntnis, dass Führungserfolg weder durch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften noch durch einen idealen Führungsstil vollständig erklärt werden kann, beflügelte die Erforschung weiterer Einflussgrößen, darunter vor allem die Situation. Kontingenztheorie Die Idee, Situationsmerkmale und Führungsverhalten gemeinsam zu betrachten, hat Fiedler 1967 in seinem populären und gleichwohl kontrovers diskutierten Kontingenzansatz umgesetzt. Er untersuchte das Zusammenspiel der Führungsstilvariablen Mitarbeiter- und Aufgabenorientierung mit den Situationsvariablen Aufgabenstruktur, Positionsmacht und Beziehung zwischen Führungspersonen und Geführten. Die Führungsstilvariablen sind in Fiedlers Modell stabile Orientierungen des Vorgesetzten. Die Ausprägung dieser Variablen wird daran gemessen, wie der Vorgesetzte den am wenigsten geschätzten Mitarbeiter beschreibt. Auf Englisch, Least Preferred Coworker, LPC. Je positiver seine Beschreibung ausfällt, desto höher der LPC-Wert und die angenommene Mitarbeiterorientierung. Die Ausprägungen der Situationsmerkmale bestimmen, wie günstig eine Situation eingeschätzt wird. Eine besonders günstige Führungssituation ist durch gut strukturierte Aufgaben, eine starke Positionsmacht der Führungskraft und eine gute Beziehung der Führungskraft mit den Mitarbeitern gekennzeichnet. Fiedlers Kernthese zufolge stellt sich in mittelgünstigen Situationen durch mitarbeiterorientierte Führung der größte Führungserfolg ein. In extrem günstigen oder ungünstigen Situationen dagegen durch aufgabenorientierte Führung. Die Kontingenztheorie wurde aufgrund methodischer Mängel und der zum Teil fehlenden theoretischen Fundierung stark kritisiert. Zum Beispiel Gebert und Rosenstiel 2002 sowie Neuberger 2002. Zudem konnten die empirischen Befunde in Folgestudien teilweise nicht repliziert werden. Einige Autoren, sowie Wegge und Rosenstiel 2004, sehen die Theorie sogar als gescheitert an. Reifegrad-Modell Basierend auf den beiden Führungsstil-Dimensionen Mitarbeiter und Aufgabenorientierung entwickelten Hersey und Blanchard 1977 ein Vierfelder-Modell, in das sie den Reifegrad der Mitarbeiter als zusätzliche situative Variable integrierten. Der Reifegrad der Mitarbeiter ergibt sich aus den Dimensionen Motivation und Kompetenz. Je nach Ausprägung dieser Dimension lassen sich vier Mitarbeitertypen unterscheiden, für die unterschiedliches Führungsverhalten empfohlen wird. Nach diesem Modell ist ein aufgabenorientierter Stil für unmotivierte und wenig kompetente Mitarbeiter, niedriger Reifegrad, angemessen. Ein mitarbeiterorientierter Stil eignet sich vor allem für motivierte und kompetente Mitarbeiter. Insgesamt werden vier Grundstile unterschieden. 1. Telling Diktieren und Lenken effizient bei geringer Reife 2. Selling Argumentieren und Überzeugen effizient bei mäßiger Reife 3. Participating Ermutigen und Einbeziehen effizient bei mäßiger bis hoher Reife 4. Delegating Delegieren und Bevollmächtigen effizient bei hoher Reife Die Autoren empfehlen Führungskräften, ihre Verhaltensweisen dem Reifegrad der Mitarbeiter anzupassen und ihren Stil erst dann zu verändern, wenn sich auch die Reife der Mitarbeiter weiterentwickelt. Das Modell erfreut sich unter Praktikern großer Popularität und wird auch heute noch gern zur Führungskräfteentwicklung eingesetzt. Vergleiche Robbins 2000 Wissenschaftler zählen es hingegen mit Blick auf die theoretische Fundierung, logische Stringenz und Stimmigkeit eher zur, Zitat, naiven Alltagstheorie. Becker und Rosenstiel 2004 So wird kritisiert, dass das Konzept in der Praxis für jedes erdenkliche Verhalten die Absolution erteilt, da die konkrete Situation immer als Begründung herbeigezogen werden kann. Neben der Operationalisierung der Variable Reifegrad und der Unzuverlässigkeit des Messverfahrens wird darüber hinaus auch das Fehlen empirischer Belege kritisiert. Vergleiche Wunderer 2000 Entscheidungstheorie Broom und Yetten 1973 haben ein normatives Entscheidungsmodell zum Führungsverhalten entwickelt. Dieses Modell bildet eine Entscheidungslogik ab, mit deren Hilfe Vorgesetzte die gegebene Führungssituation strukturieren und auf dieser Basis den geeigneten Führungsstil bestimmen können. Im Besonderen geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen Führungskräfte ihre Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung einbeziehen sollen, partizipativer Führungsstil und wann nicht, direktiver Führungsstil. Anhand eines Entscheidungsbaums kann die Führungskraft die Situation oder das Problem diagnostizieren und das richtige Maß an Partizipation auswählen. Entlang der unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen des Baumes leiten Fragen bezüglich einzelner Situationsmerkmale, zum Beispiel ist das Problem strukturiert, zu den entsprechenden Handlungsempfehlungen. Dabei werden im Modell verschiedene Formen der autoritären, beratenen und Gruppenentscheidung unterschieden. In der Praxis wurde das Modell genutzt, um das Repertoire an Entscheidungsstrategien einer Führungskraft zu erweitern. und individuelle Entscheidungstendenzen bewusst zu machen. So belegen einige Studien, dass die Entscheidungskompetenz von Führungskräften in entsprechenden Trainings verbessert werden kann. Siehe hierzu Locke und Wheeler 2005 oder Room und Iago 2007. Eine ausführliche, kritische Würdigung des Ansatzes findet sich bei Neuberger 2002. Interaktionistische Ansätze Die Einflussgrößen, Persönlichkeit und Situation treten bei interaktionistischen Ansätzen in den Hintergrund. Im Gegensatz zu kontingenztheoretischen Ansätzen interessiert die Interaktion von Vorgesetzten und Mitarbeitern und weniger das Zusammenspiel von Person und Situation. Der Gedanke, dass eine Führungskraft allen Mitarbeitern gegenüber ein einheitliches Führungsverhalten zeigt, wird laut Grand und Ulbien 1995 verworfen. Vielmehr stehen die spezifische Beziehung der Akteure und die Frage, wie sich die Qualität und die besonderen Merkmale der Beziehung auf die Produktivität der Zusammenarbeit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt, im Fokus dieser Ansätze. Siehe Gerstner und Day 1997. Leader-Member-Exchange Die Grundidee des Leader-Member-Exchange, abgekürzt LMX, von Grand und Ulbien 1995, ist, dass jede Führungskraft mit jedem Mitarbeiter eine separate Austauschbeziehung entwickelt. Die Beziehungen lassen sich nach dem Ausmaß des Austausches unterscheiden. Mitarbeiter, die in hohem Austausch mit der Führungskraft stehen, bilden die In-Group. Mitarbeiter, die wenig Aufmerksamkeit von ihrer Führungskraft erhalten, bilden die Out-Group. Die Qualität der dualischen Beziehung lässt sich unter anderem an der Ausprägung der Dimension Vertrauen und Loyalität bemessen und wird mittels Fragebogen erfasst. Siehe auch Schintz und vor allem Kulani 2002. Die Mitglieder der In-Group haben die Möglichkeit, ihre Rollen und Aufgaben mit der Führungskraft zu erarbeiten, während die Mitarbeiter in der Out-Group Aufgaben zugewiesen bekommen. Auf Grundlage ihrer Studienergebnisse empfehlen Grand und Ulbien einer Führungskraft, zu möglichst allen Gruppenmitgliedern eine qualitativ hochwertige Beziehung aufzubauen. Meta-Analytischen Befunden zufolge wird die Austauschbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Diese lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen. 1. Mitarbeitereigenschaften, wie zum Beispiel Kompetenz und Affektivität. 2. Eigenschaften der Führungskraft, wie zum Beispiel Belohnungsverhalten und Erwartungen an die Mitarbeiter. 3. Die interpersonale Beziehung, darunter die wahrgenommene Ähnlichkeit und Vertrauen in die Führungskraft. Den größten Einfluss auf die Qualität des Leader-Member-Exchange hat dabei das Verhalten der Führungskraft. 4. Meta-Analytische Studien zeigen ebenfalls, dass die Austauschbeziehung verschiedene Erfolgskriterien der Führung positiv beeinflusst. 5. So lässt sich nach Dual Bone und anderen 2012 unter anderem eine hohe Arbeitszufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen, höhere Leistung und größere wahrgenommene Gerechtigkeit erreichen. Allerdings wird der Leader-Member-Exchange von kulturellen Unterschieden beeinflusst. So zeigen meta-analytische Befunde, dass der Einfluss der Austauschbeziehungen unter anderem auf die Arbeitszufriedenheit, wahrgenommene Gerechtigkeit und Vertrauen in die Führungskraft in westlichen Kulturen größer ist als in asiatischen. Jedoch hat die Kultur nach Angaben von Rockstuhl und anderen 2012 keinen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen der Austauschbeziehung und der Arbeitsleistung sowie Bindung der Mitarbeiter. 5. Transaktionale und transformationale Führung Die Unterscheidung von transaktionaler und transformationaler Führung geht auf Burns 1978 zurück, der das Verhalten politischer Führer erforschte. Den transaktionalen Führungsstil schrieb er typischen Bürokraten zu. Demgegenüber beschrieb er das Führungsverhalten von charismatischen Persönlichkeiten als transformational. Letztere zeichnen sich ihm zufolge dadurch aus, dass sie ihre Untergebenden zu höheren Werten der Motivation und Moral führen. Initiiert durch die Arbeiten von Bass 1985 untersuchten Forscher seit den 80er Jahren die psychologischen Mechanismen, die diesen beiden Stilen zugrunde liegen. Auch entwickelten Bass und Avoglio 1990 mit dem Multi-Factor Leadership Questionnaire, abgekürzt MLQ, eine Methode, um das transaktionale und transformationale Führungsverhalten empirisch zu erfassen. Lesen Sie dazu auch den Web-Exkurs Multi-Factor Leadership Questionnaire auf www.lehrbuch-psychologie.de. Die transformationale Führung gehört laut Avoglio und anderen 2009 zu den in den letzten 15 Jahren am häufigsten beforschten Führungstheorien. Transaktionale Führung Transaktionale Führung ist durch eine Austauschbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter gekennzeichnet. Der transaktional Führende lenkt das Mitarbeiterverhalten direkt durch bedingte Belohnung, insbesondere durch Zielvereinbarungen und Rückmeldungen. Zu den wesentlichen Führungsaufgaben gehören die klare und operationale Definition von Zielen und das Setzen von Anreizen. Zudem muss die Führungskraft herausfinden, welche Belohnungen dem Mitarbeiter besonders wichtig sind und die entsprechenden Weg-Ziel-Verknüpfungen verdeutlichen. Vergleiche Wegge 2002 Der Mitarbeiter lernt nach Avoglio und Bass 1987 im Zuge des Austauschprozesses, für welche Verhaltensweisen er, materielle oder immaterielle, Gegenleistungen vom Vorgesetzten erwarten und wie er Bestrafungen vermeiden kann. Durch kontinuierliche Verstärkung von erwünschtem Verhalten, z.B. durch Anerkennungen oder finanzielle Anreize sollen Leistungen und Zufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert werden. Diese Formel führt allerdings nicht immer zum Erfolg. Wenn der Zusammenhang von Leistung und Belohnung für die Mitarbeiter nicht deutlich ist oder die Mitarbeiter das Belohnungssystem als unfair oder manipulativ erleben, kann ein transaktionaler Führungsstil sogar negative Auswirkungen auf die Gruppenleistungen haben. Siehe dazu auch Janke Lovic und Immerwahr 1983. Neben dem Prinzip der bedingten Belohnung zählen Avoglio und Bass das aktive und das passive Management by Expectation, zu deutsch Erwartungsmanagement, zu den transaktionalen Führungsstrategien. Aktives Management by Expectation bezieht sich auf das Setzen von Standards, auf Leistungskontrolle sowie auf das korrektive Eingreifen bei Abweichungen von den gesetzten Maßstäben. Bei der passiven Form dieser Führungsstrategie verzichtet die Führungskraft auf aktive Kontrolle der Abläufe und greift nur in äußersten Notfällen ein. Die Vermeidung von Führungsverantwortung bildet den äußersten Pol des Passivitätskontinuum transaktionaler Führung und wird Laissez-faire genannt. In jüngster Zeit ist diese Laissez-faire-Führung in den Fokus der Forschung gerückt, da Studien gezeigt haben, dass das Fehlen von Führung bzw. schlechtes Führungsverhalten negative Auswirkungen auf die Leistung und Zufriedenheit der Mitarbeiter haben. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde der Non-Leadership-Ansatz entwickelt, der sich mit schlechten Führungsstilen wie z.B. Passives Management by Exception, Laissez-faire-Leadership, Belohnungs- und Sanktionsunterlassung befasst. Lesen Sie dazu auch den WebEx-Course Non-Leadership auf der Lehrbuch-Website. Transformationale Führung Transformationale Führung ist als Erweiterung des transaktionalen Konzepts zu verstehen. Sehe dazu Bass und Avoglio 1994. Sie integriert ebenfalls Aspekte einer Austauschbeziehung, beruht aber im Gegensatz zum Ansatz transaktionaler Führung stärker auf intrinsischen Anreizen und Emotionen. Die transformationale Führungskraft beschränkt sich nicht darauf, die egoistischen Ziele der Geführten zu erahnen und zu instrumentalisieren, sondern regt vielmehr eine innere Wandlung an und versucht die Bedürfnisse der Geführten in Anlehnung an die Bedürfnispyramide von Maslow auf eine höhere Reifestufe anzuheben. Mehr dazu in Kapitel 10. Anstelle von Prämien oder Lob soll der Wunsch nach Selbstverwirklichung oder die Identifikation mit den visionären Gedanken der Führungskraft als Handlungsmotor dienen. Dem kollektiven Handeln wird ein gesellschaftlich relevanter Wert verliehen und die Mitarbeiter sind infolgedessen in hohem Maße an das Kollektiv und an die Führungsperson gebunden. Die so verwandelten Mitarbeiter sind bereit, über das übliche Maß hinaus zu arbeiten. Um diese Handlungen zu erreichen, muss ein Vorgesetzter überzeugend sein und eine vertrauensvolle Beziehung schaffen. Er muss seinen Mitarbeitern Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, sowie Begeisterung und Zuversicht erzeugen. Kurzum das gewünschte Verhalten vorleben. Siehe Wegge 2002. Bas und Avoglio beschreiben folgende Basisstrategien des transformationalen Führens. 1. Idealisierter Einfluss. Charisma. Die Führungskraft zeigt Überzeugung, betont Vertrauen, positioniert sich auch bei kritischen Themen und übernimmt ethische Verantwortung. 2. Inspirative Motivation. Die Führungskraft formuliert attraktive Zukunftsvisionen, betont die Bedeutung von bevorstehenden Aufgaben und zeigt sich optimistisch, engagiert und enthusiastisch. 3. Intellektuelle Stimulation. Die Führungskraft unterstützt ihre Mitarbeiter darin, eine kritische Haltung zum Status Quo einzunehmen und belohnt neue, kreative Lösungsansätze und Inspirationen. 4. Individualisierte Beachtung. Die Führungskraft berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten ihrer Untergebenen. In der Literatur besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass ein transformationaler Führungsstil positive Effekte auf subjektive und objektive Erfolgskriterien der Führung hat, siehe dazu Bono und Judge 2004 oder Felfe 2009. So belegen zahlreiche Studien und aktuelle Meta-Analysen positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit, das Vertrauen und das Commitment der Mitarbeiter, z.B. Judge und andere 2004 oder Piccolo und andere 2012. Auch wirkt sich ein transformationaler Führungsstil positiv auf die Arbeitsleistung der Geführten aus, was sich z.B. in höheren Verkaufszahlen, wie Howell und Halmer Render 1999 berichteten, oder indirekt in einer größeren Kundenzufriedenheit zeigt, siehe Felfe und Heinitz 2010. Ein transformationaler Führungsstil beeinflusst darüber hinaus das Prozesskettenmanagement in Unternehmen positiv. Das ist nach BIRAS NAV 2013 besonders wichtig für Organisationen, da es zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten am Markt führt. Um in der globalisierten Marktwirtschaft auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, spielt für Organisationen in der heutigen Zeit neben Verkaufszahlen vor allem die Innovationsfähigkeit des Unternehmens eine bedeutsame Rolle. In neuen Untersuchungen, z.B. Jung und andere 2008, konnte ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem Innovationserfolg gemessen an den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, der Anzahl neuer Patente und der Expertenevaluation und den Ausprägungen transformationaler Führung der Geschäftsleitungen gefunden werden. Dieser Zusammenhang wird durch weitere Einflussfaktoren, wie z.B. einen höheren Wettbewerb verstärkt, hingegen durch zunehmende Zentralisierung und Formalisierung abgeschwächt. Aktuelle Studien zeigen ebenfalls, dass transformationale Führung einen motivationalen Aspekt hat, der zu einer stärkeren Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen führt. Dies ist gerade in der modernen Arbeitswelt mit hoher Fluktuation und häufigen Arbeitsplatzwechseln ein wichtiger Faktor für Organisationen. Siehe dazu Jou und andere 2012. Im Vergleich zum transaktionalen Führungsstil zeigt der Transformationale einen deutlich stärkeren Effekt auf die subjektiven Urteile der Geführten. Auch bei objektiven Leistungskriterien ist eine Überlegenheit des transformationalen Stils festzustellen, wie z.B. Lowe und andere 1996 berichteten. Transformationale Führung gilt als Erfolgsfaktor und erweist sich besonders günstig bei hoher Unsicherheit der Umwelt in Zeiten radikaler Veränderungen und auch dann, wenn Vorgesetzte die Arbeit ihrer Untergebenen nicht direkt beurteilen können. Siehe z.B. Hinking und Tracy 1999. Gerade den Veränderungen der Arbeit durch die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien scheint transformationale Führung besser gerecht zu werden als transaktionale. So erscheint transformationaler Führung durch Vermittlung einer gemeinsamen Vision in virtuellen Unternehmensformen und virtuellen Teams weniger Schranken gesetzt als transaktionaler Führung. Vergleiche Wäge und Rosenstil 2002. Im Zuge der modernen Informationsgesellschaft hat auch das Thema ethische Verantwortung von Führungskräften stark an Bedeutung gewonnen. Dabei scheinen Verhaltensweisen transformationaler Führung gut mit der Einhaltung ethischer Standards vereinbar. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs »Ethische Führung«. In einer globalisierten Welt wird in den Medien immer häufiger von Unternehmensskandalen berichtet. Dubiose Spendenzahlungen, Textilproduktion in zweifelhaften Arbeitsumgebungen oder Versagen von Krisenmanagement bei Umweltskandalen. Dadurch wird immer häufiger die Frage nach der ethischen Verantwortung und Integrität einzelner Führungspersonen gestellt. So wird in aktuellen empirischen Studien untersucht, welches Führungsverhalten besonders gut mit ethischen Grundsätzen zu vereinbaren ist. Brown und andere 2005 bemessen ethisches Führungsverhalten daran, ob und in welchem Ausmaß Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern ethische Fragen diskutieren, die Richtigkeit ihres eigenen Handelns reflektieren und unethisches Verhalten ihrer Mitarbeiter sanktionieren. Eine ethisch handelnde Führungskraft folgt normativ-ethischen Prinzipien und zeichnet sich unter anderem durch Offenheit, Transparenz und Glaubwürdigkeit aus. Sie schafft eine vertrauensvolle Beziehung, ist selbstreflektiert und bemüht sich um eine ausbalancierte Entscheidungsfindung. Diese Verhaltensweisen finden sich vor allem in Beschreibungen der transformationalen Führung. Jedoch wird diese vor dem Hintergrund ethischer Standards nicht nur positiv gesehen, denn insbesondere charismatische Führer können ihre Macht gezielt missbrauchen. Siehe Canungo 2001. Rowold und Borgmann 2009 unterscheiden zwei Faktoren ethischer Führung. Die ethische Mitarbeiterführung umfasst aktive Verhaltensweisen der Führungskraft, die direkt das Empfinden der Mitarbeiter beeinflussen. Das ethische Rollenmodell beinhaltet hingegen keinen aktiven Prozess. Stattdessen stellt die Führungskraft ein Vorbild dar. Durch Modelllernen werden positive Verhaltensweisen der Führungskraft verstärkt und von den Geführten übernommen. Die beiden Faktoren ethischer Führung stehen dabei in positiven Zusammenhang mit der subjektiv eingeschätzten Arbeitszufriedenheit und der emotionalen Bindung der Mitarbeiter an ihre Organisation. Weitere empirische Studien belegen die positiven Effekte ethischer Führung. So zeigen sich im Vergleich zur unethischen Führung eine höhere Teameffektivität, der Hoch- und der Hardtalk 2008, sowie eine höhere Zufriedenheit und Bereitschaft der Mitarbeiter, Probleme offen anzusprechen. Welfe 2009 Exkurs Ende Trotz der überwiegend positiven Effekte transformationaler Führung sind auch einige kritische Aspekte anzumerken. So kann sich eine enge emotionale Beziehung zwischen Führern und Geführten durchaus nachteilig auf den kritischen Diskurs auswirken. An die Stelle von Rationalität tritt laut Wege und Rosenstiel 2002 die Verehrung des Vorgesetzten, was eine Infantilisierung der Geführten zur Folge haben kann. Auch ist die Auswirkung transformationaler Führung auf das Stressempfinden der Mitarbeiter umstritten. Eine ausführliche Beschreibung des Zusammenhangs von Führungsstilen mit Stress findet sich im Webex-Kurs Führungsverhalten und Stress auf www.lehrbuch-psychologie.de Zudem wird mit der Betonung charismatischer Eigenschaften transformational führender, die Abgrenzung zum Charismakonzept unscharf und es wird die Nähe zum Great-Man-Mythos deutlich. Bass und Avoglio 1998 begreifen Charisma als wichtige Komponente transformationaler Führung und erfassen es über die Basisstrategie idealisierter Einfluss. Detaillierte Ausführungen zum Charismakonzept sowie zur Abgrenzung vom transformationalen Führungsstil finden sich zum Beispiel bei Bass 1998 und Neuberger 2002. Näheres zum destruktiven Führungsstil findet sich im Webex-Kurs Destruktive Führung auf www.lehrbuch-psychologie.de Obwohl ein transformationaler Führungsstil in der Forschung stärker mit Führungserfolg in Verbindung steht, darf transaktionale Führung nicht vernachlässigt werden. Denn Avoglio und Bass 1987 zufolge kann ein transformational führender nur dann erfolgreich sein, wenn er auch transaktionale Führungsstrategien beherrscht. Die beiden Führungsstile werden in Tabelle 5.3 des gedruckten Buches noch einmal gegenübergestellt. Indirekte und implizite Ansätze Die klassische Führungsforschung ist durch eine führungskraftzentrierte Sichtweise geprägt, die sich mit der Persönlichkeit oder dem Verhalten von Führungskräften auseinandersetzt. Bei den Ansätzen der impliziten und indirekten Forschung findet dagegen ein Perspektivenwechsel statt. Das direkte Verhalten der Führungskräfte tritt in den Hintergrund, stattdessen steht die indirekte Wirkung des Handelns im Fokus. Führungsprototypen Der allgemeine Anspruch an Führungskräfte ist nach Ducal 2002, dass sie ihre Mitarbeiter beeinflussen können. Dieser Einfluss hängt von zwei Parteien ab, dem Führenden, der lenkt, und den Geführten, die sich lenken lassen müssen. Der Ansatz der Implicite Leadership Theories bezieht die Sichtweise der Mitarbeiter ein und beschreibt den Prozess der Verarbeitung und Strukturierung führungsbezogener Informationen. Jeder Mitarbeiter besitzt implizite, subjektive Vorstellungen über Eigenschaften und Fähigkeiten einer idealen Führungskraft. Diese Führungsprototypen bilden die kognitive Grundlage zur Verarbeitung und Interpretation des Führungsverhaltens. Die Führungsprototypen basieren dabei auf impliziten Annahmen über Führungspersonen, die einerseits sozial geprägt und andererseits idiosynkratisch sind. Dadurch variieren sie zwischen verschiedenen Kulturen und zwischen einzelnen Personen. Dennoch gibt es einige allgemeine positive Attribute, die von einer Führungskraft erwartet werden. Eine elementare Führungsqualität ist dabei Integrität, siehe Kuzis und Posner 1993. Auf dieser Erkenntnis basiert der Ansatz authentischer Führung, der im WebExkurs Authentische Führung auf der Lehrbuchwebsite ausführlicher beschrieben wird. Der Ansatz der Führungskraftkategorisierung besagt darüber hinaus, dass die Führungsprototypen als kognitiver Maßstab zur Bewertung der Führungskraft herangezogen werden. Führungskräfte werden auf Grundlage des idealen Führungsprototypen bewertet. Zum Beispiel Nye 2005, laut von Quakebeke und Brotbeck 2008 gilt, je stärker die Führungskraft dem idealen Führungsprototypen entspricht, desto offener sind die Geführten für seinen Führungseinfluss. Auch Epi Trupaki und Martin 2005 schlussfolgern, je größer die Passung von Führungskraft und Prototyp, desto größer das organisationale Commitment, die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden der Geführten. Die Wahrnehmung der Führungskraft beeinflusst also maßgeblich, wie viel Einfluss und Macht ihr von ihren Mitarbeitern zugeschrieben wird. Mit dem Einbezug der Wahrnehmung der Mitarbeiter und ihrer Führungskraftkategorisierung betont der Ansatz der Führungsprototypen die Relevanz kognitiver Prozesse und die Bedeutung beider Sichtweisen, der Führungskraft und der Geführten, für das Führungsverhalten. So werden implizite Führungstheorien auch herangezogen, um die Schwierigkeiten von Frauen als Führungspersonen zu erklären. Empirische Studien haben gezeigt, dass die meisten Personen das kognitive Konzept Führung weniger mit dem Konzept Frau als mit dem Konzept Mann assoziieren, sodass es ihnen schwerer fällt, Frauen als Führungskräfte zu kategorisieren. Siehe dazu zum Beispiel Johnson & Andere 2008 oder den Webex-Kurs Frauen in Führungspositionen auf der Lehrbuch-Website. Symbolische Führung Das Konzept der symbolischen Führung geht davon aus, dass individuelles Handeln durch Symbole beeinflusst und mitgesteuert wird. Bedeutungstragende Symbole nehmen der Führungskraft Kontrolltätigkeiten ab und dienen der indirekten Einwirkung auf die geführten. Vergleiche Weibler 2001 und Neuberger 2002. Ein Symbol ist ein konkreter Sachverhalt, der eine übertragende Bedeutung innehat. Symbole können folgendermaßen unterteilt werden. Verbale, zum Beispiel Anekdoten, Slogans, Sprachregelungen, Interaktionale, zum Beispiel Traditionen, Feiern, Jubiläen, und Artifizielle, zum Beispiel Statussymbole, Logos, Urkunden, Kleidung, Architektur, Symbole. Siehe dazu auch Kapitel 3. Der entscheidende Faktor ist sein Verweisungskarakter. Das Symbol stellt eine Verdinglichung von Macht, Vertrauen oder Fairness dar und verweist so auf den Führungsanspruch des Vorgesetzten. So wie der Ehering ein Symbol für Treue ist, stellt das Tragen eines Anzugs symbolisch die Machtposition des Vorgesetzten dar. Dadurch ist das Symbol ein Führungsinstrument, das von der Führungskraft geschaffen, und in eine bestimmte Richtung interpretiert wurde, so dass für alle Geführten ein gemeinsames Deutungsmuster vorhanden ist. Damit die Symbole schließlich Führungscharakter erlangen, müssen sie von allen Geführten akzeptiert werden. Symbolische Führung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, symbolisierte und symbolisierende Führung. 1. Symbolisierte Führung umfasst den passiven Aspekt der Steuerung einer Organisation durch Symbole. 2. Symbolisierende Führung beschreibt den aktiven Aspekt der Veränderung einer Organisation durch Neuinterpretation gegebener Fakten. Symbole der Führung unterliegen der Gefahr, über die Zeit zu bloßer Staffage zu werden und nur noch für sich selbst anstatt für den dahinterliegenden Sinn zu stehen. 2. Vergleiche Alveson und Berg 1992 Daher spielt der Kreislauf symbolischer Führung eine wichtige Rolle, denn die in den Symbolen konkretisierte, verfestigte Führung muss immer wieder an die neuen Gegebenheiten und Umstände im Unternehmen angepasst, verflüssigt werden. Daher ist es laut Neuberger 2002 eine Führungsaufgabe, Innovationen und Veränderungen kontinuierlich neu zu interpretieren und in Symbolen zu konkretisieren. Macht- und Einflussansätze Definition Nach Mintzberg 1983 ist Macht die Fähigkeit, Ergebnisse in Organisationen zu bewirken oder zu beeinflussen. Definition Ende Macht kennzeichnet das Potenzial eines Individuums, auf andere einzuwirken und ist somit ein Bestandteil des Führungsgeschehens. Allgemein wird der Begriff Macht im deutschen Sprachgebrauch sehr unterschiedlich verwendet, teils als neutraler Oberbegriff, teils um ausschließlich schädigende Formen der sozialen Einwirkung zu beschreiben. Nach einer Terminologie von Scholl 1999 ist von Machtausübung die Rede, wenn der Einwirkende die Interessen des Betroffenen missachtet. Aufgrund machttheoretischer Überlegungen wird oft davon ausgegangen, dass die Beeinflussung einseitig von der Führungskraft auf den Mitarbeiter ausgeht. Macht- und Einflussansätze dagegen betrachten das Führungsgeschehen als wechselseitigen Einwirkungsprozess von Führenden und Geführten, der sich auch innerhalb derselben Gruppe von Diade zu Diade unterscheiden kann. Das Einwirkungspotenzial von Organisationsmitgliedern basiert auf formaler und informeller Macht. Erstens. Die formale Macht ergibt sich aus der Position der Mitglieder in der Unternehmenshierarchie und bringt Rechte, Auflagen sowie Pflichten mit sich. Synonym wird dafür häufig auch der Begriff Autorität verwendet. Zweitens. Informelle Macht entsteht im Verborgenen und ist daher für Außenstehende nicht sofort sichtbar. Sie äußert sich in den spezifischen Beziehungen und Netzwerken eines Organisationsmitglieds. So hat beispielsweise eine Sekretärin oft viel Macht, indem sie entscheidet, wer zum Chef vorgelassen wird. Diese Macht ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, hat aber einen großen Einfluss, der sich sogar auf Personalentscheidungen maßgeblich auswirken kann. Daher wird der Einfluss, den Mitarbeiter auf ihren Chef ausüben können, Führung von unten genannt. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Führung von unten. Exkurs Führung von unten Es geschieht täglich in unzähligen Situationen. Ein Mitarbeiter verfügt über spezielles Wissen, das für die anstehende Aufgabe von großer Bedeutung ist, sodass er die Führung für das Projekt übernimmt. Diese Art Macht von Mitarbeitern wird Führung von unten genannt. Nach Wunderer 2000 ist sie definiert als wechselseitige, zielorientierte Beeinflussung von Personen einer höheren Hierarchiestufe mit dem Ziel, Aufgaben gemeinsam zu erfüllen. Der hierarchisch unterstellte Mitarbeiter kann so mit seinem Verhalten in verschiedenen Situationen Einfluss auf den Chef ausüben. Führungskräfte müssen immer größere Gruppen von Mitarbeitern führen. In Zusammenhang mit den technischen Entwicklungen hat dies zur Folge, dass sie nicht mehr die Fachexperten für alle Tätigkeiten und Aufgaben ihrer Abteilung sein können. Stattdessen übernehmen sie mehr und mehr die Aufgabe des Moderators von Arbeitsaufgaben. Die hochqualifizierten Mitarbeiter dagegen sind die Fachexperten. Daraus folgt für Vorgesetzte bewusst die Fähigkeiten der Mitarbeiter einzusetzen und ihnen projektbezogen die Führung zu überlassen, um zielorientiert und effektiv vorzugehen. Für Mitarbeiter stellt diese Situation die Möglichkeit dar, den Vorgesetzten für eigene Ideen und neue Ansätze zu gewinnen. Dazu muss sich der Mitarbeiter klarmachen, welche Ziele, Bedürfnisse, Stärken und Schwächen der Vorgesetzte hat, um ihn gezielt beeinflussen zu können. Auf diese Art und Weise können beide Seiten profitieren, der Vorgesetzte von der Expertise und den Ideen des Mitarbeiters und der Mitarbeiter von der Möglichkeit, eigene innovative Ansätze umzusetzen und sich so weiterentwickeln zu können. Exkurs Ende Die Beeinflussung anderer Mitarbeiter oder Kollegen ist eine zentrale Aktivität innerhalb von Organisationen. Führungskräfte müssen Mitarbeiter zu Handlungen im Sinne der Organisation bewegen, die über die vorgeschriebene Arbeitstätigkeit hinausgehen. Angestellte müssen sich in Bewerbungs- oder Beförderungsgesprächen gegenüber Vorgesetzten präsentieren. Mitarbeiter müssen ihre Tätigkeiten mit ihren Kollegen koordinieren. Bei all diesen Aktivitäten hat jede Person individuelle Ziele und nutzt Einfluss-Taktiken, um diese zu erreichen. In einer Organisation ist jeder Mitarbeiter in unterschiedlichen Rollen an Einfluss-Taktiken beteiligt, als Eigentümer, Führungskraft, Mitarbeiter oder Kollege. Zum Beispiel Blickle 2004. Eine Übersicht der verschiedenen Einfluss-Taktiken ist in der Druckversion des Lehrbuches in Tabelle 5.4 dargestellt. Jede Führungskraft hat ein individuelles Einwirkungspotenzial, welches auf qualitativ unterschiedlichen Machtgrundlagen basiert. French und Raven 1959 unterscheiden dabei fünf verschiedene Machtgrundlagen Belohnungs-, Bestrafungs-, Experten-, Identifikations- und legitimierte Macht 1. Belohnungsmacht als Möglichkeit der Einwirkung über die Kontrolle positiver Verstärker, Gewährung von Gratifikationen oder der Abwehr von Beeinträchtigungen 2. Bestrafungsmacht als Möglichkeit der Einwirkung über die Kontrolle negativer Verstärker, Bestrafung oder Wegnahme von Vergünstigungen 3. Expertenmacht als Möglichkeit der Einwirkung durch spezifisches Wissen und Informationen 4. Legitimierte Macht als Möglichkeit der Einwirkung durch die gesellschaftliche Stellung und der damit verbundenen Autorität 5. Identifikationsmacht als Möglichkeit der Einwirkung durch Attraktivität 5. Identifikationsmacht als Möglichkeit oder Identifizieren sich mit dem Mächtigen und folgen ihm aus eigenem Antrieb Wie wirkungsvoll eine Führungskraft ihr Einwirkungspotenzial nutzen kann, hängt stark von den subjektiven Einschätzungen der Geführten ab Was beispielsweise als Belohnung oder Bestrafung erlebt wird, lässt sich nur aus der Sicht der Geführten definieren Auch fühlt sich eine Führungskraft nicht allein dadurch mächtig, dass sie in der Position ist, Arbeitsabläufe zu kontrollieren, sondern sie muss von ihren Untergebenen auch als Autorität anerkannt werden Zudem macht es einen erheblichen Unterschied für den Erfolg des Einwirkungsversuches Ob die Untergebenen die Anweisungen aus ihrer Sicht formal korrekt, also nach Vorschrift, oder mit persönlichem Engagement befolgen Grundsätzlich lassen sich nach Jukil 2002 drei qualitativ unterschiedliche Reaktionen auf Einwirkungsversuche einer Führungskraft unterscheiden Commitment, Compliance und Widerstand 1. Commitment bedeutet, dass die Geführten von den Entscheidungen der Führungskraft überzeugt sind und die Bereitschaft zeigen, Höchstleistungen zu erbringen Für die Bewältigung komplexer Aufgaben verspricht das Erzeugen von Commitment den größten Erfolg für die Führungskraft 2. Compliance bedeutet, dass die Geführten zwar die Anweisungen der Führungskraft befolgen, dabei aber wenig Engagement zeigen Der Führungskraft ist es nicht gelungen, die Einstellungen der Geführten zu beeinflussen Für die Bewältigung von Routineaufgaben genügt es, Compliance bei den Geführten zu erzeugen 3. Widerstand bedeutet, dass die Geführten den Vorgaben der Führungskraft entgegenwirken Beispielsweise kann das bei einem Veränderungsprozess bedeuten, dass die Geführten neue Anordnungen und Strukturen ignorieren und einfach weitermachen wie gewohnt Der Widerstand kann in passiver Form z.B. Verzögerungen, Aufgaben werden nicht erledigt oder aktiver Form z.B. Sabotage erfolgen Mikropolitik Wenden Organisationsmitglieder bewusst Macht- oder Einflusstaktiken an, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen, spricht man laut Neuberger 1985 von Mikropolitik Das Präfix Mikro bezieht sich auf die Systemebene, auf der das politische Handeln stattfindet. Mikropolitik bedeutet Politik im Kleinen durch einzelne Akteure oder Gruppen und grenzt sich von der offiziellen Unternehmenspolitik ab. Vielmehr gedeiht Mikropolitik in den organisationalen Grauzonen, d.h. überall dort, wo Prozesse nicht formal geregelt sind, Handlungsspielräume existieren und unterschiedliche Vorgehensweisen möglich sind. Ein mikropolitischer Akteur instrumentalisiert andere mit dem Ziel, den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und sich so fremder Kontrolle entziehen zu können. Die individuelle Zielverfolgung hat dabei Vorrang und kann dazu führen, dass ethische und moralische Grundsätze vernachlässigt oder ignoriert werden. Mikropolitik kann sich sowohl förderlich als auch schädlich auf einen Betrieb auswirken. Während viele Autoren wie z.B. Minzberg 1983 oder Gebert 2002 zunächst nur die negative, unternehmensfeindliche und egoistische Seite mikropolitischer Handlungen beschreiben, betont Neuberger 2006 die positiven funktionalen Effekte. Er sieht Mikropolitik, Zitat, als eine Bedingung dafür, dass der Betrieb überhaupt läuft. Zitat Ende Mikropolitik hat verschiedene Vorteile. Z.B. dass mikropolitisches Handeln schnelle und unbürokratische Lösungen erlaubt, insgesamt zu einer größeren Flexibilität führt und somit die Anpassungs- und Überlebensfähigkeit einer Organisation sichern kann. Zudem kann mikropolitisches Handeln der Verarbeitung von Frust und Enttäuschungen im Unternehmensalltag dienen. Beispielsweise findet ein wütender Mitarbeiter seine Genugtuung darin, zeitweilig etwas langsamer zu arbeiten oder mit einem Kollegen über den Chef zu lästern. Auch zeigt sich, dass Mikropolitik die Kontakt- und Netzwerkbildung fördert. So stellen die intensive Kontaktaufnahme, das Umgarnen anderer und die Koalitionsbildung beliebte Vorgehensweisen dar, um politische Ziele zu verfolgen. Siehe dazu auch Huber 2001 sowie Vigoda 2003. Mikropolitik hat jedoch auch Nachteile und wird zu einem Problem, wenn kleine Konflikte zu Kämpfen ausarten und Mitarbeiter beispielsweise eine Ressourcenvergeudung in Kauf nehmen, um ihre eigenen Interessen zu sichern. Nach Neuberger sind Bestechungen, Intrigen und Manipulationen Extremformen schädigender Machttaktiken. Je weniger die Ziele des mikropolitisch handelnden Mitarbeiters mit den Organisationszielen übereinstimmen, desto mehr kann er der Organisation schaden. Führung in Gruppen Traditionell hat sich die Führungsforschung auf individuelle Führungskräfte und vertikale Organisationen von Arbeitsaufgaben konzentriert. In den letzten Jahren hat sich die Arbeits- und Organisationsstruktur von Unternehmen allerdings stark verändert. Die Arbeit in Projektgruppen, teilautonomen und virtuellen Teams nimmt zu, siehe dazu auch Kapitel 3 und 8. Diese Entwicklungen reduzieren die Möglichkeiten einer einzelnen Person, die Führungsaufgaben in einer Vielzahl verschiedener komplexer Arbeitsgruppen kompetent zu übernehmen und Probleme effektiv lösen zu können. Gerade in Arbeitsgruppen, die eigenverantwortlich arbeiten, stehen Führungskräfte einem Verlust an Kontrolle gegenüber, da sie nicht mehr über alle Vorgänge im Team informiert sein können. Vergleiche Wegge 2001. Auf die Führung in Gruppen kann daher nicht mehr verzichtet werden. Ein Beispiel dafür ist Shared Leadership. Shared Leadership beschreibt einen Führungsansatz innerhalb von Arbeitsgruppen mit dem Ziel gegenseitiger Führung zur Erreichung der Gruppenziele. Die Führung ist laut Peers und Manns 2005 über ein Team verteilt. So übernehmen nach Carson und anderen 2007 mehrere, wenn nicht sogar alle Teammitglieder Führungsaufgaben wie Motivierung, Orientierung und Unterstützung. Damit unterscheidet sich der Ansatz der geteilten Führung von dem der vertikalen Führung, in der nur eine einzelne Person Einfluss auf andere ausübt. Vergleiche Peers und Sims 2002. Die Hauptunterschiede zwischen klassischer und geteilter Führung sind im gedruckten Lehrbuch in Tabelle 5.5 dargestellt. Empirische Studien, wie zum Beispiel von Carson und anderen 2007, haben festgestellt, dass Shared Leadership die wahrgenommene Effektivität von Teams erhöht. Auch vermittelt geteilte Führung den Teammitgliedern das Gefühl, die notwendigen Fähigkeiten zur Erfüllung der Aufgaben im Team zu besitzen. Für eine Studie zur wahrgenommenen Teamwirksamkeit siehe Solansky 2008. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Shared Leadership positiv mit dem Transactive Memory im Team im Zusammenhang steht. Siehe dazu auch Kapitel 8. Dies beschreibt das Wissen der Teammitglieder um die Fähigkeiten und Kenntnisse der anderen Gruppenmitglieder und ist wichtig für ein effektives Zusammenarbeiten. Neue Studien haben gezeigt, dass Teams mit Shared Leadership weniger Konflikte erleben, besseren Konsens finden, sowie mehr Vertrauen und Zusammenhalt im Team verspüren. Vergleiche Bergmann und andere 2013. Shared Leadership spielt besonders für Top-Management-Teams, welche die Strategie für das gesamte Unternehmen vorgeben, eine wichtige Rolle. So haben Studien gezeigt, dass Shared Leadership die Stimmung in der Zusammenarbeit von Top-Management-Teams verbessert, welches wiederum einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg hat. Siehe Mieleski und andere 2012. Generell ist Shared Leadership nach Angaben von Peers 2004 nicht als Ersatz für vertikale Führungsansätze konzipiert. Damit Arbeitsgruppen ihre Ziele erreichen, benötigen sie Führung von außerhalb und innerhalb der Gruppe. Vergleiche Wegge 1994. Shared Leadership stellt vielmehr den dynamischen lateralen Einflussprozess innerhalb der Arbeitsgruppe dar, welcher die Effektivität des Teams positiv beeinflusst. Neuro-Leadership Neue technische Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Neuropsychologie in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erlebt hat. Die Verknüpfung klassischer Führungstheorien mit neurowissenschaftlichen Methoden ist ein Anwendungsfeld der Neuropsychologie im Organisationskontext. Bei Neuro-Leadership geht es um die Anwendung der Hirnforschung im Bereich Führung, siehe dazu Gadiri und andere 2012. Das Ziel besteht darin, die biologischen Grundlagen der interpersonellen Beziehungen zwischen Führenden und Geführten zu untersuchen, sodass die Effektivität existierender Führungseinsätze mit neurowissenschaftlichen Belegen unterstützt werden kann. Vergleiche Rock und Ringlab 2009. Der Neuro-Leadership-Ansatz macht unter anderem Aussagen zum Change-Management, zur Zielsetzung, zur Strategieentwicklung und zur Entscheidungsfindung. Dabei konzentriert sich die Forschung auf die vier Gehirnsysteme Entscheidungssystem, Belohnungssystem, emotionales System und Gedächtnissystem. Erste Befunde weisen zum Beispiel auf die Bedeutung von Aufmerksamkeit im Führungskontext hin. Eine Hauptaufgabe von Führungskräften besteht darin, neue Ideen zu vermitteln und Änderungen im Arbeitsablauf anzustoßen. Dies ist nur möglich, wenn Sie die volle Aufmerksamkeit der Mitarbeiter gewinnen. Um dies zu erreichen, müssen Mitarbeiter aus ihren täglichen Routinen gerissen werden, um sich vollständig auf die neuen Informationen konzentrieren zu können. Anschließend muss die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter über längere Zeit auf die Veränderungen fokussiert werden, sodass die neuen Ideen stetig im Bewusstsein sind. Nur dadurch können die Änderungen internalisiert und das Denken der Mitarbeiter verändert werden. Trotz der Chance, mit den Methoden der Neurowissenschaften neue Einsichten und Erkenntnisse zum Führungsverhalten zu gewinnen, sieht sich der Neuro-Leadership-Ansatz Kritik ausgesetzt. So wird vor allem kritisiert, dass altbekannte Theorien lediglich umformuliert und als Neuheiten verkauft werden. Siehe dazu McGregor 2007. Abschnitt 5.3 Blick in die Praxis Führungsalltag Nachdem wir die verschiedenen Führungsansätze strukturiert und überblicksweise dargestellt haben, wollen wir nun die Frage klären, was eine Führungskraft bei der Arbeit tut. Dabei sollen drei Themen fokussiert werden. Die täglichen Tätigkeiten einer Führungskraft, die Dilemmata, denen sie gegenübersteht und die Instrumente, die sie zur Führung einsetzt. Führungstätigkeiten Der Arbeitsalltag von Führungskräften wird oft als hektisch, vielseitig und fragmentiert beschrieben. Kurze Kontaktepisoden wechseln einander ab. Kommunikation macht bis zu 90% des Arbeitsalltages aus, wobei unterschiedliche Kommunikationskanäle, vor allem mündliche, genutzt werden. Die Kommunikation bezieht sich nicht nur auf Untergebene, sondern auch Kollegen und eigene Vorgesetzte wollen bedient werden. Führungskräfte stehen vor der Notwendigkeit, auf ungeplante und unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren und Entscheidungen bei unvollständiger oder zu viel Information zu treffen. Siehe zum Beispiel Jukul 2002. Wie auch Abbildung 5.1 im gedruckten Buch zeigt, sind die Tätigkeiten eines Managers sehr vielfältig und breit gefächert. Daher werden sie in vier Hauptbereiche unterteilt. Traditionelles Management, Human Resource Management, Kommunikation und Networking. Erstens. Typische Tätigkeiten eines Managers, die dem traditionellen Management zugeordnet werden, sind Planung und Kontrolle interner Abläufe und Projekte. Dazu gehören vor allem die rationale Analyse der Aufgaben und die Entscheidungsfindung. Zweitens. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist das Personalmanagement oder auch Human Resource Management. Neben Personalauswahl und Entwicklung gehören Maßnahmen zur Motivation und Disziplinierung von Untergebenen sowie Konfliktmanagement dazu. Drittens. Zur Kommunikation gehören der Austausch von Routineinformationen und Abwicklung von Büroarbeit. Sie findet über unterschiedliche Kanäle, zum Beispiel elektronisch versus schriftlich versus mündlich und Hierarchie-Ebenen statt, zum Beispiel Untergebene versus Kollegen versus Vorgesetzte. Mündliche Kommunikation wird nach Angaben von Lufthans und anderen 1988 der schriftlichen und elektronischen vorgezogen und erfolgt häufig im Rahmen von Meetings. Viertens. Networking bezeichnet die gezielte Ausweitung von Kommunikationsnetzen, siehe dazu auch Neuberger 2002 und Juke 2002. Dabei werden vor allem Beziehungen zu anderen Führungskräften auf gleicher oder höherer Ebene unter taktischen und strategischen Gesichtspunkten geknüpft und gepflegt. Ein exemplarisches Netzwerk eines Managers wird auch in Abbildung 5.2 des gedruckten Lehrbuches dargestellt. Erfolgreiche Manager knüpfen weitreichende Netzwerke nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb ihrer Organisation, zum Beispiel auf Firmen-Events, im Rahmen von gesellschaftlichen Veranstaltungen, durch die Mitarbeit in Interessensgemeinschaften oder auch durch den Besuch von Workshops und Kongressen. Auf diese Weise können Manager Netzwerke aufbauen, die sich aus direkten, indirekten und lateralen Kontakten zusammensetzen und Untergebene, Kollegen, Vorgesetzte und Bekannte umfassen. In Zeiten der modernen Informationsgesellschaft werden diese Netzwerke in Social Networks wie Xing oder LinkedIn aufrechterhalten und gepflegt, damit sie später für Informationssammlungen, Ressourcengewinnung oder Koalitionen genutzt werden können. Das Aufbauen interpersonaler Beziehungen durch Networking wird als spezifische Kompetenz zur Karriereentwicklung angesehen, die einen wichtigen Faktor der Eigeninitiative zur Karriereförderung darstellt. Vergleiche Thompson 2005 Folglich steht karrierebezogenes Networking mit der Anzahl an Beförderungen, Gehalt und wahrgenommenen Karriereerfolg positiv in Beziehung. Siehe auch Fauré und Doggety 2004. Dabei ist nach Angaben von Michael und Jukl 1993 neben internem Networking im eigenen Unternehmen auch externes Networking für den Karrierefortschritt äußerst relevant. In der Leadership-Studie 2009 von Sauer und Kollegen wurde untersucht, ob die Anzahl an Kontakten mit der Wichtigkeit dieser Kontakte für den eigenen Erfolg zusammenhängt. Es wurde jedoch als bedeutsamer angesehen, die richtigen Personen zu kennen, als eine möglichst große Anzahl an Kontakten zu haben. Führungsdilemmata Managementsituationen stellen sich selten eindeutig dar. Stattdessen sind sie meistens komplex, mehrdeutig, vage und über die Zeit variierend. Die Vorgaben und Anforderungen an Führungskräfte können sich dabei gegenseitig ausschließen. Siehe zum Beispiel Neuberger 2002. Dadurch werden Manager in ihren Führungstätigkeiten des öfteren vor Dilemmata gestellt. Um diese lösen zu können, müssen sie eine Entscheidung zwischen zwei gleichwertigen, aber gegensätzlichen Alternativen treffen, wobei für beide gute Gründe sprechen. Die widersprüchlichen Vorgaben entstehen dabei aus den verschiedenen Rollen, die einer Führungskraft zugeschrieben werden. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten, sollen sie einerseits in ihrem Unternehmensbereich Flexibilität und Innovation fördern, andererseits wird verlangt, dass sie die Effektivität der Arbeit durch Prozessoptimierung und Zuverlässigkeit steigern. Siehe dazu Geber 2002. Einerseits sollen sie alle Mitarbeiter gleich behandeln, ohne Bevorzugung oder Vorrechte, andererseits sollen sie auf den Einzelfall eingehen und persönliche Beziehungen mit den Mitarbeitern aufbauen. Sie sollen einerseits Distanz zu ihren Mitarbeitern wahren und ihren Status betonen, um ihre Autorität zu wahren und als Führender wahrgenommen zu werden. Andererseits sollen sie Gleichberechtigung betonen und Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Mitarbeitern zeigen. Dies sind drei exemplarisch vorgestellte Führungsdilemmata, denen Führungskräfte gegenüberstehen. Vergleiche Neuberger 2002. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Balance Modell der Führung. Exkurs Balance Modell der Führung Im Balance Modell der Führung von Grote und Kauffeld 2007 werden die Führungsdilemmata in acht Spannungsfelder integriert. Diese werden strukturell den vier Hauptmanagement Bereichen einer Führungskraft zugeordnet. Jedes Spannungsfeld ergibt sich aus der Gegenüberstellung von stabilisierenden und dynamisierenden Kompetenzen der Führungskraft. Stabilisierende Kompetenzen tragen zur Beständigkeit von Arbeitsabläufen und Prozessen bei, während dynamisierende Kompetenzen Veränderungen im organisationalen Kontext ermöglichen. Die vier Management-Bereiche umfassen Aufgaben, Beziehungs-, Veränderungs- und mikropolitisches Management. Siehe auch Grote und andere 2009. Lesen Sie noch mehr zu diesem Thema im Web-Exkurs Spannungsfelder des Balance-Modells der Führung auf www.lehrbuch-psychologie.de Exkurs Ende Um die Führungsdilemmata überwinden zu können, ist es notwendig, die stabilisierenden und dynamisierenden Komponenten der Spannungsfelder in Einklang zu bringen. Dies ist anhand von Balance-Strategien der Führung möglich. Diese Strategien werden nach Grote und anderen 2009 in die vier Bereiche intra- und inter-individuell, zeitlich und organisational unterteilt. Erstens intra-individuelle Balance-Strategien stellen persönliche Maßnahmen für die Führungskraft wie zum Beispiel Coachings und Trainings dar, mit deren Hilfe die fehlende beziehungsweise gering ausgeprägte Kompetenz aufgebaut werden kann. So wäre ein Coaching zum Aufbau der strategischen Kompetenz eine Maßnahme für eine stark aufs operationale Tagesgeschäft konzentrierte Führungskraft. Zweitens inter-individuelle Balance-Strategien umfassen gemeinsame Maßnahmen innerhalb des Führungsteams, mit denen beide Komponenten eines Spannungsfeldes in die Führungsarbeit eingebracht werden. Die Führungsaufgaben in einem Führungsteam würden so aufgeteilt, dass eine Führungskraft das Tagesgeschäft leitet, während eine zweite die Rolle des Strategen übernimmt. Drittens zeitliche Balance-Strategien stellen eine Organisation der Führungsaufgaben nach einem festen Zeitplan dar. So würde die Führungskraft einen Rahmenplan aufstellen, nachdem sich im ersten Jahr ausschließlich auf das Tagesgeschäft konzentriert wird und im nächsten Jahr die weitere strategische Ausrichtung überdacht wird. Viertens Organisationale Balance-Strategien umfassen die Aufteilung der Führungsaufgaben anhand der Organisationsstruktur. Das Unternehmen wird so strukturiert, dass eine Abteilung für die Erwirtschaftung des Umsatzes verantwortlich ist, während eine andere Abteilung mit der experimentellen Testung der Produkte für zukünftige Märkte beauftragt ist. Führungsinstrumente Damit ein Manager seine Mitarbeiter wirksam führen kann, reichen die Kenntnis der verschiedenen Führungsansätze und die Diagnose seines Führungsverhaltens nicht aus. Vielmehr bedarf es laut Felfe 2009 der Entwicklung und des Einsatzes von Führungsinstrumenten. Dies sind Hilfsmittel zur Unterstützung der Führungskraft bei der Umsetzung im operativen Alltag, die bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben eingesetzt werden können. Da der Beratungsmarkt für Unternehmen und Manager sehr lukrativ und hart umkämpft ist, gibt es eine Fülle an Führungsinstrumenten, die häufig Modeerscheinungen unterliegen. Bei der Leadership-Studie 2009 von Sauer und anderen wurden Führungskräfte daher nach der regelmäßigen Nutzung einer Auswahl etablierter Führungsinstrumente befragt. Die Ergebnisse sind in der Druckversion des Lehrbuches in Abbildung 5.3 dargestellt. Es wird deutlich, dass Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen eine herausragende Bedeutung bei der Nutzung von Führungsinstrumenten spielen. Im Folgenden wird auf die beiden häufig genutzten Führungsinstrumente Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung eingegangen. Mitarbeitergespräche Mitarbeitergespräche stellen institutionalisierte Gespräche dar, die einen formalen Anlass, eine spezifische Zielsetzung und einen festen Zeitrahmen haben. Sie ergeben sich nicht spontan, sondern werden fest terminiert und vorbereitet, siehe zum Beispiel Horst Jepp und andere 2008 oder Felfe 2009. Es ist daher sinnvoll, dass ein einheitliches und systematisches Vorgehen anhand eines standardisierten Instruments innerhalb der gesamten Organisation gewährleistet wird. Ein Mitarbeitergespräch wird in fünf Phasen unterteilt. Einstiegsphase, mitarbeiterorientierte Phase, Abgleichphase, Klärungsphase und Abschlussphase. Es dient der Verbesserung der Beziehung von Vorgesetzten und Mitarbeitern, da es Offenheit und gegenseitiges Verständnis fördert und die Zusammenarbeit erleichtert. Mögliche Anlässe für ein Mitarbeitergespräch können Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilungen, Karriereplanung, Förderung und Potenzialentwicklung oder Konfliktmoderation darstellen. Es kann dazu dienen, Aufgaben zu delegieren und zu koordinieren, Mitarbeiter zu motivieren oder zu kritisieren, sowie Stärken und Schwächen zu analysieren. Vergleiche Menzel und andere 2009. Voraussetzung für ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch ist die aktive Rolle des Mitarbeiters, damit das Gespräch nicht einseitig aus Sicht der Führungskraft verläuft. Ziel ist stattdessen ein partnerschaftlicher, zielorientierter Dialog mit gleich verteilten Gesprächsanteilen. Daher sollten beide Seiten, Führungskraft und Mitarbeiter, die Gelegenheit zur Vorbereitung des Gesprächs erhalten. Siehe dazu auch Neuberger 2004. Zielvereinbarungen Zielvereinbarungen stellen eine wesentliche Führungsaufgabe dar. Der Managementansatz, bei dem Zielsetzungen als zentrale Führungsfunktion im Mittelpunkt steht, wurde von Drucker 1998 Management by Objectives genannt. Dabei wird die Führung an Leistungszielen und am Grad der Zielerreichung ausgerichtet. Aus den übergeordneten Unternehmenszielen werden untergeordnete Teilziele abgeleitet, die von den Mitarbeitern realisiert werden. Die Teilziele sollten gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet werden, sodass Anforderungen des Unternehmens und Bedürfnisse der Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt werden. Damit die Zielvorgabe eine leistungssteigernde Wirkung hat, müssen die Ziele SMART sein. Das Akronym SMART steht für spezifisch, messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch umsetzbar und terminiert. Der Ansatz des Management by Objectives hat eine herausragende Bedeutung in Unternehmen erreicht. Allerdings wird häufig an der praktischen Umsetzung der Zielvereinbarung Kritik geübt. Denn häufig werden Ziele direktiv vorgegeben und von den Mitarbeitern als unrealistisch beziehungsweise unerreichbar wahrgenommen. Siehe dazu auch Kapitel 10. Dies kann laut Felfe 2009 zu Demotivierung, Unzufriedenheit und Resignation der Mitarbeiter führen und damit das Gegenteil der erhofften Leistungssteigerung bewirken. Auch kann die ausschließliche Orientierung an Zielen die Gefahr eines überhöhten Leistungsdrucks und Vernachlässigung weiterer elementarer Führungsfunktionen nach sich ziehen. Siehe auch Henze und andere 1997. Kapitel 6 Personalauswahl von Simone Kauffeld und Anna Gromann Fallbeispiel Nach erfolgreichem Universitätsabschluss sucht Frau S. dringend eine Arbeitsstelle im Marketingbereich. Nach tagelangen Recherchen fällt ihr folgende Zeitungsannonce positiv auf. Wir suchen junge und aufgeschlossene Mitarbeiter für unser Unternehmen. Sie arbeiten gerne im Team, sie haben bereits Erfahrungen im Marketingbereich gesammelt und möchten gerne neue Herausforderungen annehmen, dann bewerben sie sich bei uns. Frau S. ist begeistert und schreibt sofort eine Bewerbung. Bereits zwei Wochen später wird sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ihr zukünftiger Chef führt ein Interview mit ihr. Da er von ihrer gewinnenden Art sofort begeistert ist, wird sie kurze Zeit später als feste Mitarbeiterin eingestellt. Motiviert beginnt Frau S. mit der Arbeit. Die ersten zwei Monate zeigen jedoch, dass sie sich etwas ganz anderes unter der Stellenbeschreibung vorgestellt hatte und ihre Kompetenzen in anderen Bereichen liegen. Denn sie erhält Aufgaben, mit denen sie sich kaum auskennt und hat erhebliche Probleme, sich in das Unternehmen zu integrieren. Da ihr Chef zunehmend unzufriedener mit der Leistung von Frau S. wird, erhält sie noch in der Probezeit die Kündigung. Was könnte das Unternehmen bei der nächsten Personalauswahl besser machen, um einen Mitarbeiter einzustellen, der den Anforderungen gewachsen ist? Welche Verfahren kann das Unternehmen einsetzen? Antworten auf die Fragen im Fallbeispiel sind im WebExkurs Fallbeispielauflösung Kapitel 6 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 6.1 Grundbegriffe Definition Personalauswahl bezeichnet die Zuweisung von Bewerbern zu Stellen in der Organisation durch Rekrutierung und den Einsatz von Auswahltechniken, die auf einer Anforderungsanalyse beruhen und der Identifizierung des am besten geeigneten Bewerbers dienen. Definition Ende. Eignungsdiagnostik Die Eignungsdiagnostik ist ein wesentlicher Bestandteil der Personalauswahl. Mit ihrer Hilfe kann die Passung überprüft werden, also inwieweit ein Bewerber für eine spezifische Tätigkeit geeignet ist. Ein Bewerber ist umso wahrscheinlicher für eine Stelle geeignet, je besser er aufgrund seiner gegebenen Voraussetzungen zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen imstande ist. Bei der Eignungsdiagnostik wird demnach die Übereinstimmung zwischen der angestrebten beruflichen Position und den Voraussetzungen des Bewerbers analysiert. Eignungsdiagnostische Testverfahren werden nach Schuler und Höft 2007 in Biografie, Eigenschafts- und simulationsorientierte Instrumente unterteilt. Die berufsbezogene Eignungsdiagnostik ist nicht nur sehr hilfreich für die personellen Entscheidungen einer Organisation, sondern auch für den einzelnen Bewerber, da damit eventuelle Über- bzw. Unterforderungen im Vorfeld vermieden werden können. Siehe dazu Kersting 2004a. Prozess der Personalauswahl Im Folgenden wird der Prozess der Personalauswahl schematisch dargestellt. Siehe hierzu auch die Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Um eine fundierte Personalauswahl zu ermöglichen, sollten Personalmarketing und Anforderungsanalyse gut abgestimmt und parallel durchgeführt werden. Beim Personalmarketing werden potenzielle Bewerber auf das Unternehmen und mögliche Stellenausschreibungen aufmerksam gemacht. Bei der Anforderungsanalyse werden die erforderlichen beruflichen Anforderungen im Hinblick auf die zu besetzende Stelle bestimmt. Die Anforderungsanalyse bildet die Grundlage für das zu verwendende Personalauswahlverfahren. Es wird ein bestimmtes Personalauswahlverfahren entwickelt beziehungsweise auf die spezifischen Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes angepasst und anschließend mit den Bewerbern durchgeführt. Das Ergebnis des Personalauswahlverfahrens liefert die Basis für die eignungsdiagnostische Entscheidung. Der am besten geeignete Bewerber wird schließlich ausgewählt und eingestellt. Um die Güte des Personalauswahlverfahrens zu überprüfen, sollte eine Evaluation durchgeführt werden. Dazu wird im Idealfall eine Kosten- und Nutzenanalyse berechnet, um den finanziellen Ertrag eines Personalauswahlverfahrens konkret bestimmen zu können. Vergleiche für weitere Darstellungen des Personalauswahlprozesses auch Staufenbiel und Rösler 1999 sowie Jetta 2008. Abschnitt 6.2 Personalmarketing Definition Personalmarketing dient der langfristigen Gewinnung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern. Definition Ende Begriffsbestimmung Die passenden Fach- und Führungskräfte für das Unternehmen zu gewinnen, ist für jedes Unternehmen essentiell wichtig. Nur so kann die Organisation ihren Personalbedarf decken, wachsen und sich entwickeln. Mit Maßnahmen zum Personalmarketing positioniert sich ein Unternehmen im relevanten Arbeitsmarkt. Die Schaffung von Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung der Versorgung eines Unternehmens mit kompetenten und motivierten Arbeitern ist das Ziel des Personalmarketings. Dies ist nur zu erreichen, wenn der Arbeitgeber die Interessen der Mitarbeiter berücksichtigt. Angesichts des Fachkräftemangels wird der Personalauswahlprozess zukünftig noch besser mit dem Personalmarketing abgestimmt werden müssen, um qualifiziertes Personal gezielter zu erreichen. Zudem nimmt vor diesem Hintergrund das Talentmanagement, also die Rekrutierung, Förderung und dauerhafte Bindung von qualifizierten Mitarbeitern an das Unternehmen, eine zentrale Rolle ein. Siehe dazu Strack und von der Linden 2008. Arten von Personalbeschaffung Zur Rekrutierung von Personal lassen sich nach Weber und Packebusch 2002 die interne und die externe Bewerberansprache als zentrale Formen unterscheiden. Interne Bewerberansprache Für die interne Bewerberansprache sind Unternehmensangehörige, die durch Fortbildungen und Trainings gezielt auf eine vorhandene Stelle vorbereitet werden können, besonders bedeutsam. Siehe auch Felsa 2010. Zu den internen Beschaffungsmethoden gehören das Jobposting, das Jobbidding und Mitarbeiterempfehlungen. Jobposting bezeichnet die Stellenausschreibung innerhalb der Organisation. Jobbidding ist die selbstständige Bewerbung eines Beschäftigten auf eine freie Stelle innerhalb des Unternehmens. Bei der Mitarbeiterempfehlung wird dem Personalchef eine geeignete Person für die zu besetzende Stelle empfohlen und diese anschließend motiviert, sich auf die Stelle zu bewerben. Mehr dazu auch bei Kleinhans und anderen 2009. Externe Bewerberansprache Bei der externen Personalbeschaffung geht es um die Gewinnung von Schulabgängern, Hochschulabsolventen, Mitarbeitern von Konkurrenzunternehmen, Arbeitssuchenden und Selbstständigen. Es wird zwischen der aktiven und der passiven Form der externen Personalbeschaffung unterschieden. Aktive Form Zur aktiven externen Personalbeschaffung zählt die Anwerbung potenzieller Mitarbeiter über Stellenanzeigen, die Agentur für Arbeit, Weiterbildungsanbieter, Schulen, Handwerkskammern, Praktika, Tag der offenen Tür sowie die Sichtung von Stellengesuchen. Die externe Bewerberansprache über soziale Netzwerke, etwa Xing, wird auch immer häufiger genutzt. Bei der externen Bewerberansprache haben potenzielle Bewerber die Möglichkeit, auf ein konkretes Stellenangebot zu reagieren. Das Unternehmen ist den Bewerbern jedoch häufig nur mittelbar, zum Beispiel über Internetseiten, bekannt. Passive Form Zur passiven externen Personalbeschaffung gehören Initiativbewerbungen und Mundpropaganda. Bei der Initiativbewerbung wissen die Bewerber nicht, ob zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt eine Stelle frei ist. Normalerweise hat die interne Rekrutierung vor der externen Priorität. Bei folgenden Ausnahmen hat jedoch die externe Personalbeschaffung Priorität. Wenn Fähigkeiten gebraucht werden, die aktuell im Unternehmen nicht vorhanden sind, oder wenn das Unternehmen Mitarbeiter mit möglichst unterschiedlichen Ideen beschäftigen und dazu Mitarbeiter mit unterschiedlichen beruflichen Hintergrund gewinnen möchte. Im gedruckten Lehrbuch gibt die Tabelle 6.1 einen Überblick zu den unterschiedlichen internen und externen Beschaffungsmethoden. Ziele und Funktionen des Personalmarketings Personalmarketing hat laut Scholz 1999 im Wesentlichen drei verschiedene Funktionen. Die Akquisitionsfunktion, die Motivationsfunktion und die Profilierungsfunktion. Damit ist gemeint, dass externe Bewerber sich für das Unternehmen und die zu besetzende Stelle interessieren. Um Interesse zu erzeugen, sind nicht nur Lohn- und Arbeitszeitregelungen, sondern auch immaterielle und emotionale Aspekte des Unternehmensimages wichtig. Motivationsfunktion. Sie bezieht sich darauf, die Mitarbeiter, die bereits im Unternehmen tätig sind, für das Unternehmen zu begeistern. Je mehr sich ein Mitarbeiter mit der vorherrschenden Unternehmenskultur identifizieren kann, desto eher wird dies gelingen. Profilierungsfunktion. Sie beinhaltet, dass sich das Unternehmen durch seine Besonderheiten für potenzielle und bestehende Mitarbeiter klar und differenzierbar positioniert und sich so gegenüber anderen Unternehmen profiliert. Diese Positionierung bestimmt die Akquisitions- und Motivationsfunktion entscheidend mit. Für das Unternehmen besteht in Zeiten des Fachkräftemangels das primäre Ziel des Personalmarketings im Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, was auch unter dem Begriff des Employer Brandings subsummiert werden kann. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Employer Branding. Exkurs Employer Branding Mit Employer Branding wird nach Schumacher und Geschwil 2009 der unternehmensstrategische Aufbau einer Arbeitgebermarke bezeichnet. Unter einer Arbeitgebermarke wird, Zitat, Das vom Unternehmen gezielt gestaltete Image als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, verstanden. Zitat Ende Das Unternehmen soll zu einer Marke werden, die sich eindeutig von anderen Unternehmen abgrenzen lässt und mit der potenzielle Bewerber und Unternehmensangehörige positive Eigenschaften, zum Beispiel vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und ein flexibles Arbeitszeitmodell, verbinden. Studien unterstützen die Bedeutsamkeit, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Siehe zum Beispiel Ellen und andere 2007. Exkurs Ende Erfolgreiches Personalmarketing zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitarbeiter nicht nur für das Unternehmen gewonnen werden, sondern darüber hinaus auch erfolgreich in das Unternehmen integriert werden und langfristig in dem Unternehmen tätig sind. Vergleiche Felser 2010 Dafür ist es notwendig, eine gute Passung zwischen dem Bewerber und der zu besetzenden Stelle anzustreben. Im Rahmen der Personalauswahl werden verschiedene Arten der Passung einer Person mit Variablen ihres beruflichen Umfeldes unterschieden. Siehe dazu auch die Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Der Person Environment Fit beschreibt die generelle Passung zwischen einer Person und ihrer Arbeitsumgebung und lässt sich in folgende Kategorien untergliedern. Person Job Fit Person Organisation Fit Person Group Fit und Person Supervisor Fit Siehe Christoph Brown und andere 2005. Person Job Fit Er ist definiert als die Passung zwischen den Fähigkeiten einer Person und den Ansprüchen des Jobs oder den Wünschen einer Person und den Aufgaben des Jobs. Beim Person Job Fit soll unter allen Bewerbern die Person gefunden werden, die die nötigen Fertigkeiten, Fähigkeiten und das geforderte Wissen für die zu besetzende Stelle aufweist, weshalb der Person Job Fit eine zentrale Rolle in der Eignungsdiagnostik spielt. Die generelle Arbeitszufriedenheit wird am meisten vom Person Job Fit beeinflusst. Person Organisation Fit Er bezeichnet die Passung zwischen einer Person und der Organisation und gibt an, inwieweit die Charakteristika der Person mit denen der Organisation übereinstimmen. Das organisationale Commitment wird am stärksten durch den Person Organisation Fit beeinflusst. Ein hoher Person Organisation Fit kann zu einem Engagement für das Unternehmen führen, das über die eigentlichen beruflichen Aufgaben hinausgeht und kann das Fluktuationsrisiko verringern. Person Group Fit Er beschreibt die Passung zwischen einer Person und der Gruppe, mit der sie zusammenarbeitet. Der Person Group Fit ist im Arbeitsalltag besonders wichtig, da ein Großteil der zu erledigenden Aufgaben eine Zusammenarbeit mit den Kollegen erfordert. Die Zufriedenheit mit den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe wird am meisten durch den Person Group Fit beeinflusst. Person Supervisor Fit Er beschreibt die Passung zwischen einer Person und ihrem Vorgesetzten. Die Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten wird am stärksten durch den Person Supervisor Fit beeinflusst. Abschnitt 6.3 Anforderungsanalyse Definition Die Anforderungsanalyse umfasst die Ermittlung berufsrelevanter Voraussetzungen eines Bewerbers für einen zu besetzenden Arbeitsplatz. Definition Ende Eine Anforderungsanalyse bezeichnet laut Reimann 2005 im Allgemeinen die Bestimmung personenrelevanter psychischer und psychophysischer Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle, für die die Eignung eines Bewerbers festgestellt werden soll. Zum Beispiel logisches Denkvermögen als psychische Voraussetzung und Reaktionsgeschwindigkeit als psychophysische Voraussetzung. Das wesentliche Ziel der Anforderungsanalyse ist die Bereitstellung von Informationen, die für die inhaltliche Gestaltung eines eignungsdiagnostischen Verfahrens wie zum Beispiel eines Assessment Centers relevant sind. Siehe dazu Hoseb und Bräutigam 2008. Als Ergebnis einer Anforderungsanalyse liegt ein Anforderungsprofil vor, welches alle erforderlichen sowie angestrebten Voraussetzungen und Kompetenzen des potenziellen Mitarbeiters für die zu besetzende Stelle beinhaltet. Zur Durchführung einer Anforderungsanalyse können verschiedene Methoden gewählt werden. Allgemein lassen sich drei methodische Zugänge unterscheiden. Siehe dazu zum Beispiel Schuler und Höft 2007. 1. Erfahrungsgeleitet intuitive Methode Anforderungen werden zum Beispiel aus der erfahrungsbasierten Beurteilung der beruflichen Tätigkeit, der erforderlichen Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände abgeleitet. Zum Beispiel Expertenurteil von einem Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. 2. Arbeitsplatzanalytisch empirische Methode Unter Verwendung von Teil- oder vollstandardisierten Methoden, zum Beispiel Fragebögen, werden die beruflichen Tätigkeiten an konkreten Arbeitsplätzen analysiert. Mehr dazu in Kapitel 11. 3. Personenbezogen empirische Methode Auf Basis statistischer Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der Berufstätigen und Kriterien, etwa der beruflichen Leistung, werden die Anforderungen abgeleitet. Ein klassisches Verfahren zur Anforderungsanalyse stellt die Critical Incident Technique von Flanagan 1954 dar. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs. Critical Incident Technique Exkurs Critical Incident Technique Bei diesen tätigkeitsspezifischen Verfahren werden vor allem erfolgskritische Ereignisse der Arbeitssituation betrachtet, da diese besonders gut erfolgreiche von weniger erfolgreichen Stelleninhabern unterscheiden. Vergleiche Heider, Friedel und andere 2006. Die generierten Critical Incidents werden nach ihrer Bedeutung Erfolg vs. Misserfolg erfasst, gewichtet, kategorisiert und als Anforderungen an das Verhalten zusammengefasst. Siehe Reimann 2005 Die Critical Incident Technique umfasst fünf Schritte, die am Beispiel eines Tischlers erläutert werden, entnommen aus Flanagan 1954. 1. Bestimmung des allgemeinen Ziels der Tätigkeit, z.B. Anfertigen eines Möbelstücks. 2. Planung der Erhebung, z.B. Auswahl von Tischlern mit mehrjähriger Berufserfahrung als Zielpopulation und Festlegung von Beurteilungskriterien. 3. Datenerhebung, z.B. Interview mit oder Beobachtung des Tischlers. 4. Datenanalyse, z.B. Zusammenfassung der Daten durch Kategorienbildung, etwa Genauigkeit bei der Anfertigung der Bestandteile oder Schnelligkeit bei der Montage. 5. Interpretation und Darstellung der Ergebnisse, z.B. Entwicklung eines Leitfadens zur Reduzierung von Unfällen bei Tischlern. Aktuelle deutschsprachige Verfahren zur Anforderungsanalyse sind das Fleischman-Job-Analysesystem für eigenschaftsbezogene Anforderungsanalysen, abgekürzt FJAS, von Kleinman und anderen 2010 und das Explo-Job von Joerin Fuchs und Stoll 2006, beschrieben in Preuer 2007. Das Fleischman-Job-Analysesystem für eigenschaftsbezogene Anforderungsanalysen ist ein eigenschaftsorientiertes Verfahren, mit dem für die berufliche Tätigkeit bedeutsame Fähigkeiten erfasst werden. Mit dem FJAS werden die fünf Bereiche Kognition, Psychomotorik, physische Merkmale, Sensorik, Wahrnehmung und soziale interpersonelle Fähigkeiten und Fertigkeiten abgedeckt. Das Explo-Job ermöglicht berufliche Anforderungen und Tätigkeiten anhand von sechs Dimensionen, handwerklich-technisch, untersuchend-forschend, künstlerisch-kreativ, erziehend-pflegend, führend-verkaufend und ordnend-verwaltend zu kategorisieren. Es handelt sich um ein Fragebogenverfahren, welches aus 84 bzw. in der Kurzversion aus 60 Items besteht und mit dem ein individuelles Profilblatt erstellt werden kann, das je nach Bedarf zur Stellenbeschreibung bzw. Stellenbesetzung genutzt werden kann. Da sich Arbeitsstellen sowohl zwischen Unternehmen als auch innerhalb eines Arbeitsbereiches gravierend unterscheiden können, empfiehlt es sich vor jeder Eignungsbeurteilung bzw. Stellenausschreibung eine Anforderungsanalyse durchzuführen. Abschnitt 6.4 Verfahren der Personalauswahl Anforderungen an Personalauswahlverfahren Gütekriterien Unabhängig von der Art des Verfahrens muss ein Personalauswahlverfahren die drei Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. Siehe dazu z.B. Bühner 2011. Objektivität Unter Objektivität versteht man die Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Testleiter. Das bedeutet, dass ein Test dann sehr objektiv ist, wenn mehrere Testleiter bei den gleichen Probanden zum gleichen Ergebnis kommen. Reliabilität Die Reliabilität eines Tests, also dessen Zuverlässigkeit, beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Test ein bestimmtes Merkmal misst, unabhängig davon, ob der Test auch wirklich das Merkmal misst, das gemessen werden soll. Validität Man bezeichnet einen Test als sehr valide, wenn man von den Ergebnissen unmittelbare und fehlerfreie Rückschlüsse auf die Ausprägung eines Merkmals ziehen kann. Die Validität eines Tests gibt demnach den Grad der Genauigkeit an, mit dem der Test das Merkmal misst, welches er vorgibt, zu messen. Bei der Validität unterscheidet man zwischen Inhaltsvalidität, Augenscheinvalidität, Konstruktvalidität und Kriteriumsvalidität. Zwei Unterkategorien der Kriteriumsvalidität spielen in der Eignungsdiagnostik eine besonders wichtige Rolle. Die inkrementelle und die prädiktive Validität. Inkrementelle Validität Sie bezeichnet den Beitrag, den ein weiterer Test über ein bereits vorhandenes Testverfahren hinaus zur Vorhersage eines Kriteriums leistet. Wenn beispielsweise in einem Unternehmen bislang ausschließlich unstrukturierte Interviews durchgeführt wurden und seit kurzem zusätzliche Intelligenztests eingesetzt werden, dann wird bei der inkrementellen Validität eingeschätzt, wie viel der Intelligenztest über das unstrukturierte Interview hinaus zur Vorhersage des Berufserfolgs beiträgt. Eine Studie von Gutknecht und anderen 2005 zeigte etwa, dass sowohl die Gesamtbeurteilung im Assessment Center als auch der Studienerfolg über die schulische Leistung hinaus den Berufserfolg vorhersagen, d.h. eine inkrementelle Validität aufweisen. Prädiktive Validität Sie dient zur Vorhersage von Kriterienwerten, die zeitlich nach den eigentlichen Testwerten erhoben werden, was eine Prognose von zukünftigen Verhalten oder zukünftigen Leistungen ermöglicht und deshalb eine große Bedeutung für die Eignungsdiagnostik hat. Eine Studie von Trappmann und anderen 2007 zeigt beispielsweise, dass Schulnoten den Studienerfolg gut vorhersagen. Graphologische Verfahren haben hingegen eine sehr geringe prädiktive Validität. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs. Graphologische Verfahren Exkurs Graphologische Verfahren Mit graphologischen Verfahren sollen ausgehend von der Handschrift des Bewerbers, z.B. Neigung und Höhe der Handschrift, Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeitsmerkmale gezogen werden. Nach Angaben von Schuler und anderen 2007 werden in Deutschland graphologische Verfahren zur Eignungsdiagnostik mit einer Einsatzhäufigkeit von 2,4% nur sehr selten verwendet. In anderen Ländern, wie z.B. der Schweiz, Frankreich und Israel, wird die Graphologie nach Angaben von Gutke und anderen 2002 vor allem in der psychologischen Beratung und der Eignungsdiagnostik hingegen relativ häufig eingesetzt. Graphologische Verfahren zeigen für das Kriterium Berufserfolg geringe prädiktive Validitäten. Wenn Graphologen mit inhaltsfreien Schriftstücken, die keinen Bezug zum Lebenslauf der Bewerber oder der Stelle haben, arbeiten, geht die Validität sogar gegen Null. Vergleiche Neta und Ben Chakar 1989. Exkurs Ende Bei der Auswahl und Entwicklung von Testverfahren sollte neben den Hauptgütekriterien auch auf die Nebengütekriterien geachtet werden. Siehe dazu z.B. Moosburger und Kelawa 2012. Für die Personalauswahl sind nach Obermann 2013 vor allem die Nebengütekriterien Ökonomie, Fairness und soziale Akzeptanz bedeutsam. So zeigt sich beispielsweise im Hinblick auf die soziale Akzeptanz, dass Interviews und Arbeitsproben von den Bewerbern positiver als Intelligenztests eingeschätzt werden. Intelligenztests werden wiederum positiver als Persönlichkeitstests, Tests zur Einschätzung der Ehrlichkeit, graphologische Verfahren und die Erfassung biografischer Informationen bewertet. Siehe dazu Hausknecht und andere 2004. Darüber hinaus wurden speziell für den Bereich der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung Qualitätsstandards geschaffen, die in einer professionellen Personalauswahl berücksichtigt werden sollten. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs. DIN 33430 Exkurs DIN 33430 Die DIN 33430 dient der Qualitätssicherung in der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung und soll eignungsdiagnostische Aussagen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik ermöglichen. Siehe Hornke 2004 DIN 33430 DIN 33430 soll in erster Linie Unternehmer und Bewerber vor defizitären Eignungsbeurteilungen schützen und bezieht sich auf den gesamten Prozess der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung einschließlich dessen Dokumentation und der verwendeten eignungsdiagnostischen Methoden. Personenbezogene Lizenzen dienen als Qualifikationsnachweis für die im Rahmen der Eignungsbeurteilung notwendigen Kenntnisse gemäß der DIN 33430. Folgende Frage ist beispielsweise in der Checkliste zur DIN 33430 von Hornke und Kersting 2004 enthalten. Kann jeder Anforderungsdimension, die erhoben werden soll, mindestens ein Verfahren zugeordnet werden, mit dem diese Dimension erfasst werden soll? Exkurs Ende Stereotype Threat Im Rahmen der Personalauswahl können ebenfalls sozialpsychologische Prozesse, zum Beispiel Stereotype Threat, zum Tragen kommen. Das Risiko, ein negatives Stereotyp über die eigene Gruppe zu bestätigen, bezeichnen Stele und Aaronson 1995 als Stereotype Threat. Und das Stereotype Threat wird laut Schmader und anderen 2008 ein kognitives Ungleichgewicht zwischen dem Selbstkonzept, dem Gruppenkonzept und der Aufgabendomäne verstanden. Wenn eine Schülerin beispielsweise eine hohe Motivation hat, in einer Mathearbeit gut abzuschneiden, positive Verknüpfung zwischen Selbst- und Aufgabendomäne, sich der Tatsache bewusst ist, dass sie ein Mädchen ist, positive Verknüpfung zwischen Selbst- und sozialer Gruppe, und gleichzeitig gelernt hat, dass Mädchen schlecht in Mathe sind, negative Verknüpfung zwischen Gruppenkonzept und Aufgabendomäne, kommt es zu Stereotype Threat. Das kognitive Ungleichgewicht führt zu einer Stressreaktion und zu Überwachungsprozessen, mit denen die Betroffenen prüfen, ob sie sich stereotypenkonform verhalten. Diese Prozesse binden Kapazitäten, die dann nicht mehr für die Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung stehen. Dadurch sinkt die Leistung. Stereotype Threat ist in vielen Laborstudien bei vielen stereotypisierten Bevölkerungsgruppen nachgewiesen worden. Siehe zum Beispiel Stone und andere 1999. Dieser und ähnliche Laborbefunde legen die Frage nahe, ob sich Stereotype Threat auf die Leistung von Bewerbern in Personalauswahlverfahren auswirkt. Es wäre möglich, dass zum Beispiel Frauen, die sich auf eine Stelle als Pilotin bewerben, im Einstellungstest schlechter abschneiden, weil ihnen in der Bewerbungssituation das Stereotyp bewusst ist, dass Piloten üblicherweise Männer sind. Mehrere Laborstudien mit simulierten Personalauswahlverfahren zeigten jedoch keinen Einfluss von Stereotype Threat auf die Aufgabenleistung der Versuchsteilnehmer. Siehe zum Beispiel Meier und Hanges 2003. Die wenigen Feldstudien zu Stereotype Threat erbrachten widersprüchliche Ergebnisse und wiesen teilweise methodische Probleme auf. In einer noch unveröffentlichten Studie konnten Meier und Melchers erste belastbare Hinweise auf die Auswirkungen von Stereotype Threat in der Personalauswahl erbringen. Arten von Personalauswahlverfahren Personalauswahlverfahren werden in Biografie, Eigenschafts- und simulationsorientierte Verfahren unterteilt, was auch als Trimodaler Ansatz der Eignungsdiagnostik von Schuller und Höft 2007 bekannt ist. Der biografische Ansatz ermittelt Verhaltensergebnisse und folgt dem Prinzip der Vorhersagevalidität bzw. prädiktiven Validität. Eigenschaftsorientierte Verfahren erfassen zeitlich stabile Merkmale, zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, und werden primär hinsichtlich ihrer Konstruktvalidität geprüft. Ein Verfahren ist dann konstruktvalide, wenn es das betreffende Merkmal so misst, dass dies mit vorhandenen Theorien übereinstimmt. Simulationsorientierte Verfahren erfassen Verhalten, das in ähnlicher oder gleicher Form auch am Arbeitsplatz gezeigt wird. Sie folgen dem Prinzip der inhaltlichen Validität, bei dem der Test die zu erfassende Verhaltensweise repräsentiert. Ein Verfahren, das alle Aspekte des Trimodalen Ansatzes vereint, ist das Multimodale Interview, abgekürzt MMI. Es kombiniert die drei zentralen Ansätze der Eignungsdiagnostik und besteht aus acht Phasen, angefangen vom Gesprächsbeginn bis hin zum Gesprächsabschluss. Mehr dazu siehe Schuler 2002 oder lesen Sie den Web-Exkurs Multimodales Interview auf www.lehrbuch-psychologie.de Biografieorientierte Verfahren Biografieorientierten Verfahren liegt eines der zentralen Axiome psychologischer Messungen zugrunde. Der beste Prädiktor von zukünftigem Verhalten ist vergangenes Verhalten. Siehe Owens 1976 Diese Verfahrensart bezieht sich demnach auf die berufliche Vergangenheit eines Bewerbers. Zu den biografieorientierten Verfahren zählen etwa der biografische Fragebogen, das biografische Interview sowie die Analyse von Bewerbungsunterlagen. Biografischer Fragebogen Eine biografische Frage für eine Marketingassistentin lautet beispielsweise, wie viele Werbekampagnen haben Sie bereits betreut? Nach Mehl 1991 sind biografische Fragen durch folgende Merkmale gekennzeichnet. Sie sind historisch, das heißt auf die Vergangenheit des Bewerbers bezogen. Sie sind objektiv und nehmen auf Fakten Bezug, sodass wenig Interpretationsspielraum bleibt. Sie sind aus erster Hand, das heißt sie implizieren die eigenen Beobachtungen des Bewerbers, zudem sind sie diskret, umfassen also einzelne Ereignisse. Sie sind verifizierbar, zumindest prinzipiell nachprüfbar und beziehen sich auf den beruflichen Hintergrund des Bewerbers. Biografisches Interview Eine bekannte Form des biografischen Interviews ist das Patterned Behavior Description Interview. Dabei liegt der Fokus auf spezifischen Aspekten des Lebenslaufs, die einen Bezug zur angestrebten Stelle aufweisen. Demgemäß werden als Vorbereitung eine verhaltensbezogene Arbeitsanalyse mittels Critical Incident Technik durchgeführt, fünf verhaltensbezogene Leistungsaspekte gebildet und Fragen zu den kritischen Ereignissen und den dazugehörigen Leistungsaspekten abgeleitet. Mehr dazu bei Jans 1982. Bewerbungsunterlagen Es wird zwischen der Online-Bewerbung, zum Beispiel per Mail, und der Offline-Bewerbung, zum Beispiel per Post, unterschieden. Eine vollständige Bewerbungsmappe sollte ein Anschreiben, einen Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse und Bescheinigungen sowie bei Bedarf Referenzen enthalten. Nach Schula und anderen 2007 nutzen insgesamt 99,2% der Unternehmen die Analyse von Bewerbungsunterlagen, welche damit zu den am häufigsten verwendeten Auswahlverfahren in Unternehmen zählt. Eigenschaftsorientierte Verfahren Obwohl Persönlichkeits- und Intelligenztests in den USA und einem Großteil der europäischen Länder häufig eingesetzt werden, sind in Deutschland, vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, unstrukturierte Einstellungsinterviews weit verbreitet. Siehe Nachtwey und Schermuli 2009. Psychologische Testverfahren, wie etwa Intelligenz-, Persönlichkeits- und Integritätstests, zählen zu den eigenschaftsorientierten Verfahren und weisen folgende Merkmale auf. Intelligenztests Sie gelten als valider Prädiktor des Berufserfolgs. Schmidt und Hunter 1998 berichteten eine Korrelation von R ist gleich 0,51. In Deutschland zeigt sich nach Angaben von Hülshäger und Mayer 2008 über Berufsgruppen und Unternehmen hinweg ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und dem Ausbildungserfolg bzw. der beruflichen Leistung. Persönlichkeitstests Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung 6 Faktoren, abgekürzt BIP 6F, von Hossieb und Krüger 2012, stellt einen explizit berufsbezogenen Persönlichkeitstest dar. Es erfasst 18 berufsrelevante Facetten, die den sechs Persönlichkeitsbereichen Sozialkompetenz, Engagement, Disziplin, Dominanz, Stabilität und Kooperation zugeordnet werden können. Aktuelle Forschung wirft zudem einen Blick in die Gedanken der Bewerber. So untersucht eine aktuelle qualitative Studie von König und anderen 2012, was Bewerber denken, während sie Persönlichkeitstests im Rahmen von Personalauswahlverfahren ausfüllen. Integritätstests Sie sind nach Hossieb und Bräutigam 2007 ein Sammelbegriff für zwei Verfahrensarten, die beide das Ziel haben, kontraproduktives bzw. deviantes Verhalten vorherzusagen. Integritätstests weisen in der Meta-Analyse von Schmidt und Hunter 1998 eine prädiktive Validität von R ist gleich 0,41 für das Kriterium Berufserfolg auf. Das Inventar berufsbezogener Einstellungen und Selbsteinschätzungen von Markus 2006 ist das erste publizierte Instrument der Verfahrensklasse der Integritätstests im deutschsprachigen Raum und dient der Erfassung von kontraproduktivem Verhalten im beruflichen Kontext. Simulationsorientierte Verfahren Mit simulationsorientierten Verfahren wird die Eignung eines Bewerbers mit einem realitätsnahen Verfahren überprüft, das Verhaltensanforderungen enthalten soll, die der späteren beruflichen Tätigkeit möglichst ähnlich sind. Zu den simulationsorientierten Verfahren zählen etwa Arbeitsproben, Praktika und Probezeit. Arbeitsproben Arbeitsproben gelten als klassische Instrumente der Eignungsdiagnostik und liefern mit einer prädiktiven Validität von R ist gleich 0,54 eine sehr gute Vorhersage des späteren Berufserfolgs, siehe Schmidt und Hunter 1998. Das Ziel klassischer Arbeitsproben besteht darin, die motorischen Fähigkeiten des Bewerbers zu prüfen. So soll etwa der Bewerber bei der Drahtbiegemethode einen Draht gemäß einer Vorlage biegen, für Details siehe Lienert 1967. Dieses Verfahren bietet sich für handwerkliche Berufe an, zum Beispiel für Schlosser. Ein aktuelleres Instrument, das dem Bereich der Arbeitsproben zugeordnet werden kann, ist die Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz, Büro- und kaufmännische Tätigkeiten, abgekürzt Azubi BK von Schula und Klingner 2010. Das Verfahren dient der Erfassung der berufsbezogenen Intelligenz und vereinigt die beiden Diagnoseansätze, Arbeitsprobe- und Intelligenztests. Probezeit und Praktika Die Probezeit bietet ausreichend Zeit, um die Eignung eines Kandidaten für die zu besetzende Stelle umfassend zu prüfen. Laut Schumacher 2009 sollte man jedoch darauf achten, dass der Kandidat im vorgelagerten Personalauswahlprozess sehr sorgfältig ausgewählt wird, damit die Probezeit mit qualifizierten Personen durchgeführt werden kann. Ein Praktikum erlaubt einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und das Arbeitsverhalten des potenziellen Arbeitnehmers. Vergleiche Lorenz und Rohrschneider 2009. Auf diese Weise können sich Arbeitsgeber und Bewerber vor dem Stellenantritt besser kennenlernen und eine mögliche Passung überprüfen. Ein Bewerber kann nicht nur durch Praktika vor dem Stellenantritt realistische Informationen über die zu besetzende Stelle erhalten, sondern auch durch ein Realistic Job Preview. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Realistic Job Preview Mit dem Realistic Job Preview soll nach Buckley und anderen 2002 dem Bewerber ein realistisches Bild der zu besetzenden Stelle vermittelt werden. Hierbei werden von dem Unternehmen sowohl positive als auch negative Informationen zur zukünftigen Arbeit bereitgestellt. Die Ausgewogenheit von positiven und negativen Aspekten hängt von der zu besetzenden Stelle ab. Für einen Telefonmarketingjob wäre ein Realistic Job Preview zum Beispiel die Information darüber, dass viele der angerufenen Personen abwertend auf Telefonmarketing reagieren und nur ca. 1% tatsächlich auf das Angebot eingehen. Studien zeigten, dass Beschäftigte, die vor Antritt ihrer Tätigkeit ein Realistic Job Preview erhielten, zum Beispiel realistischere Erwartungen an den Job hatten und weniger Fluktuationsgedanken hegten, als Beschäftigte, die im Vorfeld kein realistisches Bild ihrer Tätigkeit bekamen. Durch ein Realistic Job Preview kann der Bewerber also im Vorfeld besser einschätzen, was auf ihn zukommen wird und ob die Stelle zu ihm passt. Exkurs Ende Assessment Center Assessment Center zählen ebenfalls zu den simulationsorientierten Verfahren. Sie haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Sie sind laut Canning und anderen 2007 die kostenintensivsten Personalauswahlverfahren. Durch die Möglichkeit, viele Bewerber parallel bewerten und dementsprechend auswählen zu können, werden sie häufig eingesetzt und sind in Unternehmen sehr populär. Sie werden besonders häufig für die Eignungsdiagnostik von Trainees und kaufmännischen Auszubildenden eingesetzt. Bemerkenswert ist dabei, dass die Prozentzahl der Unternehmen, die Assessment Center einsetzen, im Vergleich zum Jahr 1985 für beide Beschäftigungsgruppen um etwa 30% angestiegen ist. Siehe Schuler und andere 2007 Nur wenn Assessment Center eine ausreichend hohe Qualität aufweisen, rechtfertigt sich deren Aufwand. Zu den wichtigsten Qualitätskriterien für Assessment Center zählen laut Chamuli und Nachtwey 2010 Erstellung eines Anforderungsprofils im Vorfeld der Assessment Center Konstruktion Vertraut machen mit den Anforderungsdimensionen in einem Beobachtertraining sowie Konstanthaltung des Zeitrahmens zwischen Vorbereitung und Absolvierung einer Übung für jeden Teilnehmer. Lesen Sie dazu auch den WebExkurs Qualitätskriterien von Assessment Centern auf www.lehrbuch-psychologie.de Obwohl Assessment Center in den letzten Jahren immer häufiger eingesetzt und beliebter wurden, hat sich nach Angaben von Schuler 2007 der durchschnittliche korrigierte Validitätskoeffizient des Assessment Center binnen der letzten 20 Jahre verringert. Die Ursache für diesen Gegensatz sieht Schuler in der Tatsache begründet, dass Assessment Center zunehmend von diagnostischen Laien anstatt von Psychologen durchgeführt werden und somit eine Vielzahl methodischer Möglichkeiten des Assessment Center ungenutzt bleiben. Dieses Problem kann unter anderem durch eine Beachtung der Qualitätskriterien von Assessment Centern vermieden werden. Im Assessment Center durchläuft der Bewerber mehrere unabhängige Übungen. Dies sind für Deutschland typischerweise unter anderem Rollenspiele, Gruppendiskussionen, Präsentationsaufgaben, Interviews und Postkorbübungen. Siehe Obermann 2013. Sie sind meist als Zweiergespräche aufgebaut. Als Themen für Rollenspiele eignen sich unter anderem Verhandlungs-, Verkaufs- und Konfliktgespräche. Bei Rollenspielen liegt der Fokus zum Beispiel auf dem Gesprächsverhalten, der Kommunikationsfähigkeit und dem Durchsetzungsvermögen der Bewerber. Gruppendiskussionen Hierbei wird verstärkt auf die Interaktion mit den anderen Diskutanten geachtet. Gruppendiskussionen können mit oder ohne vorgegebene Rollen durchgeführt werden. Bei Diskussionen mit vorgegebenen Rollen, etwa Pro und Contra von Studiengebühren, erhalten die Teilnehmer eine spezifische Rolle zugewiesen, die sie in der Gruppendiskussion einnehmen und zielstrebig verfolgen sollen. Bei Gruppendiskussionen ohne vorgegebene Rolle können die Teilnehmer ihre eigene Meinung einbringen. Präsentationsaufgaben Hier wird vor allem das freie Sprechen vor einer Gruppe von Zuhörern getestet. Zu den Präsentationsaufgaben zählt zum Beispiel die Verkaufspräsentation, bei der ein Produkt vorgestellt und beworben werden soll, und die Selbstpräsentation, in der die positiven Eigenschaften und Kompetenzen der eigenen Person herausgestellt werden sollten. Interview Es dient dem Unternehmen als Test des fachlichen, sozialen und persönlichen Potenzials des Bewerbers. Dem Bewerber dient ein Interview dazu, Informationen über die zu besetzende Stelle und das Unternehmen zu erlangen. Dabei werden unstrukturierte, teilstrukturierte und strukturierte Interviews unterschieden. Für die Praxis sind strukturierte Einstellungsinterviews zu empfehlen, da diese hohe prädiktive Validitäten aufweisen. Vergleiche die Meta-Analyse von Schmidt & Hunter 1998. Die Leistung des Bewerbers ist laut Klee und anderen 2008 zudem höher, wenn transparente Interviews durchgeführt werden, d.h. die Bewertungskriterien den Bewerbern deutlich gemacht werden. Postkorbübung Hierbei wird der Bewerber z.B. mit einem Stapel unbearbeiteter Briefe, Telefon- und Terminnotizen konfrontiert. Er hat meist eine Stunde Zeit, um diesen Stapel abzuarbeiten und pro Vorgang zu notieren, was er damit tun würde. Dabei wird verstärkt auf die Organisation der eigenen Arbeit und das Entscheidungsverhalten des Bewerbers geachtet. Jeder Bewerber wird von mehreren Beobachtern in Hinblick auf vorher festgelegte Merkmalsdimensionen eingeschätzt. Dabei besteht das Assessment Center nicht immer nur aus Verhaltensbeobachtungen, sondern es ist auch möglich, Leistungstests, computergestützte Problemlöseszenarien oder Fragebogeninstrumente zu integrieren. Siehe Canning und andere 2007. Die abschließende Bewertung eines jenen Bewerbers ergibt sich aus der Integration aller Einzelergebnisse im Rahmen einer Beobachterkonferenz. Dabei sind neben einer möglichst hohen Standardisierung im Kategoriensystem eine konsequente Beobachterrotation und eine systematische Beobachterschulung zu Beginn hilfreich. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Beobachter nicht zu viele Bewerber während der Assessment Center Übungen einschätzen sollten, wie eine Studie von Melchers und Kollegen 2010 am Beispiel von Gruppendiskussionen zeigt. Der Einsatz neuer Techniken ermöglicht zum Beispiel Web-Assessments oder die Videoaufzeichnung eines Assessment Center. Beobachtungen werden direkt am Laptop erfasst, sodass eine schnelle Weiterverarbeitung der Daten erfolgen kann. Zu beachten ist, dass es nicht das Assessment Center gibt, sondern dass auch unterschiedliche Varianten und Weiterentwicklungen existieren. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Varianten und Weiterentwicklungen des Assessment Center. Exkurs Varianten und Weiterentwicklungen des Assessment Center Folgende Varianten des Assessment Center können in Anlehnung an Obermann 2013 unterschieden werden. Einzelassessment Center Bei diesem Verfahren wird nur ein Teilnehmer bewertet. Das Einzelassessment Center enthält die gleichen typischen Übungen, Beobachter und Beobachtungssysteme wie die klassische Variante, Einziggruppenübungen sind nicht enthalten. Development Center Ziel des Verfahrens, das die typischen Assessment Center Aufgaben enthält, ist die Entwicklung des Teilnehmers. Während beim regulären Assessment Center das Feedback und der Lerngewinn eher beiläufig erfolgen, soll sich der Teilnehmer im Development Center bereits während des Verfahrens entwickeln. Lernpotenzial Assessment Center Bei diesem Verfahren steht die Prozessdiagnose im Vordergrund. Potenzial bezeichnet dabei das Vermögen, bestimmte Kompetenzen prinzipiell erlernen zu können. Denn wenn ein Teilnehmer eine für ihn neue Übung nicht direkt erfolgreich bewältigen kann, so darf man in diesem Fall nicht davon ausgehen, dass der Teilnehmer diese Kompetenz nicht später noch erlernen kann. Der Fokus liegt demnach auf der Lern- oder Veränderungsfähigkeit des Teilnehmers. Exit Assessment Center Die Teilnehmer bewerben sich nicht auf eine neue Position, sondern müssen im Assessment Center zeigen, dass sie auf der jetzigen Position richtig sind. Dynamisiertes Assessment Center Die einzelnen Übungen bauen aufeinander auf, das heißt, sie sind miteinander vernetzt. Das Ergebnis einer Einzelarbeit, z.B. Fallstudie, wird in der Gruppendiskussion genutzt, das Ergebnis der Gruppendiskussion muss präsentiert werden. Assessment Center on the Job Potenzialträgern im Unternehmen werden innovative Projekte übertragen. Bei der Bearbeitung werden diese von Kollegen, Vorgesetzten, Kunden und Kooperationspartnern beobachtet. Exkurs Ende Einsatzhäufigkeit und prädiktive Validität psychologischer Verfahren Eine Studie von Schula und anderen 2007 zur Nutzung psychologischer Verfahren in der Personalauswahl spiegelt die Bedeutung des Internets für die Eignungsdiagnostik wider. Die Analyse von Online-Bewerbungsunterlagen nimmt mit einer Einsatzhäufigkeit von 71,2% den dritten Platz der am häufigsten verwendeten Auswahlverfahren ein. Noch häufiger werden die Analyse von Bewerbungsunterlagen mit 99,2% verwendet, gefolgt vom strukturierten Einstellungsinterview durch die Personalabteilung mit 81,6%. Die klassische Meta-Analyse von Schmidt und Hunter 1998 zeigt, dass die prädiktiven Validitäten von Arbeitsproben, Intelligenztests und strukturierten Einstellungsinterviews am höchsten sind, jeweils ca. 0,5. Diese Verfahren sagen demnach das Kriterium berufliche Leistung am besten vorher. Zudem analysierten Schmidt und Hunter 1998 die inkrementellen Validitäten von Personalauswahlverfahren, die diese zusätzlich zu Intelligenztests zeigten. Den höchsten Validitätszuwachs zusätzlich zu einem Intelligenztest liefern Integritätstests mit einem Validitätszuwachs von 27%, Arbeitsproben mit einem Validitätszuwachs von 24% und strukturierten Einstellungsinterviews mit einem Validitätszuwachs von 24%. Vor dem Hintergrund ihrer hohen prädiktiven Validitäten werden z.B. Intelligenztests und Arbeitsproben vergleichsweise selten in der Praxis eingesetzt. Allerdings wird laut Nachtwey und Schermuli 2009 aktuell ein Trend zur Professionalisierung der Personalauswahl verzeichnet, sodass sich die vergleichsweise geringen Nutzungshäufigkeiten dieser Auswahlverfahren vermutlich zukünftig erhöhen werden. Abschnitt 6.5 Kosten- und Nutzenanalyse in der Personalauswahl Nutzen von Personalauswahlverfahren Der Nutzen von Personalauswahlverfahren kann in monetären Kennzahlen ausgedrückt werden. Während in der Produktion und in Berufen, die messbare Ergebnisse liefern, die Arbeitsleistung eines einzelnen Mitarbeiters relativ einfach bestimmt werden kann, ist dies bei Berufen, die sich nicht direkt durch Produktions- oder Verkaufszahlen kennzeichnen lassen, schwieriger. Siehe Kersting 2004 In Berufen mit messbaren Ergebnissen kann die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters z.B. bestimmt werden, indem der prozentuale Anteil am durchschnittlichen Ergebnis des Unternehmens gemessen wird. Bei Berufen, die sich nicht direkt durch Produktions- oder Verkaufszahlen kennzeichnen, können beispielsweise Schätzverfahren zum Einsatz kommen, bei denen Experten wie etwa Vorgesetzte den finanziellen Wert der durchschnittlichen Mitarbeiterleistung oder aber die benötigten Kosten für die Ausführung einer beruflichen Tätigkeit einschätzen. Allgemein gilt, dass der leistungsstärkste Mitarbeiter üblicherweise eine doppelt so hohe Leistung wie der leistungsschwächste Mitarbeiter erzielt. Eine Studie zur Variabilität der beruflichen Leistung zeigt, dass valide Personalauswahlverfahren sehr wichtig für die Vorhersage späterer Berufsleistung sind. Hunter und andere 1990 untersuchten, wie die berufliche Leistung in Abhängigkeit von dem Ausmaß der Komplexität einer Tätigkeit variiert. Ein überdurchschnittlicher Mitarbeiter wurde als Person definiert, deren Leistung eine Standardabweichung über dem Durchschnitt liegt. Ein überdurchschnittlicher un- bzw. angelernter Mitarbeiter produziert 19% mehr Arbeitsertrag, ein überdurchschnittlicher Facharbeiter 32% mehr Arbeitsertrag und ein überdurchschnittlicher Manager erzielt 48% mehr Arbeitsertrag als der Durchschnitt. Taylor-Russell-Modell Das wohl bekannteste Nutzen-Modell wurde von Taylor und Russell 1939 entwickelt. Danach wird die Erfolgsquote eines Personalauswahlverfahrens, also der Anteil der geeigneten Bewerber von den insgesamt eingestellten Bewerbern durch die folgenden drei Einflussgrößen bestimmt. 1. Der Validitätskoeffizient des verwendeten Verfahrens 2. Die Basisquote, d.h. Anteil der prinzipiell geeigneten Bewerber von den insgesamt vorhandenen Bewerbern 3. Die Selektionsquote, d.h. Anteil der eingestellten Bewerber von den insgesamt vorhandenen Bewerbern Die Basisquote kann auf Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt werden. Wenn es sich bei der zu besetzenden Stelle beispielsweise um eine Anlerntätigkeit handelt, die in der Vergangenheit von fast jedem eingestellten Bewerber problemlos ausgeführt werden konnte, dann könnte man eine Basisquote von 99% annehmen. Die Selektionsquote beträgt im Beispiel eines Unternehmens, bei dem 2 von insgesamt 20 Bewerbern eingestellt werden, exakt 10%. Wenn man die Basisquote und die Selektionsquote konstant hält, zeigt der Vergleich von einem Personalauswahlverfahren mit einem geringeren Validitätskoeffizienten und einem Personalauswahlverfahren mit einem hohen Validitätskoeffizienten den positiven Nutzen für den Selektionsprozess für den zweiten Fall. Es werden mehr geeignete Bewerber richtigerweise eingestellt und mehr ungeeignete Bewerber richtigerweise abgelehnt. Zudem ist der Anteil der geeigneten Bewerber, die fälschlicherweise abgelehnt werden, und der Anteil der ungeeigneten Bewerber, die fälschlicherweise eingestellt werden, deutlich geringer. Ein Nachteil des Taylor-Russell-Modells ist, dass monetäre Aspekte wie die Kosten des Auswahlverfahrens nicht formal mitberücksichtigt werden. Für Details siehe Kaskio, Brockton-Kronbach-Gleaser-Modell. Das Brockton-Kronbach-Gleaser-Modell berücksichtigt den monetären Nutzen von Personalauswahlverfahren. Siehe zum Beispiel Brockton 1949 oder Kronbach und Glaser 1965. Trotz zahlreicher Erweiterungen gilt es nach Angaben von Rowold 2007 auch heute noch als Standard im Gebiet der Kosten-Nutzen-Analysen. Der Nutzenzuwachs wird in Geldeinheiten gemessen und ist mithilfe verschiedener Parameter berechenbar. Beispiel Vergleich des zusätzlichen finanziellen Nutzens, des Einsatzes eines Intelligenztests und eines Integritätstests. Der zusätzliche finanzielle Nutzen durch den Einsatz eines Personalauswahlverfahrens im Vergleich zur Zufallsauswahl berechnet sich nach dem Brockton-Kronbach-Gleaser-Modell wie folgt. Der Nutzenzuwachs in Geldeinheiten ist gleich die Anzahl der eingestellten Bewerber mal die Verweildauer der eingestellten Bewerber in der Organisation mal die prädiktive Validität des Personalauswahlverfahrens mal die Standardabweichung des Kriteriums mal den Mittelwert des Z-standardisierten Prädiktorwerts x minus die Anzahl der Bewerber, die an dem Auswahlverfahren teilgenommen haben, mal die Kosten des Personalauswahlverfahrens pro Bewerber. Mit Bezug auf das Fallbeispiel am Anfang des Kapitels wird angenommen, dass in beiden Fällen insgesamt zehn Bewerber das Auswahlverfahren durchlaufen, jedoch nur Frau S. die begehrte Stelle als Marketingassistentin erhält. Die Verweildauer im Unternehmen beträgt fünf Jahre. Die prädiktive Validität des Intelligenztests liegt bei R ist gleich 0,51 und die prädiktive Validität des Integritätstests bei R ist gleich 0,41. Siehe Schmidt und Hunter 1998. Der jährliche Arbeitsertrag eines durchschnittlichen Arbeiters ist ungefähr doppelt so groß wie sein jährliches Gehalt. Siehe Schmidt und andere 1982. Wenn man annimmt, dass eine Marketingassistentin 30.000 Euro jährlich verdient, beträgt der jährliche Arbeitsertrag pro Mitarbeiter durchschnittlich 60.000 Euro. Ein überdurchschnittlicher Facharbeiter erzielt 32 Prozent mehr Arbeitsertrag als der Durchschnitt. Siehe Hunter und andere 1990. Wenn man nun davon ausgeht, dass Frau S. eine überdurchschnittliche Leistung zeigt und somit eine Standardabweichung über dem Durchschnitt liegt, beträgt die Standardabweichung der Berufsleistung von Frau S. insgesamt 19.200 Euro. Die Z-standardisierten Testwerte haben einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1. Wenn man annimmt, dass die Bewerber eine überdurchschnittliche Leistung zeigen und damit der Testwert im Durchschnitt eine Standardabweichung über den Mittelwert liegt, beträgt der Kennwert dafür 1. Die Verfahrenskosten betragen pro Person jeweils 100 Euro. Alle Werte dieses Beispiels sind in Tabelle 6.2 des gedruckten Buches nochmals dargestellt. Beispielende. Durch die Verwendung von Personalauswahlverfahren mit hohen Validitäten können hohe finanzielle Gewinne erzielt werden. Siehe Schmidt und Hunter 1998. Das Beispiel zeigt deutlich den finanziellen Zusatznutzen eines validen Personalauswahlverfahrens im Vergleich zur Zufallsauswahl. So erzielt das Unternehmen im Beispiel durch den Einsatz eines Intelligenztests einen zusätzlichen finanziellen Nutzen von 47.960 Euro. Wenn das Unternehmen hingegen einen Integritätstest einsetzt, beträgt der Zusatznutzen 38.360 Euro im Vergleich zur Zufallsauswahl. Zudem wird bei Konstanthaltung aller übrigen Parameter der Einfluss des Validitätskoeffizienten offensichtlich. Durch den Einsatz des Intelligenztests im Vergleich zum Integritätstest kann ein finanzieller Gewinn in Höhe von 9.600 Euro für das Unternehmen verzeichnet werden. Ein weiteres differenziertes Anwendungsbeispiel zum Brockton-Cronbach-Gleaser-Modell kann in Casting 2004a nachgelesen werden. Eine aktuelle Studie von König und anderen 2013 zeigt jedoch, dass Nutzenanalysen nur von 8% der Schweizer HR-Manager in der Praxis genutzt werden. Kosten von Personalauswahlverfahren Eignungsbeurteilungen können für den Bewerber sowohl finanzielle Kosten, zum Beispiel Reisen zum Vorstellungsgespräch, als auch psychische Kosten, zum Beispiel enttäuschte Erwartungen, verursachen, siehe Hornke 2004. Zudem können langfristig bei einer qualitativ minderwertigen Personalauswahl über und unter Forderungen am Arbeitsplatz für den ausgewählten Bewerber resultieren. Vergleiche Casting 2004a. Auf Seiten des Unternehmens entstehen Kosten für den kompletten Personalauswahlprozess und für die Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden. Siehe Reimann und andere 2009. Eine qualitativ hochwertige Personalauswahl ist nicht nur mit einem finanziellen Vorteil für das Unternehmen verbunden, sondern kann langfristig auch zu einem positiven Betriebsklima führen. Zufriedene Mitarbeiter werden sehr wahrscheinlich keinen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen. Dies bedeutet für das Unternehmen weniger Kosten für die Eignungsbeurteilung, Personalauswahl oder auch Einarbeitungsphasen. Darüber hinaus kann ein qualitativ hochwertiges Auswahlverfahren zu einem Imagegewinn für das Unternehmen beitragen. Vergleiche Casting 2004b. Kapitel 7 Personalentwicklung von Simone Kauffeld und Sven Grote Fallbeispiel Herr M. ist seit zwei Jahren im Einkauf eines großen Unternehmens der Konsumgüterindustrie beschäftigt. Er hat den Eindruck, dass er den Anforderungen gewachsen ist und möchte sich perspektivisch weiterentwickeln. Dies thematisiert er im Mitarbeitergespräch mit seinem Vorgesetzten. Sein Vorgesetzter möchte ihn gern halten und verspricht, sich um eine Projektmanagementschulung für ihn zu bemühen. Eine Gehaltserhöhung erscheint im Moment nicht möglich. Im Arbeitsbereich von Herrn M. wird kaum in Projekten gearbeitet, daher fragt er sich, wie nachhaltig die Qualifizierung sein wird. Außerdem verspricht der Vorgesetzte Herrn M. mehr Führungsverantwortung. Deshalb bekommt Herr M. eine neue Kollegin, Frau L., als Mitarbeiterin zugeordnet. Sie erhalten eine Stelle in diesem Unternehmen als Personalentwickler. Was könnten Sie tun, um Frau L. vor, zu Beginn und während ihrer neuen Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen? Wie können Sie Herrn M. beraten, um die Weiterentwicklung seiner neuen Mitarbeiterin zu fördern? Eine Auflösung zum Fallbeispiel findet sich im WebExkurs Fallbeispiel Auflösung Kapitel 7 auf www.lehrbuch-psychologie.de. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 7.1 Begriffsbestimmung Definition Unter dem Begriff Personalentwicklung werden alle geplanten Maßnahmen gefasst, die geeignet sind, die individuelle berufliche Handlungskompetenz der Mitarbeiter zu entwickeln und zu erhalten. Definition Ende Mit Personalentwicklung soll der Unternehmenserfolg unter weitgehender Berücksichtigung der Potenziale und Interessen der Mitarbeiter gesichert werden. In Personalentwicklungsmaßnahmen wird in vielen Unternehmen investiert. In den USA wurden Schätzungen zufolge allein für das Jahr 2010 171,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben, was rund 1200 US-Dollar pro Mitarbeitendem im Jahr entspricht. Siehe Green 2010. In deutschen Unternehmen ist es nicht viel weniger. Hier wird nach Angaben von Seider und Werner 2012 von 28,6 Milliarden Euro im Jahr 2010 ausgegangen, was rund 1.000 Euro pro Mitarbeitendem entspricht. Das Bundesinstitut für Berufsbildung führt an, dass 36 Prozent der Berufstätigen von berufsbezogener Weiterbildung profitieren können. Im Gegensatz zur Organisationsentwicklung, die im Kapitel 4 vorgestellt wurde, zielt die Personalentwicklung auf das Individuum im Unternehmen ab. Sie setzt also an der Person an und versucht diese zum Beispiel durch Ausbildungs- und Trainingsprogramme zur Kompetenz-, Performance- und Motivationssteigerung zu verändern. Ohne Maßnahmen der Personalentwicklung sind organisationale oder technische Veränderungen oft nicht möglich. Beispielsweise bedarf es bei der Umstellung auf eine neue Software Personalentwicklungsmaßnahmen wie Trainings für die Mitarbeiter ebenso wie bei der Einführung einer neuen Arbeitsorganisationsform. Umfangreiche Personalentwicklungsprogramme werden oft aufgesetzt, um zum Beispiel organisationale Veränderungsprozesse voranzutreiben. Ziele der Personalentwicklung Mit der Personalentwicklung werden im Unternehmen verschiedene Ziele verfolgt. 1. Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, indem zum Beispiel die dafür erforderlichen Kompetenzen von Fach- und Führungskräften bereitgestellt bzw. entwickelt werden. 2. Erhöhung der Flexibilität, um zum Beispiel unabhängig vom externen Arbeitsmarkt zu werden und die Beschäftigungsfähigkeit, Employabilität der Mitarbeitenden zu sichern. Das lebenslange Lernen jedes Einzelnen wird unter anderem durch die Verkürzung von Innovations- und Implementierungszeiten beim Einsatz neuer Technologien sowie einer verlängerten Lebensarbeitszeit angetrieben. 3. Steigerung der Motivation und Integration der Mitarbeiter, zum Beispiel durch Einarbeitungsprogramme für neue Mitarbeiter. 4. Sicherung und Anpassung von Qualifikationen, zum Beispiel um Nachfolgeplanungen vornehmen zu können. 5. Berücksichtigung individueller Befähigungen und Erwartungen, um zum Beispiel Über- und Unterforderungen zu vermeiden und die Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Bei der Betrachtung von Zielen der Personalentwicklung kann zwischen der Unternehmens- und der Mitarbeitersicht unterschieden werden. Siehe dazu auch die Tabelle 7.1 im gedruckten Lehrbuch. Die Personalentwicklung hat dabei die Rolle, Konzepte und Instrumente zu erarbeiten, Prozesse zu implementieren, voranzutreiben und gegebenenfalls zu verstetigen, zu beraten und die Qualität der aufgesetzten Prozesse zu sichern. Akteure der Personalentwicklung Als Akteure der Personalentwicklung gelten die Unternehmensleitung, die Personalentwicklung als Organisationseinheit, die Führungskräfte und die Mitarbeiter. Die Unternehmensleitung legt den strategischen Rahmen für das Unternehmen fest, determiniert die Notwendigkeit und Ausprägung der Personalentwicklung und lebt aktiv Personalentwicklung im Führungsprozess vor. Die Personalentwicklung als Organisationseinheit im Unternehmen unterstützt die Linienbereiche bei der Übersetzung der unternehmensstrategischen Vorgaben, liefert notwendige Instrumente, ist Dienstleister und Partner der Führungskräfte und Manager aller Personalentwicklungsaktivitäten. Die Führungskräfte werden als Personalentwickler vor Ort gefordert. Sie haben einen hohen Anteil an operativer Personalentwicklung. Die Mitarbeiter müssen Verantwortung für ihre persönliche Entwicklung übernehmen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit, englisch Employability, zu erhöhen. Lesen Sie hierzu auch den WebExkurs Karriereentwicklung und Erfolg auf der Lehrbuchwebsite www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 7.2 Kompetenzorientierung Fokussierung auf Kompetenzen in der Personalentwicklung Mit Personalentwicklungsmaßnahmen sollen Kompetenzen von Mitarbeitern und Führungskräften, die zur Bewältigung beruflicher Situationen befähigen, erhalten, aufgebaut und weiterentwickelt werden. Kompetenzen werden benötigt, um selbstorganisiert und kreativ in offenen Situationen agieren zu können. Sie werden als Handlungsvoraussetzungen verstanden, die jedoch erst im Handlungsprozess zum Ausdruck kommen. Neben der Summe von Wissen, Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten umfasst das Konstrukt Kompetenz auch die Anwendungsfähigkeit. Kompetenzen zeigen sich im beruflichen Alltag, im Tätigkeitsvollzug, in Form beobachtbarer, situationsgebundener Verhaltensweisen. Sie sind multimodal, insofern sie kognitive, emotional-motivationale, volitive und aktionale Komponenten einschließen. Kompetenzen werden erst in Handlungszusammenhängen und sozialen Kontexten sichtbar und entwickeln sich auch dort. Sie sind vor allem in der Auseinandersetzung mit neuen, komplexen Aufgabenstellungen veränder- und entwickelbar. Vergleiche Kauffeld 2006 sowie Erpenbeck und von Rosenstiel 2007. Der Begriff der beruflichen Handlungskompetenz lässt sich in vier Kompetenzbereiche unterteilen. Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Unter Fachkompetenz werden alle Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten verstanden, die sich auf die Organisation, Aufgaben, Prozesse sowie den eigenen Arbeitsplatz beziehen. Bei der Methodenkompetenz geht es darum, inwiefern Techniken, Methoden und Vorgehensweisen zur Strukturierung der eigenen oder von Gruppenaktivitäten angewendet werden. Die Sozialkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, sich im sozialen Umgang situationsspezifisch und angemessen, zum Beispiel durch Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten zu verhalten. Die Selbstkompetenz bezieht sich darauf, wie Individuen mit sich bei der Arbeit umgehen. Zum Beispiel zählen die Bereitschaft zur Selbstentwicklung, Selbstreflexion, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit zur Selbstkompetenz. Mit dem Kompetenzbegriff wird die Weiterentwicklung nicht nur in geplanten und systematischen Trainingsmaßnahmen fokussiert, sondern auch in der Arbeitstätigkeit selbst, also arbeitsimmanent. Der Kompetenzbegriff wird der Tatsache gerecht, dass Wissen und Können nicht nur in organisierten Lehr- und Lernsituationen erworben werden, sondern sich Menschen in pädagogisch ungeplanten und unstrukturierten Lernprozessen auf informellem Wege relevante Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen. Unter dem Schlagwort der arbeitsorientierten Kompetenzentwicklung wird der Frage nachgegangen, wie Lernen direkt in der Arbeit gestaltet werden kann und wie der Arbeitsbezug in Lernumgebungen zu verbessern ist. Vergleiche Sonntag und Stegmeier 2007. Lesen Sie hierzu auch den Webex-Kurs Beispiel zur selbstorganisierten Kompetenzentwicklung auf der Lehrbuch-Website www.lehrbuch-psychologie.de. Kompetenzmanagementsysteme Ein Kompetenzmanagementsystem unterstützt eine Organisation bei der Erreichung herausfordernder Unternehmensziele, bei der Umsetzung neuer Strategien und in Veränderungsprozessen. Mit einem Kompetenzmanagementsystem erfolgt eine inhaltliche Ausrichtung der Personalarbeit und damit auch der Personalentwicklung auf Kompetenzen. Die Beschäftigung mit und die Definition von Kompetenzen mündet üblicherweise in ein unternehmensbezogenes Kompetenzmodell. Damit soll ein einheitlicher Sprachgebrauch zu Kompetenzen über Organisationseinheiten und Bereiche hinweg sichergestellt werden. Konkret umfasst ein Kompetenzmanagementsystem, ein betriebliches Kompetenzmodell, die Möglichkeit individueller Kompetenzeinschätzungen bzw. Messungen sowie auf das Kompetenzmodell ausgerichtete Personalinstrumente. Siehe Grote und andere 2012. Kompetenzmodelle als Grundlage des Kompetenzmanagements Kompetenzmodelle stellen einen Kristallisationspunkt dar, mit dem die Konsistenz, die Effektivität und die Transparenz der Personalarbeit für Mitarbeiter, Führungskräfte und Personalverantwortliche erhöht werden. Anhand von Kompetenzen werden Anforderungen an die Kompetenzentwicklung formuliert, Lernziele von Maßnahmen definiert und Evaluationen angesetzt. Im unternehmensweit einheitlichen Kompetenzmodell, auch als Kompetenzkatalog bezeichnet, werden alle notwendigen Kompetenzen in einer hierarchischen Struktur organisiert, mit einem entsprechenden Sollwert versehen und den einzelnen Jobrollen im Unternehmen zugeordnet. Bei der Entwicklung eines Kompetenzmodells werden typischerweise erfolgreiche Stelleninhaber und Experten, die die zukünftige Entwicklung der Anforderungen an die Tätigkeit abschätzen sollen, befragt. Im WebEx-Kurs Entwicklung von Kompetenzmodellen zu Kapitel 7 auf www.lehrbuch-psychologie.de sind Best-Practice-Hinweise gegeben. Vergleiche Campion und andere 2011 für zahlreiche Praxisbeispiele aus Unternehmen, siehe auch Grote und andere 2012. Kompetenzmessung Das Management enthält die Elemente Planung, Realisierung und Kontrolle. Die im Kompetenzmodell beschriebenen Kompetenzen müssen gemessen werden. Es gilt, Abweichungen, Englisch Gaps, zwischen den vorhandenen Kompetenzen und den für die beschriebenen Positionen erforderlichen Kompetenzgrade herauszuarbeiten. Dies ist die Voraussetzung für die Entwicklung maßgeschneiderter Kompetenzentwicklungsprogramme. Systematik durch Integration von Human-Resource-Instrumenten Beim Aufbau eines Kompetenzmanagements besteht die Notwendigkeit der Systematisierung von Human-Resource-Instrumenten. Ein Kompetenzmanagementsystem ist durch die Übereinstimmung von Personalinstrumenten mit einem unternehmensbezogenen Kompetenzmodell gekennzeichnet. Anforderungsprofile, Stellenbeschreibungen, Einarbeitungspläne und Stellenanzeigen müssen sowohl inhaltlich gleiche Anforderungen als auch formell einheitliche Formulierungen verwenden und am Kompetenzmodell orientiert sein. Human-Resource-Instrumente zum Personalmarketing, der Personalauswahl, die Personalplanung, das Vergütungssystem etc. werden so an den gleichen Zielen ausgerichtet. Siehe hierzu auch die Abbildung 7.1 im gedruckten Lehrbuch. Dies entspricht der Forderung nach der Überwindung der isolierten Betrachtung einzelner Instrumente der Personalarbeit, befördert die Abstimmung der Instrumente aufeinander und entspricht meta-analytischen Befunden, dass der Einsatz gebündeter Instrumente mit größerem Unternehmenserfolg einhergeht. Siehe COMS und andere 2006. Abschnitt 7.3 Kompetenzentwicklung Damit Kompetenzentwicklungsmaßnahmen, hier am Beispiel von Trainingsprogrammen, dem Unternehmen helfen, konkrete Ziele zu erreichen und Kompetenzlücken zu beseitigen, ist deren systematische Planung und Durchführung unabdingbar. Was bei der systematischen Planung und Durchführung eines Trainingsprogramms zu beachten ist und in welcher Abfolge die einzelnen Schritte vorgenommen werden, zeigt auch die Abbildung 7.2 im gedruckten Buch. Analyse des Kompetenzentwicklungsbedarfs Die eingehende Analyse des Kompetenzentwicklungsbedarfs einer Organisation ist ein unverzichtbarer Schritt zur erfolgreichen Kompetenzentwicklung. Wird er übersprungen, kann es passieren, dass ein scheinbar erfolgversprechendes Training entwickelt wird, das jedoch an den Bedürfnissen der Organisation vorbeigeht. Die Trainingsinhalte und Methoden sind für die Organisation ungeeignet. Das Training setzt auf dem falschen Leistungsniveau an und führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Die Bedarfsanalyse hilft also, Frustration, Unzufriedenheit und unnötige finanzielle Verluste zu vermeiden und geht folgenden Fragen nach. Ist ein Training notwendig? Was soll erreicht werden? Was müssen die Teilnehmer am Ende können? Wozu müssen sie es können? Was soll anders werden? Was muss trainiert werden? Wer muss trainiert werden? Die Funktion von Trainings in Unternehmen liegt nicht notwendigerweise in der Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern und der Anwendung von Gelernten im Alltag. Gründe für die Durchführung von Trainings jenseits der bedarfsorientierten Kompetenzentwicklung können vielfältig sein. Ein Überblick Gründe für die Durchführung von Trainings Leistungsdefizite Die Leistung ist nicht gut genug, daher ist ein Training auch ohne vorherige Bedarfsanalyse nötig. Belohnung Falls eine Gehaltserhöhung nicht möglich ist, dann doch wenigstens ein angenehmes, wenn auch unpassendes Training zur Besänftigung der Mitarbeiter. Wertschätzung Den Mitarbeitern fehlt Wertschätzung, ein Training scheint dies zu kompensieren. Ausgleich Die Tätigkeit ist einseitig und belastend. Ein Training kann als Ausgleich für den Alltag gedacht sein. Gewohnheit Es wurde schon immer so gemacht. Außerdem gibt es ein Budget dafür. Nachahmung Jedes Unternehmen tut es, also tun wir es auch. Unternehmensbindung Zur Identifikation von Mitarbeitern mit dem Unternehmen wird ein gemeinsames Fundament in Form eines Netzwerkes und eine gemeinsame organisationsspezifische Sprache, die es im Training zu erlernen gilt, geschaffen. Dies ist besonders wichtig, wenn Mitarbeiter räumlich weitverteilt arbeiten und weniger in der Organisation als beim Kunden vor Ort tätig sind, zum Beispiel bei Unternehmensberatungen. Personalmarketing Karriereplanung sowie durchdachte und abgestimmte Kompetenzentwicklungsmaßnahmen sind für das Unternehmen in Zeiten des War for Talents unerlässlich. Für potenzielle Bewerber sind Trainings im Unternehmen ein Pluspunkt bei der Auswahl ihres künftigen Arbeitgebers. Networking In Trainings können Kontakte in der Organisation geknüpft werden. So können bei neuen Herausforderungen schnell geeignete Ansprechpartner gefunden werden, zu denen im Training ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Überblickende Die Bedarfsanalyse umfasst mindestens drei verschiedene Analyseebenen, die Organisations-, die Aufgaben- und die Personenanalyse. Organisationsanalyse Bei der Organisationsanalyse geht es um die Grundfrage, wie der Organisationskontext für ein Training aussieht. Die Organisationsanalyse klärt so den Kontext für Trainingsmaßnahmen. Dazu gehört unter anderem die Unternehmensstrategie. Im Zusammenhang mit dem Trainingsbedarf müssen folgende Fragen beantwortet werden. Welche kurz- oder längerfristigen Ziele hat das Unternehmen und mit welcher Strategie werden diese verfolgt? Ist das Training mit dieser Strategie kompatibel? Beispielsweise wird ein Unternehmen, das nur hochspezialisierte und erfahrene Bewerber einstellen möchte, unter Umständen ein geringeres Interesse an Trainingsmaßnahmen haben. Welcher Trainingsbedarf ergibt sich aus der Strategie? Wie werden Trends und Entwicklungen diesen Trainingsbedarf beeinflussen? Wie will man zum Beispiel mit einer zunehmend älteren Belegschaft umgehen, interkulturelle Kompetenz fördern und den Konkurrenzkampf um die besten Absolventen gewinnen? Die Strategie beeinflusst ob, wie oft und welche Art von Training angeboten wird und wie viel Geld für Trainingsmaßnahmen zur Verfügung steht. Aufgabenanalyse Mithilfe der Aufgabenanalyse wird festgestellt, welches Wissen und welche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen für eine bestimmte Tätigkeit erforderlich sind. Ziel ist eine genaue Beschreibung der einzelnen Aufgaben eines Arbeitsplatzes sowie eine Auflistung der für eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung notwendigen Kompetenzen, d.h. des Wissens, der Fertigkeiten, der Fähigkeiten und möglicherweise anderer Eigenschaften, die für eine optimale Aufgabenbewältigung benötigt werden. Bei der Aufgabenanalyse wird die gesamte Arbeitstätigkeit in einzelne Aufgaben untergliedert. Welche Aufgaben umfasst ein Arbeitsplatz? Wie wichtig sind diese Aufgaben? Welche Kompetenzen sind zur Erledigung dieser Aufgaben entscheidend? Zu den klassischen Aufgaben eines Sekretärs gehören z.B. die Terminplanung, das Verfassen von Briefen und das Führen von Telefonaten. Aus der Aufgabenanalyse können mögliche Inhalte eines Trainings abgeleitet werden. Informationen sollten immer von den Personen eingeholt werden, die sich am besten mit dem Arbeitsplatz auskennen. Solche Experten sind unter anderem diejenigen Mitarbeiter, die die Arbeit ausführen. Wenn möglich, sollten während der gesamten Aufgabenanalyse mehrere Erhebungsmethoden miteinander kombiniert werden, um die Gültigkeit und Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen. Die Aufgabenbeschreibungen müssen in eine Auflistung von Kompetenzen übersetzt werden. Welche Kompetenzen werden benötigt, um eine Aufgabe zu erledigen und welche dieser Kompetenzen sind besonders wichtig? Am Beispiel des Sekretärs. Was muss man wissen, können oder haben, um erfolgreich Briefe zu schreiben? Reichen Rechtschreibkenntnisse, Stilgefühl und Einfühlungsvermögen, EDV-Kenntnisse, Beherrschung von Redewendungen, Höflichkeitsformeln und Ausdrucksvermögen aus? Meist wird versucht, diese Kompetenzen anhand von Beobachtungen, Fragebögen und Interviews zu identifizieren. Siehe Noe 2002 sowie Grote und andere 2012. Personenanalyse Die Personenanalyse soll Aufschluss darüber geben, welche Mitarbeiter ein Training benötigen. Die Personenanalyse orientiert sich an folgenden Fragen. Welche Kompetenzen haben die Mitarbeiter? Welche für den zukünftigen Job entscheidenden Kompetenzen fehlen ihnen? Haben sie die grundlegenden kognitiven Fertigkeiten, um den zukünftigen Job auszuführen und ein Training zu durchlaufen? Welche Leistung erbringen die Mitarbeiter? Ist die Leistung zu schwach? Oder verändern sich die Anforderungen des Arbeitsplatzes? Sind die Mitarbeiter sich im Klaren über die Leistungsziele? Erhalten sie regelmäßiges Feedback? Jährliche Leistungsbeurteilungen, Eigenaussagen der Mitarbeiter und Informationen aus der Personalauswahl, wie zum Beispiel aus Leistungsbeurteilungen, geben Aufschluss über die Stärken und Schwächen einzelner Mitarbeiter. Für die Praxis Ein Vertriebstraining kann für die Mitarbeiter angeboten werden, die ihre Tätigkeit nicht gut genug ausfüllen. Es kann aber auch für die besten 20% im Vertrieb, die Top-Performer, konzipiert werden. Im zweiten Fall bekommt das Training nicht nur einen Belohnungscharakter und drückt Wertschätzungen gegenüber den Besten aus, sondern man verspricht sich hier auch den größten finanziellen Nutzen. Verkaufen die Besten nach dem Training 20% mehr, bringt dies einen größeren finanziellen Nutzen, als wenn die schlechtesten Verkäufer 20% mehr verkaufen. Trainingsmaßnahmen im Unternehmen sollten niemals ausschließlich defizitorientiert sein. Im Sinne der Unternehmensentwicklung gilt es vielmehr, auch die besten Mitarbeiter sowie deren Stärken durch geeignete Trainingsmaßnahmen weiterzuentwickeln. Praxisbeispiel Ende Zur Personenanalyse kann auch eine demografische Analyse gehören, die den speziellen Trainingsbedarf unterschiedlicher demografischer Gruppen betrachtet, wie zum Beispiel der Trainingsbedarf von Frauen, Männern, Mitarbeitern verschiedener Altersgruppen und ethnischen Minderheiten. Beispielsweise brauchen ältere Mitarbeiter unter Umständen Unterstützung im Umgang mit neuen Technologien. Frauen brauchen hingegen ein spezielles Training oder Mentoring, um die gläserne Decke zu durchbrechen und sich für Führungspositionen zu entwickeln. Mitarbeiter mit Migrationshintergrund benötigen möglicherweise spezielle Sprachkurse. Um die Synergien in interkulturell zusammengesetzten Projektteams nutzen zu können, müssen entsprechende Kompetenzen gestärkt werden. Damit altersheterogene Teams effektiv sein können, müssen die Teammitglieder davon überzeugt sein, dass die Altersheterogenität für ihre Aufgabe hilfreich ist. Siehe dazu Lehmann Willenbrock und Kauffeld 2008. Je vielfältiger die Mitarbeiter in Unternehmen werden, umso mehr unterschiedliche Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Einige Unternehmen setzen darüber hinaus auf eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung, die nicht nur ältere Mitarbeiter, sondern auch jüngere mit ihren speziellen Bedürfnissen, z.B. in der Phase der Familiengründung, einbezieht. Siehe dazu Rump und andere 2008 oder lesen Sie mehr zu diesem Thema im Webex-Kurs Empfehlungen für Unternehmen zum Umgang mit heterogenen Mitarbeitern auf der Lehrbuch-Website. Nur durch die Kombination der drei Analyse-Ebenen lässt sich ein vollständiges Bild des Kompetenzentwicklungsbedarfs einer Organisation gewinnen. Festlegung der Trainingsziele Aus der Bedarfsanalyse werden die Ziele eines Trainings entwickelt. Dabei kann zwischen übergeordneten Zielen und spezifischen Zielen unterschieden werden. Übergeordnete Ziele Ein übergeordnetes Ziel kann beispielsweise sein, den Zugang zu Trainings auf verschiedene Beschäftigungsgruppen zu erweitern. Trainingsmaßnahmen werden nicht mehr nur für die Manager, sondern auch für Mitarbeiter, Zulieferer oder Kunden angeboten. Die Tabelle 7.2 im gedruckten Lehrbuch enthält einige Beispiele für übergeordnete Trainingsziele und ihre Umsetzung. Spezifische Trainingsziele Neben solchen übergeordneten Zielen ist es entscheidend, spezifische Trainingsziele festzulegen. Zum Beispiel, was soll ein Mitarbeiter können, der an einem bestimmten Training teilgenommen hat. Vor allem die spezifischen Ziele leiten den Entwicklungsprozess eines Trainingsprogramms und sind zugleich geeignet, um Kriterien für die spätere Evaluation des Trainings abzuleiten. Die Ziele sollten daher möglichst konkret formuliert werden. Eine Möglichkeit dazu ist die Festlegung spezifischer Verhaltensziele, die von den Teilnehmern beeinflusst werden können. Die Ziele dürfen anspruchsvoll sein, sollten aber gleichzeitig realistisch bleiben. Sie sollten messbar, das heißt kontrollierbar, und terminiert, das heißt auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogen sein. Die Teilnehmer eines Vertriebstrainings sollen zum Beispiel Folgendes lernen. Die Phasen des Verkaufsgesprächs kennen und anwenden, persönliche Angaben des Kunden vollständig erfassen, den Kunden auf Sonderaktionen ansprechen, mit dem Kunden die Vorteile der einzelnen Produkte für ihn persönlich erarbeiten, Verkaufshilfen, wie zum Beispiel Produktprospekte in das Verkaufsgespräch integrieren und geschlossene Fragen in der Abschlussphase nutzen. An diesen Zielen können sich die Teilnehmer auch selbst messen. Neben den Verhaltenszielen werden oft Leistungsziele formuliert. Dabei wird angenommen, dass sich das veränderte Verhalten in der Leistung der Teilnehmer niederschlägt. Die genannten Verhaltensweisen im Verkauf nach der Teilnahme am Vertriebstraining sollten beispielsweise dazu führen, dass die Verkaufsleistung gesteigert wird, neue Kunden gewonnen werden und das Verhältnis von Beratungsgesprächen zu Abschlüssen gesteigert wird. Eine genaue Definition der Trainingsziele erfüllt so mehrere Funktionen. Neben der transparenten Information und damit der Fokussierung für Trainer und Teilnehmer wird die Motivation der Teilnehmer erhöht. Die Trainingsziele können durch Aufmerksamkeitslenkung und Anstrengungsmobilisierung wirken. Die Teilnehmer können sich an den an sie gestellten Trainings- und Leistungsanforderungen orientieren. Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft und Selbstregulationsfähigkeit der Mitarbeiter werden gefördert. Dies funktioniert vor allem dann, wenn die Trainingsteilnehmer die Ziele annehmen und sich an diese binden. Darüber hinaus werden mit der spezifischen Definition der Trainingsziele Evaluationskriterien bereitgestellt. Zudem kann die Rückmeldung über das erzielte Ergebnis für den einzelnen Trainingsteilnehmer leistungssteigernd wirken und für potenzielle Teilnehmer ein positives Signal für die Motivation zur Teilnahme, Lernen und Transfer setzen. Planung Im Planungsprozess des einzelnen Trainingsprogramms wird zwischen der Festlegung von Bewertungskriterien, der Berücksichtigung der Erfolgsfaktoren für den Lerntransfer sowie der Entwicklung des Trainings unterschieden. Festlegung der Bewertungskriterien Unsicherheiten über die Effekte von Weiterbildung werfen Fragen auf. Lohnt sich das Engagement in Weiterbildung? Rechtfertigt der tatsächliche Nutzen nicht nur der Angestrebte die Investitionen? Die Auswirkungen dieser Zweifel bekommen in Zeiten knapperer Budgets vor allem Personalverantwortliche, Personalentwickler und Berater zu spüren. Im Hinblick von Bildungscontrolling geraten sie mehr und mehr in die Verantwortung, den Nutzen von Qualifizierungsmaßnahmen nachzuweisen und diesen gegebenenfalls zu optimieren. Schätzungen deuten darauf hin, dass nur 10 bis 15 Prozent des Gelernten in berufliche Leistung umgesetzt werden, siehe Baldwin und Ford 1988. Eine durchschnittlich mittlere Effektstärke von D ist gleich 0,6 nach Angaben von Arthur und anderen 2003 verweist zwar darauf, dass Trainings möglicherweise besser als ihr Ruf sind, jedoch ergeben sich in Abhängigkeit verschiedener Trainingsmethoden, zum Beispiel Vortrag, Diskussion, computerbasiertes Trainingstraining oder Selbstinstruktion unterschiedliche Effekte, je nach Zielen des Trainings, zum Beispiel kognitive, interpersonale, psychomotorische Fertigkeiten und Art des Kriteriums, zum Beispiel Zufriedenheit, Lernen, Verhalten, Leistung. Entwicklung und Selektion der Trainingsmethoden Unternehmen können auf ein breites Spektrum an Kompetenzentwicklungsmaßnahmen zurückgreifen, die in unterschiedlichster Art und Weise systematisiert werden können. Ein Überblick Systematisierung von Kompetenzentwicklungsmaßnahmen Kompetenzentwicklungsmaßnahmen können zum Beispiel beim Individuum, Team oder der Organisation ansetzen. Vergleiche Kauffeld und andere 2009. Sie können zum Beispiel zur Qualifikationsanpassung an konkrete, bestehende oder zukünftige Anforderungen, an die Umsetzung einer bestimmten Unternehmensstrategie, zur Unterstützung bei der Einführung neuer Technologien, zur Vorbereitung auf den beruflichen Aufstieg bzw. zur Übernahme von Führungsaufgaben, zur Steigerung der Arbeitsmotivation, Leistung, Produktivität, Qualität, Kundenorientierung, zur Verringerung von Fluktuation, Erhöhung des Commitments, der Erhöhung der Veränderungsbereitschaft, Flexibilität, der Förderung der persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter, der Steigerung der Arbeitszufriedenheit, der Verbesserung der Kommunikation und Kooperation oder der Reduktion von beruflicher Beanspruchung konzipiert und durchgeführt werden. Sie können auf fachliche oder überfachliche Kompetenzen abzielen. Sie können von Vorgesetzten initiiert oder von Mitarbeitern eigeninitiativ gewählt sein. Sie können vom Unternehmen, den Teilnehmenden oder von anderen Geldgebern finanziert werden. Sie können in der Arbeit oder in der Freizeit liegen. Sie können Teilnehmer mehrerer Organisationen, einer Organisation oder einer Organisationseinheit bedienen. Sie können danach unterschieden werden, ob sie bewusst eingeleitet, angeleitet, fremdgesteuert und fern vom Arbeitsplatz oder ob sie teilweise unbewusst, selbstgesteuert und während der Arbeitsausführung ansetzen. Während im ersten Fall traditionelle Formen der Weiterbildung beschrieben werden, zum Beispiel Verhaltenstraining, Fortbildungsseminare, Messebesuche, sind es im zweiten Fall eher Lernformen im Arbeitsprozess, die über Arbeitsanreicherung, Jobrotation oder Problemlösegruppen angeregt werden. Überblick Ende Im folgenden Abschnitt steht im Vordergrund, wie Trainingsmethoden so entwickelt oder ausgewählt werden, dass sie geeignet sind, die vorher festgesteckten Ziele zu erfüllen. Gegenstand einer Vielzahl von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung sind Wissensvermittlung, Verhaltensmodifikation oder Persönlichkeitsentwicklung. Während des Trainings kommen verschiedene Methoden und Lerntechniken unterschiedlicher lernpsychologischer, kognitionspsychologischer oder führungstheoretischer Fundierung zum Einsatz. Vergleiche Sonntag und Schaper 2006. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs. Lerntheoretische Ansätze Exkurs Lerntheoretische Ansätze Zu den bekanntesten lerntheoretischen Ansätzen, die Hinweise auf die Gestaltung von Trainings geben können, gehören, für eine ausführliche Darstellung siehe Kauffeld 2010, behavioristische Ansätze, die das sichtbare Verhalten fokussieren, aber die internen Prozesse des Lernenden vernachlässigen, kognitivistische Ansätze, bei denen die Denkt- und Verarbeitungsprozesse der Lernenden eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, Lernen ist abhängig von Vorwissen und Informationsverarbeitungsmechanismen. Motivationstheoretische Ansätze, die die Beweggründe für Lernen und Verhaltensänderung untersuchen. Handlungsorientierte Ansätze, die davon ausgehen, dass bei vollständigen Tätigkeiten am besten gelernt wird. Konstruktivistische Ansätze, bei denen Lernen als aktiver Prozess verstanden wird. Die Selbstorganisationstheorie, die irreversible Prozesse innerer Wechselwirkungen als ursächlich für ein sich selbstständig neu produzierendes und reorganisierendes System betrachtet. Neurobiologische Ansätze, welche Lernprozesse anhand der Funktionsweise des menschlichen Gehirns und des Nervensystems beschreiben. Ansätze der Andragogik, die Hinweise zum Lernen im Erwachsenenalter geben. Exkurs Ende Lerntheoretische Ansätze, die auf den Grundsätzen des Konstruktivismus aufbauen, stellen zum Beispiel den Aktiv Lernenden in den Mittelpunkt. Die zentrale Annahme des Konstruktivismus ist, dass Menschen ihre Realität durch aktive Verarbeitungsprozesse ihrer Wahrnehmung selbst konstruieren. So setzt jeder Lernprozess eine aktive Konstruktion von Wissen voraus. Wissen muss in Eigenregie erzeugt und kann keinesfalls nur passiv absorbiert werden. Direkter Wissenstransfer vom Lehrenden zum Lernenden ist damit unmöglich. Situierte Lernarrangements orientieren sich stark an der realen Arbeitssituation der Teilnehmer. Sie sind durch die folgenden Prinzipien charakterisiert. 1. Situiertheit und Authentizität Lernen und Transfer sind stark an den Kontext gebunden. Daher sollten Lernsituationen und Inhalte möglichst plastisch und umfassend die späteren Anwendungssituationen einbeziehen. Nach den Prinzipien der Situiertheit und der Authentizität sollen Lernende an ähnlichen Aufgaben üben, wie sie im Anwendungsfeld gegeben sind. 2. Orientierung an realistischen Problemen Die Lernumgebung soll so gestaltet sein, dass es dem Lernenden möglich ist, an realistischen Problemen und authentischen Situationen zu arbeiten. Dies soll gewährleisten, dass dem Lernenden der Anwendungskontext klar wird und dass eine Anwendung außerhalb der Lernsituation erfolgreich ist. Das Lernen und der Lerninhalt sollen keine Selbstzwecke sein, sondern Möglichkeiten zur Lösung vielfältiger Alltagsprobleme schaffen. 3. Aktivierung und Exploration Lernen und Transfer sind besonders nachhaltig, wenn Lernende eine aktive Rolle einnehmen. Deshalb sollen situierte Lernumgebungen eine eigenständige, erfahrungsbasierte Erprobung von Strategien ermöglichen. 4. Multiple Perspektiven Damit das Gelernte möglichst breit im Gedächtnis verankert und dadurch leichter auf andere Situationen übertragen wird, sollten situierte Lernumgebungen unterschiedliche Vorgehensweisen und Perspektiven anbieten. Dies wird durch abwechslungsreiche Aufgaben, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten und in verschiedenen Kontexten zum selben Lerngegenstand erreicht. 5. Vielfalt der Kontexte Den Lernenden sollen durch die Lernumgebung verschiedene Kontexte, in denen das Gelernte gesehen werden kann, geboten werden. Dem Lernenden soll klar werden, dass Wissen nicht nur auf einen Kontext, sondern auch auf neue Problemstellungen bezogen werden kann. 6. Ergänzung durch Anleitung Neben explorativen und aktivierenden Lernmöglichkeiten zur Selbsterprobung ist eine bedarfsorientierte Anleitung anzubieten, da Lernen allein nach dem Trial-and-Error-Prinzip unter Umständen ineffektiv bleiben kann. 7. Informationsmöglichkeiten Die Lernumgebung muss die zum Problemlösen nötigen Informationen bereitstellen. Das situierte Lernen zielt auf die Herstellung kontextbezogener sozialer Lernumgebungen ab und umfasst daher ein ganzes Spektrum an Methoden, wie zum Beispiel das Cognitive Apprenticeship. Es handelt sich dabei um eine Methode, die im Sinne von Meister-Lehrlings-Verhältnissen kognitive Prozesse für den Lernenden sichtbar machen soll. Dabei wird versucht, die Vorteile einer praktischen Lehre auch für die theoretische Ausbildung zu nutzen. Lesen Sie noch mehr dazu im WebEx-Kurs Cognitive Apprenticeship auf www.lehrbuch-psychologie.de Neben der Unterscheidung lernpsychologischer, kognitionspsychologischer oder führungstheoretischer Zugänge kann man Trainingsformen danach unterscheiden, wie nah am oder fern vom Arbeitsplatz sie realisiert werden. Training of the Job findet außerhalb des Arbeitsplatzes statt und nimmt daher einen zusätzlichen Zeitraum in Anspruch. Dazu werden klassische Seminare und Trainings, aber auch Business Games, Fallstudien, Rollenspiele und Simulationen gezählt. Näheres zu Business Games finden Sie im WebEx-Kurs Game-Based Learning auf der Lehrbuch-Website. Trainings of the Job bieten den Vorteil, dass der Einzelne außerhalb des Arbeitskontextes an einem Training teilnehmen kann und sich dadurch stärker auf die Trainingsinhalte konzentrieren kann. Das Trainingsdesign soll helfen, die Trainingsinhalte adäquat zu transportieren. Darüber hinaus gilt, jeder Trainingsinhalt muss mit Anforderungen und der Realität im Unternehmen verbunden sein. Beispiele und Übungen müssen für die Teilnehmer glaubhaft und relevant sein oder noch besser von ihnen selbst, zum Beispiel in Form von Fallbeispielen, eingebracht werden. Während des Trainings sollten die Teilnehmer immer wieder angeregt werden, innezuhalten und zu reflektieren, wie sie das, was sie gerade gelernt haben, nutzen können, um effektiver zu arbeiten. Damit kann die Anwendung des Gelernten in der Praxis gefördert werden. Trainings on the Job erfolgen direkt am Arbeitsplatz. Es geht dabei um Erfahrungslernen. Es wird gelernt, während gleichzeitig eine Leistung erbracht wird. Beispiele hierfür sind Job Rotation, Job Enlargement, Job Enrichment, Praktikum, Coaching und Mentoring. Näheres hierzu finden Sie auf der Lehrbuch-Website im Webex-Kurs Coaching und bzw. Mentoring. Beim On-the-Job-Training ist die Transferlücke minimiert. Das Training on the Job wird jedoch organisationsseitig oft als Lernen nebenbei missverstanden. Vergleiche Kauffeld und andere 2009. Erfolgsversprechender sind daher oft Kombinationen. Ein Off-the-Job-Training kann um On-the-Job-Elemente ergänzt werden, z.B. durch ein Patentmodell oder mit Near-the-Job-Maßnahmen kombiniert werden, z.B. mit Reflexionssitzungen, Learning Networks oder Ähnliches. Trainings Near-the-Job sind Maßnahmen wie Workshops, Projektgruppen und Lernstätten, in denen nicht nur die Kompetenzentwicklung der Teilnehmer fokussiert sind, sondern auch eine konkrete inhaltliche Erarbeitung von Problemlösungen und Verbesserungsvorschlägen für den Arbeitsbereich erwartet wird. Die Abkopplung von der unmittelbaren Arbeitstätigkeit ermöglicht eine bessere Systematisierung des Lernprozesses und gleichzeitig eine verbesserte didaktische Reflexion als bei Kompetenzentwicklungsmaßnahmen On-the-Job, bei denen die Mitarbeiter sich selbst überlassen bleiben. Im Unterschied zu Kompetenzentwicklungsmaßnahmen Off-the-Job bleibt aber die Nähe zu den Herausforderungen in der Arbeit bestehen, sodass die Transferlücke verkleinert und die Anwendung in der Praxis erleichtert wird. Ein optimaler Transfer kann also durch die Kombination der verschiedenen Trainingsformen erreicht werden. Als Personalentwicklungsinstrumente, die im Rahmen einer Delphi-Studie bis 2020 als zunehmend wichtiger eingeschätzt werden, standen Trainings On- und Near-the-Job wie die Begleitung von Veränderungsprozessen, Coaching und Supervision sowie Action-Learning, Lernen durch direktes Handeln und Projekteinsätze an den ersten Stellen. Siehe dazu Schermuli und andere 2012. Anhand des Trainingszeitpunkts im Lebenszyklus eines Mitarbeiters können ferner vier weitere Trainingsformen unterschieden werden. Training zur Vorbereitung auf den Job, into the job, Jobbegleitend, along the job, zur Vorbereitung auf den nächsten Job, into the next job und zur Beendigung des Jobs, out of the job. Das Training into the Job dient dem Kennenlernen der Organisation, ihrer Ziele, Philosophie, Taktiken und Produkte. Es ermöglicht dem neuen Mitarbeiter, notwendige Informationen zu sammeln, sodass er schnell zu einem produktiven Mitglied der Organisation werden kann. Allgemein fördert es die Bindung zum Unternehmen und beugt somit Anpassungsproblemen vor. Training into the Job wird bislang häufig vernachlässigt, obwohl es von neuen Mitarbeitern in der Regel erwünscht ist und zu mehr Zufriedenheit und zu weniger Kündigungen während der ersten sechs Monate führt. Neben der Berufsausbildung oder Trainee-Programmen können Patenmodelle oder Mentoring genutzt werden. Ein Einarbeitungshandbuch kann sinnvoll sein, ebenso Ansätze zum Game-Based Learning, mit denen das neue Unternehmen spielerisch vorgestellt wird. Beim Training along the Job können alle Formen des Trainings zum Einsatz kommen. Die Maßnahmen finden laufbahnbegleitend statt. Beim Training into the next Job werden Potenzialträger auf eine bestimmte Zielperspektive hin entwickelt und gefördert. Mentorenprogramme, bei denen eine erfahrene Führungskraft einen weniger erfahrenen Mitarbeiter oder eine weniger erfahrene Führungskraft in ihrem beruflichen Alltag bei der Karriereplanung oder bei der persönlichen Weiterentwicklung unterstützt, sind hier ebenfalls einzuordnen. Mitarbeitern bei der Karriereplanung zu helfen, bindet diese an die Organisation, signalisiert Interesse am Einzelnen und bietet den Mitarbeitern Sicherheit und eine Perspektive. Dabei ist nicht nur an vertikale, sondern auch an horizontale Karrierepfade zu denken. Beim Training out of the job im Unternehmen sollen zwei Formen berücksichtigt werden. Zum einen das Outplacement, das dem Arbeitnehmer den Wiedereinstieg in den Beruf bzw. das Finden einer neuen Perspektive erleichtern soll, wenn das Unternehmen Personal abbauen muss. Zum anderen wird die Ruhestandsvorbereitung aufgegriffen. Beide Veranstaltungsformen wenden sich an Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen werden. Trotzdem rentiert sich die Investition nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Unternehmen, weil sie unter anderem mit motivierten Mitarbeitern für die verbleibenden Monate rechnen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen ein positives Signal für die restliche Belegschaft. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Outplacement. Der Begriff Outplacing bedeutet frei übersetzt herausplatzieren. Es handelt sich dabei um eine Methode, die dem Arbeitnehmer den Wiedereinstieg in den Beruf bzw. das Finden einer neuen Anstellung erleichtern soll. Meistens kommt es bei Unternehmensschließungen oder einem Verkauf zum Einsatz, da dann viele Arbeitsplätze in kurzer Zeit wegfallen. Das Outplacing beinhaltet unter anderem Anregungen für den Lebenslauf, Hilfe bei der Stellensuche oder Tipps für künftige Vorstellungsgespräche. Siehe dazu Rösler und Kauffeld 2009. Die Outplacement-Beratung verfolgt primär das Ziel der Selbsthilfe. Durch entsprechendes Coaching und Training soll es dem Klienten ermöglicht werden, in Eigenaktivität zu seinem Ziel zu gelangen. Den Lösungsansatz bildet jedoch nicht nur das Finden einer neuen Beschäftigung, denn im Rahmen einer Perspektivenfindung stellen auch Weiterqualifizierungsmaßnahmen oder eine selbstständige Tätigkeit Alternativen dar. Diese Form der Kombination aus Training und Beratung endet spätestens, sobald eine neue Perspektive gefunden wurde. Die Kosten übernimmt in den meisten Fällen der vorherige Arbeitgeber. Zunehmend entscheiden sich auch viele Arbeitnehmer aus eigener Initiative für eine Outplacement-Maßnahme und tragen dann selbst die Kosten. Outplacing stellt eine freiwillige Leistung des Unternehmens dar. Exkurs Ende Prinzipien der Trainingsgestaltung Im Folgenden werden einige bedeutsame und nachgewiesen wirksame Prinzipien der Trainingsgestaltung kurz beschrieben. Vergleiche Kauffeld 2010 Advanced Organizers Darunter werden zum Beispiel Zusammenfassungen, Gliederungen oder Diagramme verstanden, die vorab präsentiert werden, um den Trainees einen Überblick über den Lerninhalt zu geben. So wird die Struktur des Lerninhalts erkennbar. Dadurch können Trainees während des Lernens ihre Aufmerksamkeit auf die relevanten Aspekte und Zusammenhänge lenken, die Lerninhalte besser organisieren und mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen. Overlearning Die Mehrheit der Forschungsergebnisse unterstützt tatsächlich das alte Sprichwort Übung macht den Meister. Belege deuten darauf hin, dass Übung bis zum Punkt des Overlearnings fortgesetzt werden sollte oder bis zu dem Punkt, an dem der Trainee beschlossen hat, dass er das Material gelernt hat. Siehe zum Beispiel Discrelle und andere 1992. Overlearning ist besonders wichtig, wenn die gelernte Fähigkeit in der Praxis nur selten geübt werden kann, die Leistung aber dennoch auf dem gleichen Niveau gehalten werden soll. Automatizität Auch dieses Konzept betont den Stellenwert von Übung. Die Idee dahinter ist, dass sehr häufig wiederholte Fertigkeiten automatisiert ablaufen und nur noch minimale Aufmerksamkeit erfordern. Die Ausführung der Fertigkeit wird schnell und effizient. Es wird sogar möglich, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen. Eine besondere Rolle spielt die Automatisierung, wenn Daueraufmerksamkeit gefragt ist, wie zum Beispiel bei Fluglotsen im Kontrollturm. Wenn nämlich die Signale, auf die reagiert werden muss, nur sehr selten auftreten, nimmt die Leistung mit der Zeit ab. Ist die Fertigkeit allerdings stark automatisiert, benötigt ihre Ausführung nur noch so wenig Aufmerksamkeit, dass der Leistungsabfall verhindert werden kann. Um eine so starke Automatisierung zu erreichen, können allerdings tausende von Wiederholungen nötig sein. Siehe Goldstein und Ford 2002. Ausprobieren Wenn möglich, sollten Trainingsteilnehmer unbedingt die zu erwerbende Fertigkeit auch selber ausüben. Dieser Hinweis mag banal erscheinen, aber oftmals werden Fertigkeiten nur vom Trainer demonstriert. Es wird nur über ihre Ausübung gesprochen oder Trainees üben eine von der Zielfertigkeit abweichende Fertigkeit aus. Motorische und mentale Fertigkeiten sind jedoch wesentlich effektiver zu erlernen, wenn man die Gelegenheit bekommt, sich selber an ihnen zu versuchen. Intervalltraining Sollte Übung kontinuierlich sein? Mast Practice Oder sollten Übungssitzungen über die Zeit verteilt sein? Spaced Practice Nahezu alle Belege sprechen für eine über die Zeit verteilte Übung, vor allem, wenn es um Wissensabruf oder motorische Fertigkeiten geht. Siehe dazu Schmidt und Björk 1992 und Kauffeld und Lehmann-Willenbrock 2010. Ganzheitliches Lernen Die Trainingsforschung hat sich auch damit befasst, ob es besser ist, Lernmaterial in separate Abschnitte zu unterteilen, Part Learning, oder das Material als Ganzes zu präsentieren, Hool Learning. Die Ergebnisse legen nahe, dass Hool Learning besser ist als Part Learning, besonders wenn Trainees über ein hohes Level kognitiver Fertigkeiten verfügen und die zu lernende Aufgabe stark strukturiert und sehr komplex ist. Siehe dazu Goldstein und Ford 2002. Wenn eine Fertigkeit so komplex ist, dass Hool Learning nicht in Frage kommt, kann eine Art sequentielles Part Learning verwendet werden. Dabei werden immer weitere Abschnitte hinzugefügt und eingeübt, bis die Fertigkeit erlernt ist. Feedback Ein anderes kritisches Element ist die Feedback-Gabe an Trainees bezüglich ihrer Lernfortschritte. Training ohne Feedback Feedback führt häufig nur zu geringen Leistungssteigerungen. Erst mit Feedback entfaltet es seine volle Wirksamkeit. Siehe Goldstein und Ford 2002. Dennoch ist nicht jede Art von Feedback gleichermaßen nützlich. Um effektiv zu sein, muss Feedback unmittelbar statt verzögert gegeben werden. Feedback sollte spezifisch und glaubwürdig sein und auf die individuellen Bedürfnisse der Trainees eingehen. Leistungsschwache Trainees benötigen beispielsweise ganz besonders spezifisches und besser wertschätzendes Feedback. Mehr Feedback ist generell besser, obwohl es einen Punkt gibt, an dem zu viel Feedback die Trainingsteilnehmer nur überfordert, verwirrt und Ohnmachtsgefühle weckt. Schließlich hat die Forschung gezeigt, dass positives Feedback effektiver ist als negatives Feedback, welches darauf fokussiert, was der Teilnehmer falsch machte. Siehe dazu Matokyo und Webster 1992. Die bisherigen Gestaltungselemente von Trainings sind zumeist als universelle Prinzipien beschrieben und verstanden worden. In den letzten Jahren rücken jedoch die Besonderheiten der Gestaltung altersspezifischer Trainingsprogramme in den Fokus der Aufmerksamkeit. Bei der Gestaltung von Trainingsmaßnahmen für Ältere ist zu berücksichtigen, dass sie Veränderungen nach anderen Kriterien bewerten als jüngere Kollegen. Siehe dazu